Geiles Wetter, ne? Also heute ist wirklich Baba-Osterwetter, Freunde. Es ist so richtig Sommer-Feeling, muss ich sagen. Wir haben draußen gerade bei uns glaube ich so 16, 17 Grad. Herrlicher Sonnenschein, blauer Hümmel, aber eine Sache ist wichtiger, Leute, als schönes Wetter und zwar ein richtig geiles Fortnite-Tournament. Es geht um sage und schreibe 25.000 Euro und pro Win nochmal 500 Euro extra obendrauf. Also es ist wirklich sehr, sehr nices Turnier heute, was Amar veranstaltet, das Lost Legends Cup, Leute. Wir sind zusammen in einem Alpha-Team, zusammen mit Lofty. Das wird sehr, sehr nice, Leute. Ich bin da wirklich gespannt, wie das abgehen wird. Ey, es sind unfassbar krasse Leute mit dabei, ne? Also was Amar hier schon wieder auf die Beine gestellt hat, ganz, ganz böse. Wir können ja mal kurz reingucken, wer alles so mitmacht. Äh, da. Oh, Camp, wo ist Camp? Hallo! Webcam! Guck mal hier, äh, Capital Bra und Farid Bank machen einfach mit. Wie geil ist das bitte? Was ist bitte das für ein Legenden-Duo hier? Hä? Bro, das ist voll nice. Also das ist halt, Monte macht auch mit. Also das ist wirklich, Red macht mit Abugoku. Geil, Alter. Red macht sogar auch mit, wusste ich gar nicht. Also hier ist auf jeden Fall richtig was los, Leute. SU mit Amir. Standardskill mit Lofty, hier. Sabrina dankt ihr für den Resub hier. Ey, Leute, das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr wildes Turnier. Ich bin echt gespannt. Äh, ja, 25.000 Euro, Leute, gibt's zu gewinnen. Lost Legends Zero Build Cup. Ich sag dir ehrlich, Leute, wir haben vorhin, äh, schon mit Lofty ein bisschen gezockt, wir haben uns warm gemacht. lief Baba-mäßig, ne? Also ich sag, Ziel ist meiner Meinung nach auf jeden Fall Top 5. Äh, das wär lecker, Leute, das wär lecker. Top 5 wär lecker. Ein bisschen Earnings mitnehmen. Ihr wisst, Leute. Ah, schade, schade, schade. Hat Monte abgesagt, ja? Schade, Marmelade. Ey, schade. Aber heute ist auch Baba-Wetter, Leute. Ich bin grad noch ein bisschen rumgefahren mit, äh, mit dem Bentley. Boah, krank, krank, krank. Ich sag euch ehrlich, das war, also Wetter ist heute echt geil. Tridan, was geht? Kurs. Gigant und, äh, Skrules haben leider auch abgesagt, weil Gigant geht's irgendwie nicht gut. Also haben jetzt einige wohl im, im letzten Moment abgesagt, was sehr schade ist, aber gut, was kann, ist halt, manchmal kommt was dazwischen, weißt du. Manchmal ist halt so, äh, deswegen ist der leider auch nicht dabei. Ich hab heute ganz, äh, schnäppchenmäßig getankt, Leute, für, ähm, 2,40 Euro. Fand ich sehr günstig, Kapi. Sehr günstig. Äh, machst du ein Video zum Bentley? Moritz, weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Bin ich, äh, bin schon seit paar Tagen am überlegen. Ich hätte Bock, ein Video zu machen, aber, Bro, das Problem ist, dann heulen die Leute wieder so rum und so. Heute wieder erst. Ich hoffe, Trinan, ich hoffe es. Erster Platz wäre Baba. Ich sag dir ehrlich, erster Platz wäre Killer. Erster Platz wäre ganz, ganz wild. Also, äh, erster Platz, Leute, das wären für jeden, wenn wir noch ein, zwei Wins holen, für jeden fast 6.000 Euro. Das wäre schon big, 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 6.000 Euro? Sag ich euch ehrlich, nehm ich gerne mit. Rein in die Earnings. Ja, lustigerweise, kleiner Funfact, ich hab, glaub ich, mittlerweile, wenn ich alle Fortnite Earnings mal zusammenzähle, ich glaub, wir sind schon bei Locker. Locker, Schocker sind wir bei, ich will jetzt nicht lügen, aber ich hab über 35.000 Euro Fortnite Earnings, bin ich der Meinung. Mit allen Cups, Leute, ich hab ja Creative Mayhem da mitgespielt, da mitgespielt, da mitgespielt. Ich glaub, das müsste so im Dreh sein, über 35.000 Euro müssen wir Fortnite Earnings mitgenommen haben. Bestimmt, ich muss mal zusammenrechnen. Vielleicht auch wenig, vielleicht auch 20, weiß ich nicht. Also fleißig waren wir auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Ja, krank, krank, krank. Boah, ich bin gehypt. Ja, wir werden gleich noch mit L zu dem O, werden wir gleich noch ein paar Runden, denke ich mal, zocken. Wir haben auch schon unsere Route, wir haben auch schon unsere Drop-Route. Ich überlege gerade nur, weil ich will auch nicht zu viel spoilern, ich hab Angst, dass einige Leute jetzt eventuell zugucken und uns vielleicht unsere Route wegnehmen. Ich glaube nicht, dass wir jetzt die Route fliegen, die wir im Cup fliegen werden. Ich glaube, nee, das werden wir nicht machen, das wäre dumm. Weil wir haben, Leute, ich sag euch ehrlich, wir haben eine geisteskranke Route. Wir haben wirklich, wir haben, also wir haben zwei geisteskranke Routen, eine Alternativroute und eine Mainroute und die Mainroute, Leute, hat niemand auf dem Schirm, sag ich jetzt schon mal, wird niemand auf dem Schirm haben, aber ist, wenn es so klappt, wie ich mir das vorstelle, geisteskrank, geisteskrank, was uns wahrscheinlich hier wirklich gut hochkatapultieren wird. Genau, um 19 Uhr geht es los, der Cup. Wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, ich gehe jetzt gerade in Fortnite rein. Wir gucken mal, wir haben, Skin haben wir schon. Robo Ray, Leute, ich finde der Skin ist geil, ich weiß auch nicht, der ist voll underrated, Lofty feiert den Skin nicht, aber ich feiere den übelst. Oh, der ist noch, hä, der ist endlich mal, lol, der Sorina Skin? Ist mal reingekommen, der ist doch schon übelst lange angekündigt worden. Krass, okay, gönnen wir uns natürlich. Was haben wir hier noch? Irgendwas Neues? Nö, 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 haben wir schon, haben wir schon, wir haben alles, wir haben mal wieder alles, soll ich euch zeigen, mit welchen Skin Lofty spielen wollte, Lofty wollte mit männlichen Baseball-Skin spielen, Bro, das ist ja gar nicht mein Skin, wir können ja mit Zuckerstange spielen, Leute, also das wäre auch absoluter Troll, imagine, wir spielen mit Zuckerstange und gewinnen das Ding, ach du Scheiße, Bro, Zuckerstange wäre schon, das wäre schon absolut Disrespect, Bro, ist eigentlich auch ein geiler Skin, aber ich finde diesen Robo-Ray, Leute, ich feier den unnormal, ne, ich muss auch Contrail unbedingt ändern, der nervt nämlich, Leute, das ist dieses Sternstub, da siehst du nix, äh, Contrail, einen coolen Contrail, der, naja, nee, der ist mir auch ein bisschen zu wild, der passt, sieht gut aus, Das Duo, das Duo Cup, ist ein Duo No Build Cup, äh, das Geile ist halt, um krass viel Preisgeld geht's, ne, wir haben, kleiner Kron-Check, Leute, 65 Kronen, was sagt, was sagt der Chat dazu? Statement, ich guck mal hier, was geht, Jungs, ich bin live, denkt dran, wenn ihr hier wieder eure, ab 18 Geschichten erzählen wollt, nicht jetzt. Guten Tag! Ey, Leute, SU, sag mal, nein, nicht Baseballskin, Leute, der Baseballskin. So, da bin ich wieder, schon hat es gelesen, Hund. Pong! Ey, Leute, ich sag ehrlich, einer muss halt den ersten Platz machen, entweder SU und Army oder ich und Lofty, einer, das wäre geil. Jungs, wir müssen das schaffen, glaub ich an das Herz der Karten. Ey, Lofty, ich würd' sagen, wir landen jetzt auch nicht unsere Route, die wir gleich im Cup nehmen, ne? Ja, ja, alles gut. Wir können uns ja noch ein bisschen warm zocken jetzt, ne? Markier einfach irgendwas und dann... Ja, ja, landen wir da. Katja, du hast doch nicht gespielt. Das ist natürlich... weiß ich jetzt nicht, ne? Weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt so feierlich ist, dass man das hier erwähnen darf im Chat. Wir sind auf jeden Fall, ich glaub, wir sind auf jeden Fall das Team mit den meisten Kronen, ich sag die Real Rap. Wir sind safe. Wir müssen die ganze Zeit die Kronen rausholen, bei jedem Key. Tridan fühlt sich, dass er jetzt 10 Kronen mehr hat, wie ich, oder 20 Kronen mehr hat, wie ich. Wow. Bro, ich hab auch die letzte 2 Tage gar nicht gespielt. Obwohl, ich hab gestern mit Lofti gespielt und heute haben wir noch mal gezockt gehabt. Lief wunderbar. Wir haben... Ich glaub, heute haben wir jede Runde win geholt, ne? Ja. Braust du, loppen wir ein? Ja. Wie gut ist Lofti 1 von 10? Lofti ist schon gut. Er ist zwar manchmal ein bisschen rentnermäßig unterwegs, aber ansonsten ist er eigentlich echt gut. Nee. Ja, manchmal bist du einfach ein bisschen langsamer, aber ich glaub, das ist einfach... Weiß ich auch nicht, weil ich auch zu schnell bin, glaube ich. Die hinterher zu laufen, genau. Wollte ja sagen, die hinterher zu laufen, das wird schon... Aber, Bro, ich sag dir, ich hab ja mit hier, wo ich mit Leon Flares gespielt habe, Mignob. Bro, da bin ich ja nicht mal hinterher gekommen. Die sind schnell. Und hier, Pinstrape, weißt du? Bro, die haben ja die ganze Zeit links, rechts, Bro, ich hab da gar nicht mehr durchgesehen. Ich wusste da gar nicht mehr, was abgeht. Da hab ich mich auch komplett lost gefühlt, also... Boah, ich find, guck mal, der Skin sieht so nice aus mit der Kombi hier, mit der AC-DC-Pick-X, Leute. Sieht doch voll nice aus. Machierst du was? Ja, lass die DX-Sleepy-Sound-Norse hier landen. Ja, ich geh loot-boot. Ist da das loot-boot? Ja, ja, wir wussten das. Was in der Chat für dich denn hier? Welchen Platz wird Lofty machen? Da hast du das. Hä, hab ich das loot-boot gar nicht gesehen? Ich muss gleich nochmal in die Settings reingehen, Leute. Ob die Settings auch da sind? Ich kann mal auch loot-boot. Nee, geh du mal loot-boot, ich geh hier einfach auf die Dings hier. Hey, warum hab ich das loot-boot nicht gesehen gerade? Das macht mir gerade ein bisschen. Ja? Hast du irgendwelche spezielle Settings nochmal, außer weißt? Naja, ich muss noch Dings gleich, äh, Dings reinmachen. Ich werd gleich noch Dings-Settings reinmachen. Ähm... Sag doch mal schnell. Ähm, wie heißen die Settings hier, Leute? Performance-Mode. Wollte ich noch gleich reinmachen. Boah, Leute, Sound ist ein bisschen laut, glaub ich, grad, ne? Test, test. Lauf die Rede mal? Jo, was geht ab? Test, test, 1, 2, 3. Jetzt muss Sound gut sein. Bisschen lauter. Vielleicht daher mach ich's noch ein bisschen lauter, Leute. Aber ich bin heute gut drauf, Freunde, ne? Also, ich hab heute vorhin gezockt und ich hab real rappt, alles getroffen, ne? Also, ich hatte unnormal. Aim nicht mehr von dieser Welt, würd ich fast sagen. Das war geil. Wir sind auch unterwegs, zockt uns ein bisschen warm, ne? Viel Glück euch später. Jo, danke. Ich wünsch dir viel Pech. Ja, auch so. Oh. Aber es ist witzig, dass Amir heute keine Wette machen will, weil er weiß, dass er hinten sein wird. Amir, will euch keine Wette machen? Nein, sonst hätte er sein großes Maul schon aufgemacht. Ah. Amir. Ja, Leute, ganz klar, wir wären, äh, Drumgun, denk ich mal. Ist, denk ich mal, allein erklärend, oder? Die Trommel. Schrotflinte aktuell, beste Waffe. Wir müssen nur gucken. Repair-Kit soll irgendwie verboten sein. Also, man soll wohl irgendwie nicht so viel mit Fahrzeugen unterwegs sein. Können. Weil anscheinend das Repair-Kit verboten ist. Und das heißt, dass man halt weniger mit, äh, Fahrzeugen rotieren kann. Ist auch sehr interessant. Bin ich gespannt, wie sich das auswirken wird. Weil, das ist ja auch gerade aktuell so ein bisschen in den Cups, so dass halt zu viele Leute mit Autos unterwegs sind. Und deswegen ist halt das Repair-Kit aktuell verboten. Mal gucken. Und, ich denke mal, Leute, ich werde auf jeden Fall auf Jetpack gehen. Guck doch mal die Bude hier zu. Ich glaube, Jetpack wird halt auch Wilds werden. Also, ich würde sagen, von der Taktik her haben wir eine Geisteskrankheit. Also, ich sag' ehrlich, unsere Taktik ist wirklich schon sehr, sehr gefährlich. Ziel ist auf jeden Fall, Earnings mitzunehmen. Ob wir das jetzt, wenn wir das gewinnen, wäre geil. Gar keine Frage. Aber Ziel ist auf jeden Fall Earnings. Und Earnings ist Top 5. Alles, was on top, top obendrauf kommt, nehmen wir natürlich gerne mit, ne? Oder, Lofti? Auf jeden Fall. Earnings ist top. Earnings reicht auch. Ich sag dir ehrlich, wenn wir Earnings sind. Alles, was on top obendrauf ist, gerne. Ich mache mir jetzt aber hier auch keinen Stress, Leute, dass wir auf Krampf hier irgendwie... Jetzt, äh, jede... Also, irgendwie das hier mega krass gewinnen müssen jetzt. Ich spiele natürlich serious und alles. Aber wie gesagt, Earnings ist auf jeden Fall das Ziel. Und dann gucken wir mal. Einige gute Leute sind da, sind natürlich auch viel loste Leute da. Und wir müssen auf Kills gehen. Kills wird auch wohl sehr, sehr important werden. Weil es wieder pro Kill zwei Punkte gibt. Also Kills wird entscheidend. Wir wissen nicht ganz voll, nur da waren die Plätze. Naja, alles gut. Die 10 HP. Als ob die 10 HP das ausmachen. Boah, ist aber krasser Loot da hinten. Also das ganze Sleepy da, ne? Also viele Kisten, aber ich muss sagen, ich habe aus den vielen Kisten gerade fast nur Sniper bekommen. Gefühlt. Das ist schon ein bisschen cringe eigentlich. Du hast direkt hoch, ja? Ja, ja, wir gehen direkt hoch. Hier sind nur Bots. Was liegt gerade an Fortnite? Gibt es was an der Grafik oder was? Probleme hier? Aktuell schwierige Entscheidung, meiner Meinung nach, Leute. Wir sind hier unten, Lotti. Wo unten? Bei mir hier. Du bist ganz unten. Ja, ich bin ganz unten, aber es ist gut, ich bin schlecht. Nein, ich bin bloß. Man braucht langsam NASA PC für Fortnite. Ja, aber Bro, ich sage dir ehrlich, wenn du competitive spielst. Dann spielst du ja nicht auf Dings, episch. Dann spielst du ja eigentlich auf Performance-Mode, Bro. Und für Performance-Mode, da kannst du eigentlich ein Windows 98 nehmen. Gefühlt. Na, ich getildet, ne? Na, sind da welche? Ne, sind Bots. Ne, ich mache auch einen Bots. Ja, ja. Quanten kommt da. Gehen wir kurz die Henchman-Chests. Bro, seid ehrlich, Leute. Jetpack ist okay, ne? Also, Bro. Jetpack ist so okay. Jetzt habe ich sogar meine Drumgun endlich mal. Super. Wenn du noch eine findest, sag Bescheid. Ne, ist keine Schade. Ich gehe hier auf Halt. Jo. Ich hoffe, dass ich gute Chancen habe. Klar, ruhig. Ist ja auch mein Lieblingsmodus Nobilt. Ich bin wieder da. Runden im BH. Sind da welche? Ne, ich habe nur Panzer kaputt gemacht. Ja, Panzer wird natürlich auch nicht erlaubt sein, Leute, im Cup. Lass mal noch Rocky Reads gehen. Wenn die jetzt wahrscheinlich mit der Zone reinkommen. Panzer wird auch nicht erlaubt sein, das ist ganz gut, muss ich sagen. Aber jetzt sind wir noch in der Zone. Das ist echt wenig los, gerade, ne? Ja, ist so los. Das war ich eigentlich heute auch so ein geiles Wetter. Da sind welche. Ne, gar nicht. Ne? Boah, das ist so ein Ballerwetter, ne? Wow, okay. Die sind von dahinten. Schießen wir auf der Autoschie, 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 Autoschie. Ich sehe mal, ich sehe mal, ich bin grad, der ist hochgekommen. Einer läuft da hinten. Schießautoschie, Autoschie, Autoschie, Autoschie. Er sind so hinterm Stein. Der ist vorne da hinten. 27er, zwei Stück habe ich ihn gedrückt. Ja, lass mich pushen. Ja, der Fokus ist mich. Wer denn? Wo denn? Ja, da, wo du gesagt hast, wir gehen pushen. Boah, okay, süß Gott. Was machen die denn da, Leute? Oh, auf die. Da ist noch einer. Da reboot mich, hol meine Karte. Ja, entschuldige. Seien du ernst? Das machen wir bitte nicht im Kapsel, ne? Was denn? Wenn wir auch da außerhalb der Zone fliegen. Ja. Was, was hab ich da nicht gehabt? Ich wär aber gleich public. Oh mein Gott, Leute. Der Typ heult grad. Er hat grad offiziell die Heul-Hotline angerufen. So ein Ding ist das. Er hat drumherum angerufen. Und glaubt mir, Leute, das ist noch nicht mal unsere Cup-Taktik, die wir haben. Das ist hier grad noch diese entspannte Taktik, die wir fahren. Das ist noch diese auf kurz nebenbei Taktik. So, wisst ihr euch meine? Springcup kurz zum Loot. Das ist noch die Taktik, die wir grad spielen, Leute. Wir zeigen noch nicht alles Taktik. Da liegt auch noch Mad Kid. Alles liegt da. Oh, lila drum. Auch. Ja, ich geh schon mal zu, ne? Ja, ja. Ich liebe Jetpacks, Leute, wirklich. Ich liebe höchstisch die Jetpacks. Das ist so eine geile Erneuerung, die sie reingebracht haben. Boah, ich freu... Leute, ich glaub... Ihr glaubt, ich hab mich schon... Ich hab mich schon seit gestern... Freu ich mich schon auf diese Scheiß Cup. Seit gestern. Seit gestern. Man, mir macht No-Bild-Modus halt so Bock, ne? Du bist reingeflogen, ne? Ja, ich... Warte kurz, ich komm mal kurz ab hier. Davor, wir sind zwei. Ah, die gehen grad Zeppelin hoch. Ja, genau, wir machen heute Skin Contest Cup. Aber für Skin Contest, so brauchst du Discord, ja, bro. Zack, high ground. Bam. Was wollen die machen? Die können zwar pushen, mit hochfliegen, aber das werden sie keine Chance haben, weil ich die Drumgun habe. Guck mal, ob du irgendwo ein Metskid noch für mich findest. Ja, hier sind ein Zelt, alles gut. Hier sind ein Zelt hier. Ah, okay, nice. Schießt sich einfach hoch und geh. Oh, pass auf, nicht, dass sie sich abschießen. Boah, die sind bei mir. Ja, echt. Ja, eine Kug ist, eine Kug ist hin. Geh nicht rein, komm, lass hoch, lass hoch, lass hoch. Halt dich das mal. Da wollen wir gar nicht gierig werden, Leute. Zelt, die dürfen wir auch im Cup nicht benutzen. Guck mal, hier ist einer. Da müssen wir mal gleich fokussen. Den ich markiert habe. Ja. Naja, die auch noch. Die eklischen. 25. Oh mein Gott, er ist weit. S1, 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 aber er kämpft da hinten jetzt immer. Aber er muss eh kommen mit der Zone, glaube ich. Äh, die muss kommen mit der Zone, alles gut. Boah, okay, da kämpft noch einer, pass auf. Und gut an. 27, 41. Nice. Ja, wie viel Mohn hast du noch? Ich habe 450. Ja, okay, dann komm mal schießen. Dann können wir die Nerven, Leute. Ich hab die, äh, läuft, er läuft. Wer ist dahin, dann? 27, 41. Tag. 27 nochmal. Ich mach den Baum kaputt. Oh, die haben beide sucht sich Damage. Ja, sein Kollege ist ein, der wird jetzt wahrscheinlich auch gleich moven. Ja, den nehmen wir auf jeden Fall vor. Der läuft schon, der läuft schon. Im Gebüsch. Oh, Alter. Ja, was haben die an Damage kassiert, Leute? Da, da, da. 27, Chip Rack. Wide. Jetzt versteckt er sich dahinter wieder, der ekelige. Der Jetpack hinter uns, hinter uns. Hier, komm her. Da, die Schroger. Nice. Hier. Das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen. Da, Bro. Da ist noch einer. Oh, was ist das Timing, Leute. Hätte ich das getimed, bitte. Die sind bei der Kanone da. Einer kommt geflogen. Einer ist hier oben bei uns, der ist mit Sipplein hoch. Habe ich hier unten, er ist da unten, aber der Kollege kommt auch hinter uns hinter uns hinter uns hinter uns. Ja, Leute, die können nichts machen, guck mal, das ist hier einfach nur pure Dominanz, Leute. Ich bin tot, ich komme wieder hoch. Banane ist auf jeden Fall low, low, sein Vater. Ja, ich bin irgendwie so ein Spider-Man-Idiote, aber es sind alles Einzelne. Ja. Ja. Person. Ja, ich bin unten, das ist gut. Wie wollen will der Spider-Spider-Spider-Man, der, den pustest du an, er kommt um, der Spider-Man. Guck mal, Leute, so eine Runde hier, so eine Runde werden gleich gefahren hier. Wo sind Spider-Man? Er ist da. Er push mich. Ah, Shipbreak. Der letzte. Der musste hier im Gebäude sein. Bro, wie viel Puls hat er denn, Leute? Hey, der ist hier im Zelt. Läuuf, was? Er war einfach im Zelt und hat sich geheilt. Hä? WTF, Leute, ich check's nicht. Nice. Hab ich gar nicht mitbekommen. Wollen wir schon mal rüber gehen auf den Discord? Ja, ja, kann man machen. Geil, Leute. Erste Runde, ihr seht, lief Baba. Lief Baba. Ja, ich hab eine neue Meta, Max. Äh, eine sehr, sehr starke Meta kombiniert mit dem Jetpack. Aber ich will auch noch nicht zu viel spoilern. Das machen wir gleich alles im Kapp. Vielleicht hört ja gerade jemand zu und will sich noch ein paar Tipps holen. Wißt du, was ich meine? Ja. Das geht ja hier um ein bisschen Kohle heute. Deswegen, wir müssen ja ein bisschen Secret sein. Willenskraft ist auf jeden Fall da. Save. 66 Kronen. Let's go. Let's go. Hm, das ist Rookie Beats einfach direkt. Auf Hot-Drop-Basis, Leute. Spione sind überall unterwegs, das stimmt. Road 200 Kronen. Ja, das wird das erste Mal. Letzte Season hab ich ja nur 30 Kronen gehabt. Überleg mal, letzte Season, Leute, nur 30 Kronen. Dieses Season einfach schon das 300-fache, Kapi. Boah, warum lande ich? Ich hatte zehn Stück. Ja, er läuft jetzt. Zehn, Leute. Oh mein Gott. Ich bin oben. Ich komm nicht hoch. Ja. Joy sind zufrieden. Er ist nicht Waffe da. Ich hab ihn nur auch. Das ist ein bisschen scheiße. Das ist wieder Himmelbooten. Erdbeeren mit Zucker musstest du holen. Spinnst du? Ist das ein Lama? Ja, ich mach schnell. Kann man das eigentlich machen? Stimmt. Nein, das kann ich mir gleich holen. Ja, das will ich jetzt auch noch. Was geht jetzt, Movie Time? Top 4 wär Baba. Top 4 wär, wäre ja auch schon Preisgeld lecker, würde ich sagen. Mach mal kurz einmal den Sprenkler an. Das kommt zu dir. Ich hab noch einen, ne? Hast du Splashs oder so? Ne. Hinter uns einer. Oh ja. Spot, oder? Boah, Jetpack kombiniert mit den einen, ist OP. Ich guck dich das an. Oh mein Gott, hinter. Hier ist einer gelandet bei mir. Warte, ich komm zu dir. Ich hab ja immer noch gepissen. Ey, das war ein Streamsniper, Digga. Bro, warte mal. Hier sind auch Filzfide grad von mir. Da haben wir von der gar nicht mehr dran gedacht. Wo waren die? Hier wird der im Buschcamp. Der Reboot ist. Jetzt schüss. Nice. Dann kannst du mich rebooten. Boah, die Sprenkler sind schon nice. Wir sind nicht hier. Ja, bitte. Ja, du bist hier. Komm, hier. Wir sind hier. Amount. Wir sind hier. Ich bin hier. Bro, er denkt auch wirklich, er kann sich so den 50er geben. Nice. Was soll man dazu sagen, Leute? Was du dominieren? Hast du noch den Kronenpack zufällig? Kronen? Nee. Nee. Ich habe eine Krone, ja. Hast du irgendwo eine Oak? Nee. Gar nichts. Ich muss schnell so, ne? Ich habe kein Green Life. Ich gehe noch einmal Zeppelin kurz hoch. Ja. Sprinte! Kurz mal im Chat, Leute, was denkt ihr? Was wir heute platzieren werden? Was sagt ihr? Was denkt ihr? Realistische Aussagen? Guckt euch an, wie overpowered einfach Dings ist, Leute. Das Jetpack, guckt euch das an. Drum Gun. Das ist schon mal nice. blaue trommel habe ich jetzt Leute also Jetpack würde ich schon fast als frech ja weil es frech ansehen diese Krone ja Leute ich bin einfach Gott in diesem Modus ich schwörf alles da kann auch kommen wer will ich sag ehrlich jetzt da kann leider kommen wer will was ist denn mit deinem Cam los ist so wie immer Bro was soll damit los sein ne du bist so weit unten wie da ja das soll immer so das ist wie beim alten Leute nein Bro ich sag dir das Problem ist bei Jet die sehen das halt nicht du fliegst ja wenn du mit Jetpack das gut spielst die wissen nicht was abgeht das ist das Ding und das ist nicht das erste die erste Runde die ich so spiele mit Jetpack ihr habt ja gesehen 20er Bob mit Jetpack normal so Standard eigentlich hier hast du eine blaue Trommel ne hast du hier mitgenommen ja ich bin gerade mit allen am rasieren Leute mit MP alles boah was macht die Hände oh jetzt ist es jetzt ist es da ging mir eine ab Leute da ging mir gerade richtig eine ab oh guck mal da ist der nächste jetzt gibt mir gleich noch einer mehr ab hier warte mal kurz hier ja fliegt mit deinem Jetpack los habe ich gesehen das war es das war es läuft die das noch einer irgendwo mit Jetpack um auf dem Baum ne einer ist gestorben eben nein nein hier ist noch einer der safe hier im Baum Leute ne der ist eben vor meinen Augen gestorben ne ich habe doch gerade hier noch Jetpack Dings gesehen ja der ist gestorben und wieder eine volle Granate achso das Licht ja aber ich weiß auch nicht warum weil hinten das äh Dings zu viel Sonne heute auf einmal auf einmal heute wieder Sonnen äh keine Ahnung hier Sonntag heute heute zwar ist Samstag aber hier Sonntag verstehst du einen Sonnentag krass oder was sagt die zu meiner Wortgewandtheit hallo Atat aber man muss ja ja ok das war in 2Ds machen schade marmelade das war's das war's ihr rentner die mich jetzt auf krampf finischen wollen voll viele abgesagt ja also ich weiß dass monte abgesagt haben soll gigant hat abgesagt also zwei teams auf jeden fall schon mal mir wurde ein privater fahrer von unge geschickt und der fahrer redet gerade die ganze zeit über unge mit einem portugiesischen akzent auf englisch und sagt ganze zeit zu unge my boss unge my boss was hat dieser junge mit der insel getan ich habe mir kurz zustande gemacht ja das ding ist okay wenn du jetzt die ständig masse würde mich auch jetzt wiederbeleben das will ich jetzt mal sehen das ist ja das war eine karte abgekämpft ja 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 eine kleine runde kurze runde machen ja diesmal ohne mama kem groß bitte so erstmal lückenstift auftragen ne ist labello leute labello ja lofty kann ich nicht den rucksack nehmen leute dafür ist einfach zu schwer das stimmt also muss lofty selber carryn bro das mach einfach weil ich sicher in dem team ist es einfach tanzverbot mit excel in dem team dann wäre drachennord und ich ja auch ein perfektes team aber stanni reicht auch äh es sind echt geile teams dabei wer hat denn jetzt noch abgesagt trino dass du sagst dass so viele abgesagt haben kapi und dings haben die abgesagt naja schade alter das ist echt lustig gewesen ich habe auch mal gesagt dass ich 18 karat für nächstes mal parat habe boah ist ja auch krass drei vier teams fehlen ja gut ja das sind 100 leuten ist klar dass da irgendwie mal was ausfällt oder so hat mich schon gewundert dass bei äh diesen wie hieß das letzte diesen elias und amak ab dass da alle da waren das hat mich schon gewundert gehabt freunde äh weil da waren wir wirklich zwei tage lang 100 spieler ne das hat ja keiner hat gesagt nix das fand ich auch schon bild aber gut man will auch sein trio nicht im stich lassen weil er die andere auch und unter leiden hast du einen kuss lasst ihr jetzt wieder landen um not not sleepy leute die haben so eine geile route ich freue mich schon wenn ich euch die route zeigen kann die wir nachher landen werden ja klar viele machen vielleicht irgendwas anderes weil ostern ist und so könnte sein ja hier sind so viele digga holy shit ich gehe hier und hole mir die kisten hier und komme dann in die stadt rein da sind nur mal drei oder so boah da ist nur eine kiste was ist das denn naja ich lande mal hier ich werde safe sterben bro hier ist nur eine kiste was ist das denn der ist ja absolut weg dg ich habe sniper oh sniper ist gut sniper ist wichtig und richtig also ich könnte jeden tag zum cup spiel sage ich hart auf hart leute ich bin so geil mache spaß einfach also jetzt unabhängig wie man placed aber ich könnte retort jeden tag das spiel also ich würde auch jetzt würden würde jetzt ganz normaler no build cup in ford mit reinkommen jeden tag würde ich wahrscheinlich auch jeden tag zocken doch morgen ist ja ostern ja eigentlich also wenn der cup heute nicht so lange geht dann bin ich morgen auch live aber dann vielleicht nicht so früh mal gucken vielleicht schlafe ich da ein bisschen länger bin erst gegen 9 live oder so aber eigentlich jede runde wieder eine stunde sein na heute ach so mit dem anmelden und so ja das wird cringe wir sind gar keine gelandet auf die doch 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 wo denn sind auf meiner seite noch zwei sind im abkommen mit auto ich sehe kein hört kein seht kein viel kein es muss jetzt nicht mehr was zu gewinnen geben also ich habe auch so no build cup ohne was zu gewinnen haben wir letztes mal auch gemacht diesen lightning cup da gab es ja auch nichts zu gewinnen aber es natürlich mit preisgeld ist natürlich umso geiler wenn man jetzt sag ich mal irgendwie jeder 6.000 euro mit nach hause nimmt dafür dass man fortnight zockt pro gerne besser geht es ja nicht gibt glaube ich was schlimmeres gibt glaube ich schwieriger 6.000 euro zu verdienen als mit fortnight immer noch keine miete keine monatsmiete ja du wohnst auch in einer fetten villa läuft die läuft die wohnt einfach in den reichen viertel komm ich hab's das lief und mir nicht für dich alles ja das ist bei mir wir sind auch pro mm aber hat sogar einen peak auf mich er wird mich pushen er hat besseren peak auf mich gehabt leute was soll ich da machen bro ich muss kurz weg hier ja einen habe ich dann gehen wir ganz hoch gehen sein kollege ist auf dem dach ja das brusche ich komme mit hoch er ist runter gegangen er wird seinen kollegen wieder beleben hier rechts hier situation geklärt leute ganz einfach luft die disrespekte die macht doch nicht war vielleicht gleich den elden jetzt komm und sag was ich denn ich habe diesen trommel shotgun hast du den nicht nein quatsch das war ja ich hab trommel alles gut ich bin cool ich hab's gleich ist obwohl hast du noch ein mini ja komm wir nehmen wir auto nein nein Wir sind die Robo-Ray-Brüder. Ah ja. Ja, die Robo-Ray-Brüder. Ich hoffe auch, dass SU diesmal wieder gut placed. Aber ich glaube, SU wird es mit Arm ja auch absolut machen. Also ich glaube, Real Rap, die werden richtig gut placen. Wir gehen direkt hoch wieder. Ja, ja. Aber es sind gerade welche hoch. Einer ist gerade hoch. Raus, 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 raus. Ja, ich bin tot. Nice. Rechts kommt einer, rechts. Ne, der ist oben, der ist oben. Der würde runterkommen leicht. Ja, ich muss gut sein. Der kommt runter, lauft die? Ja, jetzt bei mir. Ja, es ist gut. Gute hits, gute hits, gute hits. Stark, stark, stark. Er heult gerade, er heult gerade, bro. Er heult. Stark. Nett. Tja, wer zuerst die Krone kriegt, hat die Krone. Let's goooo! Hey! Das waren alles beides meine Gültung. Schade. Ja, ich habe eigentlich nicht drauf geschossen. Ne, hast du nicht. Boah! Der andere hatte keine Krone. Komm mal her, ich gebe die Minis. Ja, warte, ich habe jetzt. Hier liegen auch ganz viele Minis noch. Ja, ist gut. Blauer Auk. Ah, ne, da nicht. Ja, ich habe alles blau. Stani, wollen wir zocken? Ja, okay, wir zocken jetzt. Ey, okay, ich verstehe das. Gehst du jetzt auf, ja? Ja, ich geh jetzt auf. Ich zocke jetzt, dass es nie leider nicht mit, Leute, weil Alessio zocken will. Sorry. Alessio war das. Kannst du den Weg annehmen. Den netten. Oha. Hauptsache Alessio geht's gut, Leute. Nämlich deswegen können wir jetzt den Cup nicht mitzocken. Alessio, dass Alessio gut geht, ist das Wichtigste hier. Das wird bei uns hier im Stream ganz groß geschrieben. Sag doch, dass du weiter bist. Sag nicht, wo ich bin. Ey, ich merke das schon. Ja, aber wir müssen eh pushen, wir müssen eh eh gleich raus, ne? 19 Uhr geht's ja los. Deswegen ist du jetzt hier noch Gegner und dann lass mich killen. Wenn hier irgendwelche sind. Also die Runde schaffen war eh nicht mehr zu Ende. Wo sind denn noch Gegner, Leute? Wo sind hier alle? Kommen wir gleich mit der Zone rein? Nein. Nein, natürlich. Wo? Ja. Oh, ja. Oh, mein Gott. Stark, das ist ein Leute. Stark. So. Lass mal dazu sagen. Das war ein starkes Aim. Wer ist denn eigentlich Gruppenanführer bei uns? Ich, ne? Soll ich die Codes eingehen oder willst du das machen? Lofti. Okay. Hey, Lofti, du bist gemütet, ne? Oh, ne. Ja, okay. Ist geil. Ich weiß das. Hä? Oh, das ist geil. Ja, dann ist doch schon nice. Ja, ja, der kommt schon rechts. Alter, Unge am Mitdenken. Sehr wichtig, Unge. Ja, also. Auch wichtig und richtig. Ja, geil, Digga. Ich freu mich. Dann, äh, gib einfach Gas. Ich denke mal, die Leute haben Verständnis, wenn wir... Ich weiß nicht, fünf Minuten später starten. Achso, du bist schon rausgegangen. Ja, ja. Wie ist die denn los? Achso. Ja. Okay. Ich bin live. Deswegen war ich eben gemütet, weil ich mit meinem Chat gerettet hab. Okay. Erst hab ich gar nicht mitgekriegt, dass ich da, äh, dass ich, äh, fertig bin. Haha. Alter, Heddo. Erstmal E-Sports-Earnings auf. Aufhören. Guck mal. Ich guck mal ganz kurz, Heddo, wann du das letzte Mal hier reingeschrieben hast, Digga. 2019. Hat er geschrieben. Hahaha. Ama, warum bist du tot? Wer hat dich geholt? Ihr seid so bad. Wir werden euch so holen. Hahaha. Ausrufezeichen Earnings. Nice. Sehr gut, Heddo. Seitdem auch nicht mehr gesuppt. Auch wichtig, Heddo. Vielleicht nochmal nachholen mit irgendwie 50 Giftsupps. Pfff. Pfff. Ich bin einfach mit irgendwelchen Leuten unter der Community im Discord. Ah, cool. Wie komm ich jetzt in den Raum? Äh, hä? Ich hab dir doch einen Link gerade geschickt, oder? Ich bin da, ja, ja, ich hab da, ich bin da drinnen. Hä, auf welchem Discord bist du, Digga? Hä, aus meiner Community dürfte keiner sehen? Auf Vama-Discord. Achso, nee, das ist der Falsche. Das ist, äh, belastend zweimal. Warte, ich schick dir jetzt einen Link. Ah, du hast ihn bei WhatsApp geschickt. Ja, ich hab dir mit dem bei WhatsApp geschickt. Warte, äh, wo ist Amar? Hier. Ah, Lost Legends Discord. Ah, haha. Sooo, Kinder. Ey, ist natürlich auch ein Namensprogramm irgendwo, ne? Ey, das, äh, ist auf jeden Fall so. Ja, das stimmt. Jetzt bin ich, glaub ich, drin. Jetzt lebt, glaub ich, alles. Ja. Ich merk's, da sind echt einige loste Leute, glaub ich, dabei, ne? Ich hab da einen extra Channel für dich und für Red. Da steht dann richtig so, äh, Abo Goku und Apo LD, der Allerechte. Auf Trocken am Start. So. Ja, ihr seid wahrscheinlich ganz oben. Okay, ich suche Kelly. Da, ja, danke. Okay, bis gleich. Ciao. Was sind die durchschnittlichen E-Sports-Earnings hier in dem Turnier? Ich sag's dir so, Henno. Ich sag's dir so. Hier ist die höchste... Oh mein Gott. Diesem Setup, an dem ich mich jetzt befinde, hab ich Fortnite... Es hätte aber existiert erst seit gestern. Ich hab's noch nicht gestartet. Ich weiß nicht, ob irgendwas funktioniert. Ich hab auch ne Webcam. Ich hab ne Webcam. Stark. Eieieiei. Okay, okay. Was für eine hast du für eine Webcam? Ich glaub, wir machen heute den ersten, Lofti. Ich glaub, wir machen heute den ersten. Ihr seid dir ehrlich. Ich hoffe, aber nicht so wie... Ich glaub, wir machen heute den ersten. Guck dir mal bitte die Kandidaten an. Guck dir bitte die Kandidaten an. Alright, alright, alright. Ich hab Amars Stream offen. Als Plus, dankeschön. Ja, unseren Patsch mit der Banane. Ist das das gleiche Mikrofon, das du bei dir in deinem Hauptwetterpass? Ja, nur anderes... Äh, anderes... Ähm... Wie hängt man das nochmal auf? Digga, alle sind perfekt vorbereitet für den Cup-Chat. Hört gut. Alle sind perfekt vorbereitet. Und der einzige, die einzigen zwei Teams, die hier nur auf Earnings retten, ist Payne und Kayser und Micky und Danny. Pass. Und da hauptsächlich Danny. Das sind die einzigen. Guckt euch Sascha an. Der will mit nem Polarexpress durch, aber der zieht sich nen Bananenskin an. Sterzig. Der sieht aus... Schreibt der jetzt rein, Stani und Lofti auch. Nee. Leute, wir... Uns hat wieder keiner auf dem Schirm, aber wir werden wieder die sein, die den Ersten machen. Das ist das Ding. Niemand hat uns auf dem Schirm. Niemand. Digga, der Typ hat nicht mal ein Update in Fortnite geladen. Versteht ihr das? Stani und Lofti gehen nicht auf Earnings. Das weiß ich. Lofti hat so'n richtig warmes, schönes Herz. Und Stani ist einfach immer nur sauer, wenn irgendwas passiert. Äh, Danny, erste Runde starten wir sogar ohne euch. Weißt du warum? Weil ich ein pünktlicher Mensch bin, Danny. Ich nehm hier pünktlich kein Ernst, Danny. Die haben uns Granaten nicht auf dem Schirm. Erste Runde gibt es dann bei euch 0 Punkte vielleicht auch mal. Das ist doch geil. Wir gehen nicht auf Earnings, sagt er. Verstehst du das? Da bin ich gespannt, Leute. Hey, Sensivity, hab's keine Ahnung was für's. Ist der doof. Ein warmes Herz? Was ist denn ein warmes Herz? Leute, Titel ist nicht umsonst. 25.000 Euro Fortnite Cup Top 1 Spieler. Amar Cup. Das hat ne Bedeutung. Ich nenn das jetzt warmes Herz Cup. Warte mal. Wo ändere ich meinen Titel? Ja. Warmes Herz Cup. Bist du da raus, ja? Äh, Dings. Äh, Seat Colasi. Äh, äh, Seat Colasi kommt auf den Discord. Kannst ihm Rechte geben, dass er auch bei mir joinen kann. Äh, 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 äh. Das ist eigentlich... Was war 60F? Ey, shit. Achso. Was 60F fährst du? So. Digga, ist das alles verloren hier? Ich bin so unglaublich... Okay, warte mal. Wollen wir das Turnier beginnen? Was ist eigentlich mit den ganzen anderen Streamern? Gucken die einfach auf den Streamern? Chillen die alle grade? Okay, die sind alle... Ähm... Ja, also. Falls die Streamer und Streamerin gerade zu schauen sollten. Okay. Wir warten nur auf Micky. Achso, er hat ein warmes Herz gerade oder was? Ja? Wir warte... Was? Wir warten nur auf Micky. Das heißt, seid sauer auf Micky. Schade Micky. Danke put. Eldor ist alleine. Nein, wir warten nur auf Micky-Chat. Nur auf Micky. Ah, scheiße. Nein, nein, wir warten gar nicht auf Phoebe. Wir warten nur auf Micky-Chat. Nur Micky. Ein kleines Micky-HS im Hochfläch hier drin. So. Ich würde sagen, wir müssen erst mal alleine spielen. Was? Alleine spielen? Wollen wir jetzt alles durchgehen? Wir müssen erst mal Solo reingrehen in die Durrunde. Ich brauche meine Hintergrundmusik. Ja, ja, stimmt. Stimmt. Dann müssten sie eigentlich Solo, ja. Das wäre ich auch für. Ja. Musst du erst mal Solo reingrehen. Äh, Fortnite-Music. Stark. White Cup? Was ist das? Ist es nicht. Winner Circle? Oh, oh. Nein, das ist zu laut. So ist gut? So ist gut. Ist es so gut? Senior Hand of Blood? Äh, hallo, ja. Hier, ähm, du, Amar, ich habe eine Frage. Ja. Äh, ist ja jetzt 19.04 Uhr und in dem Ablaufplan, in dem Briefing, was ich ja bekommen habe, steht 18.55 Uhr Zeit für den ersten Key. Jetzt bin ich gerade im Discord im Raum Hashtag Custom-Key, aber da ist noch gar keiner. Ähm, da wollte ich jetzt fragen, wie jetzt der weitere Verlauf ist. Was heißt, ist Movie-Time? Jetzt Movie-Time ist auch mit dabei, Leute. Sogar mit Pick-Axis und Back-Blink. Verständlich. Hast du, hast du total recht. Erstmal, Hanno, wie geht's dir denn? Du, mir geht's ganz gut. Bin hier gerade in meiner Villa auf Puerto Rico und hab hier frisch Fortnite installiert, aber ich bin ready. Okay, das ist... So, alles wartet auf Micky, die ganze Welt wartet gerade auf Micky. Okay, ah, verstehe. Äh, kann ich noch zu Burger King folgen? Äh... Weil ich hab jetzt gar nicht... Mit wem zieh der Finite gerade? Das geht ja hier für fünf Stunden oder so. Ja. Na gut, äh, du, ich chill vor deinem Stream und warte, vielleicht ruf ich später nochmal an, bis da so was mir in der Telefon-Outline in deinem Cup, hab ich gemerkt. Ja, ja. Ähm, ich wünsche dir viel Erfolg mit deinem Programm noch, ne? Ich bin flexibel. Okay, danke. Tschüssi. Tschüss. Ja, 18.45 Uhr als losgehend, schade. Okay, das ist vegan. Mann, ich krieg die... Ich glaub, wir sehen uns heute wieder nachts um zwei beim Zocken noch, Leute. Ist das zu laut? Ah, ist glaub ich zu laut. Ach, scheiß drauf, wir machen's ohne Musik. So, wir starten das Programm. Ähm... Wollen wir das schon mal mit der Cue machen, Ames? Ja, ja, Custom Key. Der Key is ready. Key ready. Wir werden eh erst mal wieder 30 Leute leaken, von daher... Alter, wie cool. Den findest du? Der hat auf einem keinen Kugel geklappt. Ja, aber ich weiß nicht. Ich geb dich mal... Willst du erstmal mit den Key oder soll ich das machen? Mach du mal. Dann poste ich den rein in den Custom Key. Abfahrt. So, Custom Key ist drin, Leute. Abfahrt. Jetzt wird es gleich erstmal eine komplette Erklärung geben von allem. Ja. Aber vorher mach ich natürlich hier erstmal den Key ready. Nochmal ready. So. Custom Key eintragen. Join as Spectator. Boom. Und dann ist es Duos Zero Build. So müsste es sein. Wir sind drin, eins der ersten Teams. Wichtig jetzt. Okay. Also ich sag 5, oh, der Key wird geliegt, aber... Alright. Chat. Chat. Wir gehen jetzt erstmal alles durch. Also. Und damit würde ich sagen. Hallo und herzlich willkommen zurück. Hallo. Zu einem erneuten Video auf meinem Kanal, meine lieben Freunde. Heute ein unglaubliches mit das größte Preisgeld, was wir seit sehr, sehr langer Zeit hatten. Ein Lost Legends Studio. 25. Wieder von mir gemeinsam mit Epic Games. Die stellen dir das Preisgeld sehr, sehr geil auf jeden Fall. 25.000 Dollar gibt es zu gewinnen. Und natürlich das Ganze mit den lostesten Legenden, die ich so ungefähr, ja, die ich so kenne. Es sind unglaublich viele geile Special Guests mit dabei. Unglaublich nice Charaktere, wo wir heute wieder richtig viel lachen können. Und ich würde sagen, falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert ihn gerne. Leider mussten wir das VOD auf Twitch löschen. Deswegen hier einmal die Highlights auf YouTube. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt rüber zum Format. Denn, das Format sieht heute wie feucht aus, meine lieben Freunde. Wir haben sieben Games und wir haben pure Action von 19 bis ca. 23, maximal 23.30 Uhr. Und das Ganze findet heute statt im Zero-Build-Modus. Bedeutet, es wird nicht gebaut, es wird nicht reingeschwitzt, editiert, gebaut. Nein. Geil. Und One-Pump-Piece, gar nichts. 0,0, das ist heute das Spielverhalten. Einige Items sind gesperrt, unter anderem der Battle-Buzz, absolut OP. Panzer sind nicht erlaubt. Und, was war das letzte? Zelte. Zelte sind auch nicht erlaubt. Die mag ich auch nicht. So, das sind die drei Sachen, die nicht erlaubt sind. Ganz, ganz wichtig, schreibt das euren Streamern, Streamerinnen, die auch gerade am Start sind. Die sind alle nicht erlaubt. Das Punktesystem, das sieht heute wie folgt aus. Der epische Sieg-Chat, der bringt euch natürlich 30 ganze Punkte. Jede Eliminierung, die ihr holt, nehmt ihr heute mit zwei Punkten mit. Was natürlich unglaublich nice ist. Wir haben hier insgesamt 50 Punkte, die Runde. Ab Top 25 gibt es schon den allerersten Punkt. Das heißt, vielleicht schafft es heute auch Omid seinen allerersten Punkt mit reinzuholen. Und dann natürlich das Allerwichtigste, meine lieben Freunde, haben wir hier natürlich... Geile Preisgeldverteilung. Da habe ich mir mal ein bisschen Gedanken gemacht, Chat. Und zwar, wir haben 25.000 Dollar. Die teilen wir erstmal natürlich im Großen und Ganzen für die Top 5 auf. Das heißt, 10.000 Dollar kriegt der erste Platz. Der zweite kriegt 5.000 Dollar. Der dritte kriegt 3.000 Dollar. Vierte kriegt 2.000. Und der fünfte kriegt 1.000 Dollar. Und jetzt fragt man sich, aber da ist doch noch ein bisschen Geld übrig. Jede Runde, die gewonnen wird, gibt extra nochmal 500 Dollar für das Gewinner-Duo. Das heißt, da ist nochmal ein kleiner Ansporn auch vielleicht dabei, bis zum Ende zum Überleben. Und auch nochmal hier die ein oder anderen Earnings mitzunehmen. Und das Geile ist, glaube ich, an dem Format, also so sehe ich das, selbst ein Team, was totgeglaubt ist und letzter Platz ist, aber auf Lucky-Basis noch die letzte Runde gewinnt, irgendwie. Hat trotzdem nochmal mindestens 500 Dollar mitgenommen, was ja auch sehr cool ist. Eine Sache fehlt dabei. Alles, du kriegst gleich einen Bann. So wie letztes Mal natürlich auch. Nach jeder Runde gibt es Highlights, um eine Zeit zu überbrücken, damit wir die Standings haben können. Und der losteste Clip-Chat an diesem Abend. Kriegt nochmal 500 Dollar. Keine Sorge, Omit. Habe ich natürlich vorgesorgt. Habe ich auch dran gedacht. 500 Dollar gibt es natürlich wieder für den lostesten Clip-Chat. Ihr werdet wieder abstimmen, wer der losteste Clip sein wird. Freue mich auch schon sehr drauf. Und dann natürlich... Oh, die Teilnehmer. Teilnehmer. Wir gehen einmal ganz schnell die Teilnehmer durch, Chat. Es sind jetzt nicht alle drauf. Einige sind noch gerade dazugekommen. Unter anderem... Äh, äh... Ja. Kianosch, mein Zwillingsbruder und Kalasch, was sehr, sehr geil ist. Feiere ich sehr. Und, äh... Eldos und Phoebe. Wie es auch gerade aussieht, dass Phoebe alleine... Äh, nee. Eldos die ganze Zeit alleine ist und Phoebe nicht da ist. Aber das ist dann so. Ähm. Und wer ist noch dazugekommen? AboGoku und AboRD, der Allerechte. Sehr geil. Jetpacks darf man benutzen. Ich freue mich sogar auf die Jetpacks. Bro, Jetpacks, Leute. Let's go. Aber, Chat, ich zeige euch jetzt hier einmal alle Teilnehmer, die mit dabei sind. Auf einer unglaublich geilen Grafik. Chat, sagt doch mal, was ihr von dieser Grafik haltet... Stanni, Junge. Wir haben Milky und Solution, die ewigen Zweiten. Elias Mbarek und Rohat97. Guckt euch die beiden Jungs an. Die sehen aus wie Macher. Aber mal schauen, was die heute hier überhaupt machen können. Orange, Moranjo und Sympathisch TV. Der Polarexpress, der hier heute durch die Lobbys zieht. Revi und Maxify. Ey, finde ich super schade von Maxify, dass er da ein Kloß ans Bein gelegt bekommen hat. Aber ey, cool, Revi, dass du auch mit dabei bist. Dann haben wir Sydney und Revi. Die beiden Fußballprofis Spaß-Sydney-Lifestyle-Streamer geworden. Hanno und Sterzig, natürlich hier aus Spandau, haben wir hier extreme Verstärkung mitgeholt. Und wollen hier unbedingt für die Earnings reinballern. Geil, oder? Dann haben wir noch die beiden Aubameyang-Brüder. Chat, natürlich jetzt Aubameyang, die Nummer 9, demnächst bei Barca. Und sein Bruder, aka bester Freund, aka Manager, aka auch der letzte Lost Legends-Gewinner, die mit dabei sind. Stanni und Lofti, da muss ich, glaube ich, gar nicht so viel sagen. Stanni letztes Turnier gewonnen. Lofti will dieses Turnier gewinnen. Die beiden sind auf jeden Fall sehr heiß. Genauso wie Phoebe und Eldos. Oh, da sieht aber Phoebe ein bisschen anders aus und Eldos auch. Das ist aber auch total in Ordnung. Die nehmen da einfach was mit. Und Payne und Kayser und ihr beiden Knechte, wenn ihr hier reinschwitzt, ich werde euch finden. Ingame. So. Gucken wir weiter auf die Teilnehmerliste. Ich glaube, soll ich jetzt alle durchgehen? Nein, oder? Ich gehe jetzt nicht alle durch. Ich zeige euch jetzt alle, die dabei sind, Chat. Alle, die dabei sind, jeder davon. Die wichtigsten hat er ja schon genannt. Die wichtigsten hat er ja schon genannt. Unglaublich nice. Das ist das Stanni und Lofti-Team. Die Grafik ist halt so geil geworden. Wir können da eigentlich zwischendrin immer mal wieder reinschalten. Ich finde die, ich finde die... Bam, Leute! Das ist schon... Uwe spielt auch mit. Geil! Es ist schon sehr geil. Die haben keine Bilder von Arme gehabt. Das sind ja wirklich... Digga, die Bilder von den Leuten sind... Ein Atom Supreme auch mit Lil Lightning hier. Wir haben auch natürlich an der Weiblichen... Ey, Dave-Night kriegt keine Luft. Siehst du das Bild? Der kriegt keine Luft. Er ist hier. Und natürlich eine und andere Dale-Leute mit dabei. Genauso wie aus Lash Royale. Ich gucke mal jetzt hier, was ich jetzt nicht... Ey, das will nicht switchen. Nice. Liebe die Teams. Ey, ich werde auch versuchen, überall irgendwie mal... Wow, da sind auch voll viele Girly-Teams dabei, ne? Ich versuche immer wieder irgendwo reinzutreuen, immer wieder einen kleinen Talk mit den Leuten zu haben. Mal in-game zu schauen, mal über die Streams zu schauen. Wir switchen einfach, Chad. Wir machen das Ding schon. Keine Sorge. Und dann natürlich nochmal, last but not least, die letzten Teilnehmer, die auch nochmal mit dabei sind. Ich freue mich einfach auf das ganze Geschehen. Für die Leute, die sich wundern, Farid und Kapi sind nicht dabei. Monte ist nicht dabei. Und Kalash ist dabei. Aber mit Kianos. Ja, der Monte mit Ziele ist auch nicht dabei. Boah, Monte mit Ziele wäre auch... Das wäre auch absolut... Und ich weiß gar nicht, ob jetzt... Auch krass, auch gut, ne? Ob jetzt der Ehrenbruder Seat Kolasinac mit dabei ist. Der versucht gerade noch, Mesut Özil zu überreden, Chad. Schauen wir. Boah, Özil ist auch gut, Leute. Das ist auch eine Maschine in Fortnite. Eieiei. So, und dann hätten wir das. Geil. Sehr geil. Sehr, 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 sehr geil. Freue ich mich schon sehr drauf. Mods, wie viele Leute müssen in der Queue sein, damit wir starten können? Habt ihr da mal nachgezählt? Mit 86 gerade. Nee, aber wie viele müssen drin sein? 90. Echt? Mhm. Wieso? Nee. Was sagst du, Sascha? Was sagst du? Wie sind die Grafiken geworden? Die Animationen und sowas? Auch mal ein bisschen... Auch mal ein bisschen, äh... Siehst top aus. Ey, Sascha, danke. Ich hab tatsächlich Corona leider noch, aber mir geht's heute gut. Heute geht's mir gut, Chad. So, warte mal. Gute Beistung. Sicher, dass es 90 sind. Könnt ihr nochmal nachzählen? Hundertprozentig? Bitte, guck mal. Danke, Argan, wir gewinnen auch. 45 Dus, okay. Orange, orange, danke für den 21. Shirt ist eine 10 von 10. Ja, so wie du. So wie du, Hübschauer. Jetzt sind es 90 gerade, Mann. Aber ich bin ja auch noch mit drin. Ich bin ja auch... Ich zähle ja auch als Person und der, der die Lobby eröffnet hat. Das heißt, ein Duo fehlt eigentlich noch, glaub ich, oder? Ich glaub, ein Duo fehlt. Hm. 92. Oh, 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 los, Leute. Erste Runde! Huh! Chad, guck nochmal überall rum. Ah, es sind so viele geile Leute dabei. Huh! Huh! Miss Austria, danke schön für fünf versteckte Subs. It's movie time wird's machen, Leute. Mit seinen Pickaxes. Sehr, sehr nice. Das ist ein Support schon wieder hier für euch. Höhöhöhöhöhöhöhöhöhöhöh. Tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü-tü. Oh, jetzt movie time ist das Spagat. Krass. Digga, der Typ macht YouTube-Videos. Oh, 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 oh. Auf Twitch. Der Typ ist crazy. Ja, wo nichts ist, kann man auch den, ne? Was meint ihr gerade? War ein geiles Lied, ne? Ich hör's grad wieder nochmal. was ist das denn leute natürlich lässt er wieder auf sich warten das ist so frech unfassbar ja aber wenn er zu spät kommt was ist das wie sauer und guck dir Sascha an guck dir Sterzig an wo der Bruder wir gehen auf jeden Fall nicht auf die Nachrichten ein die Leute haben sich richtig gut verkleidet sein war mit verkleid gewesen er hat sich auch als Äffchen verkleidet hat nein Spaßrohr hat alles gut so was gesagt wo hab ich den Sterzig hingetragen ich kann ja kurz zum Pirat machen ich mache einen Angler soll ich einen Angler machen oder sollen wir einfach starten starten warte wir haben 45 Dus das heißt ein Team fehlt Eldos hat ein Problem starten ich bin heiß ich bin heißer als Lava heißer als 36 Grad Lufti wie heiß bist du ich bin vulkan heiß wir sind Vulkane Leute meine Kinder wo ist das Problem ja dann wird richtig geschwitzt Bro ich muss das Update haben gerade noch machen ich bin mit 50% ich glaube ich guck mal aus dem Turnier hier habe ich den größten Probearm glaube ich sogar ich weiß nicht ob ich den ersten Tag spielen kann ich muss das Update machen was heißt denn 50% ist es 50% in 10 Sekunden ruhig oder ist es 50% du wartest schon seit 10 Minuten ja ja was ja machen wir also sind ja nur 10 Minuten also gleich na ich starte hier Junge starten wir warten gar nicht mehr neunundneunundneunzig Menschen auf dich Bro nein ey ich kann dafür nichts wenn dieses Scheiß hier nicht geupflegt hat keine Ahnung ich wusste nicht ehrlich nein dann statt ohne uns aber Sito darf ich Solo starten ja er soll es AIMBOT anmachen ich weiß es nicht er soll es Solo und AIMBOT so ein Ding ist das also ja muss ich frag dir mal im Chat sogar auch aber ich kann nicht eine Runde machen mit dem ich würde sagen wir starten ja wir starten erst Runde Leute let's go jetzt wir haben Taktik die haben unsere Taktik die werden wir jetzt fahren wir haben uns gut vorbereitet let's go Taktik wird gefahren Leute ich hab das Chatfenster glaube ich nicht an die werden alle zu früh Fokus ein okay Leute wir sind drin es läuft guter Drop guter Drop guter Drop komm lass uns hier imponieren direkt mit den mit den Kronen wir sollen gleich wissen oh holly shit oh he's a pro hier are pro players hier are pro players hier ist einer hier ist einer hier ist einer hey here's a pro player Hello I'm a pro player I'm a pro player yes please haha we should respect them father okay let's go okay let's go Du wirst voll aufgeregt, ja? Ja, ganz cool runterspielen. Das erste Runde. Ganz cool. Ich weiß ja nicht, was du machst, Digga. Bei mir ist keiner, keiner, keiner bei dir. Keiner bei dir. Wir sind free, wir sind free. Fortress, niemand, niemand, niemand. Big, 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 big play. Hier ist niemand, hier ist niemand. Zählt, zählt, zählt. Das ist auch keiner, wie ich sehe. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Big place, big place, big place, big place. Oh doch, zählt, es wird geschossen. Wie sieht es bei dir aus mit Kisten? Ja, ich habe erst eine. Jetzt kriege ich meine zweite. Ich habe Nades für die Bots gleich. Ich habe auch Nades. Ich habe auch Nades, ich habe auch Nades. Oh mein Gott. Ich habe guten Nut. Kannst du rübern? Dann können wir die... Warte, warte, warte. Wenn du da... Angel nicht, angel nicht, angel nicht. Angel nicht. Ich mache ich nicht. Wir können uns hier die Splash-Session. Ich move jetzt zur Tankstelle und dann holen wir uns gleich die Dings. Ich habe auch Dings. Sechs Nades habe ich. Wir können die absolut wegformen. Ich habe auch diese Roaster-Eier-Scheiße. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Komm mal her, wir nehmen uns hier noch... Ach nee, brauchst du ja nicht mehr. Okay, sehr gut. Ne, ne, mach mal du. Wir schießen noch zwei verschiedene Positionen direkt. Ja, warte, wir schmeißen zusammen die Nades raus. Sag, wenn du es schmeißt. Ja, warte, ich ist der Bot für mich, das habe ich... Warte, ich komm... Okay, Bro, warte, warte, warte. Okay, eins, zwei, drei. Ja, Leute, da gibt's nicht mehr gar nichts. Okay, okay, lobti. Mitte, 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 Mitte! Ja, Mitte, sich. Nein, nein, nein. Dank den nächsten Bot. Ja, warte ich musste, ich brauch hab keine Dings. Ja, 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 ich denke, ja, ja, ich mache schon. alles ist ja hier lebt ich sag doch mal ein wunderbar funktioniert sollte planen das war der plan sehr ich muss ja war neben ein ja okay ich bin hier mit wie viel monat so laufi direkt 94 jahre und 92 jetzt zappel ist glaube ich keiner beschießen doch zappel ist einer zappel ist einer luft siehst du ja ich sehe den sinn war leider noch in der luft oder geht auch unter der geht runter der ist der slot der slot hoch hoch schießt sich hoch direkt hoch der schießende von schießung viel mehr fliegt da ja ich sehe das weit unter der ist alleine unten oder ich war die kommando zentrale kurz ich bin ich reingekommen ich bin nicht reingekommen ich warte auf dich komm mal rein hä Bro sind die keine Jetpacks mehr? ich komm hoch sie haben die safe genommen ich bin bei dir lass hochgehen erstmal high ground positionieren hier ist keiner mehr glaube ich die sind abgehauen hä Bro hier ist kein Jetpack mehr ja haben sie mitgenommen hier sind sonst zu viele ist das Ding halt okay ist egal wir gehen auf high wir gehen auf high ja ich hab leider nur 476 Schuss ja alles gut ich hab 100 noch was es gibt gleich was äh Zone Bro zone ist eigentlich gut aber ja lass sie bleiben lass sie bleiben Scheiße ey Leute sonst sind da vier Jetpacks drin hier oder so das ist halt solutions down sehr gut wichtig läuft die ganze welche ne 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 schießt nicht schießt nicht schießt nicht warte ach ich weiß nicht ne 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 lass das wir brauchen safe storm search soll ich die Dings kaputt machen Bro ich hab schon ein bisschen Storm Shirts ich hab schon ein bisschen Storm Shirts sind sie 78 stehen nur noch alles gut das ist Bro du könntest wenn du willst da runter looten gehen noch wenn du willst Bro ist alles hier ist alles frei loote da noch ein bisschen ja du kannst glaub ich unten in Tilted auch noch ein bisschen Looten gehen ne wir haben hier echt so Baba Posi hier ist niemand hier ist nirgends wo einer hier ist wirklich niemand Baba 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 das ist sehr sehr gut hier wird schon ein bisschen in Tilted Looten Moon am besten Moon und vergesst die Munitionskisten nicht ja ja klar ich hab schon alle aufgemacht die ich gesehen hab und nicht dass die Bots gleich fighten ne äh ja die solltest du nicht contesten unbedingt aber die sind ja die fahren ja mit dem Panzer da rum einer wurde rebooted hier ist wieder gefunden ne wirklich jetzt sehr gut sehr gut sehr gut sehr gut dann können wir die gleich alle wegläsern hier dann können wir die 4 Moon hast du jetzt? 200 also ich hab jetzt 140 ungefähr gefunden gehabt geil 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 du kannst auch weiter hier ist wirklich niemand hier kommt niemand hier ist echt nirgends so sobald einer kommt rotierst du direkt nach oben ich sag dir bescheid ja ok Bro da hinten sind zwei ich glaub die Bots sind grad ausgestiegen oh mein Gott einer ist one die Bots sind bei mir glaub ich ne aufgestiegen kann das sein äh läuft die kannst du hoch ja ich komm ich komm ich komm ich komm ich komm oh mein Gott ich hab die so grad gegeben Bro die sind da hinten die sind dahinter oh ich weiß nicht wo die pushen Bro die waren echt low gewesen wir müssen eh pushen 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 warte hier fliegt einer vor uns vor uns vor uns auf die siehst du den ja die müssen wir warte 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 29 die hinteren der hinteren 32 die sind da unten die sind da unten schieß nicht schieß nicht warte noch da muss man das Auto äh schießt sind die da noch sind die da noch ja Digga lass uns hier lass uns hinschießen Bro da ist ja noch da unten wo wohnt schießen ist das Zone äh bei Greasy vorbei ja 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 das ist noch Zone vorbei boah das ist so und ja 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 komm ich komm mit und das sind äh äh du weißt was das ne ja genau genau wir müssen da wir müssen uns die Heiko und direkt direkt soweit wie möglich ich ich werde mir ein Auto schnappen Autos sind meistens hier ja 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 der fliegt mit ins Auto rein wie viel Moon hast du ich habe jetzt noch 127 Moon ich habe 194 AR 168 ähm 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 Munition MP ne AR 164 164 äh ja ich nehme hier ein Auto warte ich komm direkt lass mich lass mich fahren du musst schnell machen hier sind welche ja 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 sind zwei Autos ne ja komm 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 rein komm rein jetzt komm rein ja direkt hoch direkt hoch ja perfekt guck mal sind die Rifts doch da willst du noch da ne können wir die einziehen äh alle drei alle drei alle drei alle drei da wir können hier kurz Munition looten äh äh komm das Ok du gehst hier vorne ich gehe ins hintere Gebäude ne hier wurde gelootet hier ist gelootet ok 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 dann lass uns hinten hin lass lass flieg 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 doch direkt gucken wo es ohne Ende warte wir gucken wo es ohne Ende vielleicht ist ohne hier wenn es ohne hier ist haben wir big big play ja ja ist hier noch loot ja 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 klar hier ist noch loot und unter uns ist ein Auto ich habe trommelschrot ich habe grüne trommelschrot ist eine graue als du brauchst ja ja ich brauch Bro ich will den der ist noch nicht mal nicht dass ich verkack aber soll ich machen aber ist egal du kannst eh wieder blieben hier ja ja Mun nochmal runter gefallen ok warte ich wohl naja ich komme auch und da ist nichts mehr ok doch doch wir bleiben gleich schön auf dem Heilgrund ja 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 wir kommen hier sind irgendwo leute unter uns das Auto bleib rum wir sind safe hier irgendwo am campen die Zone ist hier hinterm Busch Bro wir müssen doch auf die Dinger hier auf die Dinger hier ja ja geh hoch wir müssen da kommen kommen hier vormi 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 ja der eine ist jetzt hier hinter gelaufen der eine hat die Shield Break jeder ist durch Bro ich muss kurz 50 an mir geben Chill kurz drauf ja mach das er ist wieder Shield Break ich bin noch full HP Digger ja Bro aber ich bin jetzt nicht bei dir die warte ich komme ich komme einer ist hier im Busch einer ist im Gebüsch Digger 49er im Gebüsch im Gebüsch ist einer komm hoch hier läuft die komm hoch komm hoch ja ich komme ich komme ich komme Big Play Big Play hier rum Big Play Big Play auf die nächste Dings oh mein Gott die nächste auf die nächste oh mein Gott richtig oh mein Gott Big Play hier rum Big Play oh nein oh die Toiletten funktionieren auch da müssen wir aufpassen ja easy easy in Arena gehen die nämlich nicht ok wir können es hier eingebaut oder guck mal hier drinnen kann keiner treffen Bro guck mal hier drinnen trifft uns ok nice 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 ja aber wir müssen verkehrt machen vielleicht besser warte mal ich hole mal die Kiste da drüben noch äh wenn jemand kommt ja ich hab den ok oh mein Gott Brody haben sie gelasert die sind da oben auf dem Berg rechts läuft die hinterm Stein ja beide 100 um 40 shit break 30 ich komme rüber zu dir hast du mal 50 auf dem Schlossi nein 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 ich kann es gleich nicht ganz gleich gleich mal einmal einmal nur einmal nur wir müssen hinter uns gucken dass hier vielleicht welche mit kommen jetzt kommen wir zu mir wir gucken jetzt hier wenn hier welche reinkommen ich habe nur noch 100 ich habe 125 noch passt was was ist das eine diese große starke wurde klaut nein wurde klaut links unter uns sind selbst hinter das one wichtig ich kann uns sprechen das ist von diesem stein mit dem stein die fahren weg nein in der garage in der garage ich habe keine ehrmung mehr lasst du komm mit komm mit da drinnen die kommen ins auto ich habe wieder 179 ja ich bin dran ich bin dran ich bin drin warte 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 wir müssen nein 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 war hier in irgendwo hier da ist nämlich sein vater genau um auf dem dach zu welcher verwaltbar weiter weiter und neben uns ist so gut hier sind welche ich muss mich ein erhalt ich halte ich habe ein richtig wichtig wichtig der ein ist hier alleine ich komme erst im haus kommen sie pushen auf die ja ich dachte ich wusste brauchst du noch mit kommt der muss die freunde sein der muss hier drin sein er ist hier unter mir erst noch das weiter sein vater ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme ich kann jetzt das pläscher des pläschers wie viele 55 nur hier wie viel wie viele pappen hast du warte 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 hinten ist einer ja ich rutsche ich rutsche ich bin in der zone ich bin in der zone hier hinterm stein oh mein er war nicht egal war gut auf einmal waren die formel das wäre wichtig vielleicht noch das war wichtig eigentlich schon kommt da hast du hast du was drei ich habe einen immer zu nur zwei wo ich habe ich habe zwei kills steht bei mir nein bei mir steht drei du hast drei gekriegt stimmt drei kills leute es macht ziel auf in common canyon sagt nicht er macht das ich sagte 1 hätten die märmung gehabt gewesen die also chef richtig gut das sind die beiden fußballer glaube ich oder ich glaube ja ja die haben letztem auch alles rasiert fettes gg ja ja leute so ein paar kills gemacht naja na gut so viel auch noch nicht die ging einfach nicht da und die waren zwar wieder so low gewesen einfach dick ist cool wie viele runden werden heute gespielt es haben heute sieben runden gespielt hey nasim dickes fettes gg mods könnt ihr mich einmal rüber machen zu nasim hallo hallo ist keiner drin bei denen im talk ist keiner drin nasim und felsen gar nicht im talk das will ich euch einmal ganz kurz zeigen das warte das will ich euch jetzt einmal ganz kurz zeigen kann ich einmal rüber gerufen zu nasim was macht der mod er ruft mich rüber zu nasim hast du vierter auch geil auch geil ey kuss 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 mit hier lauf ja ey das hier was geht ey was geht ab jungs ey holy shit was eine runde von euch vier kills win vier kills seid ihr happy nice seid ihr happy ne ja safe bruder moin 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 akashi erzähl doch mal erstmal ich hätte gerne gewusst wie viele kills die chef und so gemacht haben also ich spiel bei fortuna düsseldorf aha bin 22 jahre und ja ich spiel halt auch fußball warum lacht er nicht aus nasi warum lacht er nicht aus 22 bruder der nimmt er so ernst warum wird er nicht ernst vorstellungsgespräche einfach ja das ist ja auch wichtig nasi wie alt bist du denn was machst du denn erzähl doch mal äh ich bin 22 auch wichtig ja äh mod habt ihr viele wissen das gar nicht ach bin noch unter Vertrag bei schelke ich hätte nicht auf den kill gehen sollen Leute zum ende auf den einen ich dachte halt weil lofti sagt sagt wirklich lofti sagt nicht mehr wenn er lau ist sagt wirklich nur wenn er wirklich lau ist weil der hat noch der hat noch über 100 dem gehabt über 150 dem hat er noch gehabt welcher Platz wurdest du letztes mal da war ich am dianis und da waren wir boah waren ja lange auf dem dritten er wurde vierter glaube ich ne oder fünf stimmt stimmt du hast letztes mal earnings geholt holy shit ja doch vielleicht musst du dich nächstes mal auch einfach ein bisschen nerven muss ich auf dem schirm haben so ein wenig ich hab dich jetzt richtig auf dem radar was ist denn eure was ist denn eure Taktik bruder unsere Taktik war gerade ist gerade komplett schief ungewählt der Kasia hat mich noch wieder geholt zum Glück ja und dann haben wir es noch geschafft cool unsere Taktik bruder ich sag dir jetzt nicht ach die haben alle ne Dropmap sag doch mal wo man landet also ein ja das will ich nicht mal ich sag das offen und ehrlich überall ich muss die reinposten wo man landet das wissen ja schon die Leute am besser ja wer zirken will so einer Rocky Reels fliegen ja da ist sehr viel los kommt alle Rocky Reels kommt alle da ist sehr viel los da sind vier, fünf Teams mit euch neuer Custom Key Leute ich muss die kurz einmal rein machen einer hat mich direkt da weggeschickt zwei größte Suchten das war Respekt das war Revi glaube ich leider im Revi Revi also Revi also ich will die Standings ey Jungs dann ich aber wir haben leider nicht viel Kits gemacht schön dass ihr mit am Start seid ey blau wir haben auch so viele Leute wieder abonnen gemacht wie sagt ihr ehrlich ey Assists haben wir auch richtig viele danke Rossa kus kus gleich warum sind die Menschen immer alle so sympathisch Chat versteht ihr das aber ganz kurz der Key ist schon mal draußen an alle an alle meine Stümerinnen Kollegen alle 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 aber erste Runde ist ja noch zum Reinkommen Leute ich fand unsere Taktik hat gut funktioniert war wunderbar alles war ich ehrlich ich wäre auch nicht gestorben Digga auch vor allem sind die beiden ja ich dachte auch die sind schon vorgemoved ich dachte auch Leute die sind vorgemoved ich hab die gar nicht gesehen ich hab auch gar nicht mehr geguckt Bro ich hab gar nicht mehr geguckt Trimax möchte ins Quotstream eingeladen werden Leute es war eine solide Runde wenn wir damit bis zum Ende so eine Runde machen sechster fünfter vierter Platz und der erste so wie es ist konsistent das ist das Zaubermod die Leute die hier gerade zuschauen sehr 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 wichtige Sache und zwar sagt euren Streamern und Streamerinnen bitte Bescheid denn meine Mods haben einen eigenen Bot programmiert damit wir nach den Runden immer Clips haben die wir euch zeigen können mit den lostesten und geilsten Momenten das heißt das ist jetzt eine Ansage für alle Mods da draußen aus den ganzen Chats das wäre mir sehr sehr wichtig wenn ihr einfach Ausrufezeichen Amar Clips bei euch in den Chat eintragt also sobald ihr seht oh guck mal hier weiß ich nicht mein Streamer Streamerin super lost ich mache jetzt mal Ausrufezeichen Amar Clips in den Chat rein und dann wird es automatisch rüber geschickt an meine Mods die selektieren das nochmal durch aber es wird automatisch an meine Mods geschickt das heißt die müssen nicht in jedem Stream drin sein die 50 Streams die da sind oder vielleicht sogar 100 Streams das wäre richtig 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 geil ähm und was noch achso anonym Modus bitte 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 alle nochmal jetzt darauf achten dass ihr anonym Modus rausnimmt weil ihr wollt ja auch sehen wen ihr geschittet habt und ihr wollt ja auch sehen von wem ihr geschittet wurdet ja das ist hier kein das ist hier kein Ponyhof alles mal rausnehmen ey erstens ich bin zufrieden Leute erstens aber Baba das weiß ja am Ende bisschen WhatsApp Bro ist wichtig ja wild aber Bro nicht schlimm Leute okay Chat ich lese jetzt die Nachricht von Revi vor Amar Panzer sind als Movement aber erlaubt oder also wenn man nur oben drin sitzt und normal schießt oder Panzer sind nicht erlaubt was versteht der daran nicht nein gar nicht der Bingel du hast ja ein tausender Schutz dadurch da könnten wir auch den Dings machen damit looten es ist einfach wichtig fahre ich einmal durch Pleasant Park und dann fertig es ist okay Revi es ist okay wirklich man hat immer Chat und das müsst ihr euch vielleicht ist das auch ein gutes Beispiel für euch da draußen man hat im Leben immer auch ein paar Freunde die sind halt nicht so schnell im Kopf wie ihr und das ist aber auch in Ordnung das sind trotzdem gute Freunde mit denen hat man Spaß mit denen kann man lachen mit denen kann man weinen aber die sind nicht so schnell wie ihr die anderen so möchtest ihr das ist auch in Ordnung das ist dann auch in Ordnung genau war eine solide Runde hundertprozentig war eine solide Runde das war keine schlechte Runde war keine mega krasse Runde war eine das ist aber das ist halt diese Consistence zum Ende glaubt mir das wird das was entscheidend ist wenn wir immer so eine Runde abliefern Baba erklär das nochmal mit den Amar Clips bitte guck mal wenn deine Mods sehen da ist irgendein Moment der cool sein könnte bei dir im Stream und der passiert jetzt gerade dann ist er vorbei anstelle dass sie einen Clip machen und den irgendwo einschicken müssen sie einfach nur in deinem Chat Ausrufezeichen Amar Clips reinpacken denkt dran Leute im letzten Cup wo wir erster geworden sind das war genau so eine erste Runde hatten wir auch gehabt genau so eine erste Runde 1 zu 1 das ist vielleicht ein Zeichen Leute ich weiß es nämlich nicht nein passt? ok ja genau so ist es also eigentlich jeder Streamer und jede Streamerin Ausrufezeichen Amar Clips in den Clips Schreiben bei einem selbst und dann muss das funktionieren dann kriegen die wohl eine Benachrichtigung ist super easy ok einer schreibt eins in den Chat wer Rehwi auspfeifen würde guck mal Bruder das gibt erstmal ein Bann weil das ist nicht korrekt ist nicht korrekt muss nicht sein wir machen Spaß okay ich mach mal ich wollte das zappen ich will es nicht einschreiben ich hätte das ja nicht getan wir machen Spaß untereinander aber ist doch scheiße wenn so Leute dann kommt und so erste Runde ist eingespielt wir fahren jetzt auch alles über mit Mann ich hab scheiß Frost im Hals ist das dumm Digger guck Kevin schreibt sogar Real Talk ist nur Spaß Real Talk ey ist ein Real Talk Chat so Motz wie sieht's aus mit den Clips hallo keiner redet mit mir niemand ok dann geh ich einfach mal mit anderen Leuten in den Call auch relativ wenig Schild hallo irgendwie hatten wir ziemlich wenig hallo ich hab keine Mähes gefunden so keine Mähes gehabt nur Bini und was was hey Jungs was geht ab ey ich fand die Kommunikation gerade von euch richtig richtig gut ja war gut ja also Real Talk weil das Ding ist ich hatte gerade gesehen äh ähm Danny Mickey ihr habt gerade gegen die oben gefeitet so die sind natürlich im High Ground Danny hatte gesagt so komm um die Ecke oder so da bist du leider down gegangen dann hatte natürlich Mickey auch zu Danny gesagt ey du musst die unbedingt sprayen dann kann ich um die Ecke kriechen dann hat sich Danny einfach versteckt und dann bist du halt gestorben und dann bist du auch gestorben ich hab gesprayt ich hab gesprayt ich hab die ich hab die beide fast fast weg geschossen was hast du geguckt ja ja ok ne ich also willst du dir Fittler machen ein bisschen nein das ist wirklich Fittler machen Fittler hat's du zu los nehmus geholt ne ne der wurde das von anderen holt schade uns wurden echt so 3-4 Kills ja uns so richtig eklig Kills geklaut Alter ich hab Leute aus der Luft gelasert ich hab ich hab irgendwie ein bisschen mehr ich hab ein Kill wär wichtig wär echt wichtig ich hab nur gecrackt die ganze Zeit guck mal bei dem Modus sag ich euch auch ehrlich auch ein Tipp für alle anderen ähm du machst halt immer 50 Schaden auf deinen Shield immer das ist ja es gibt ja in diesem Nicht-Bauen-Modus ne auch für die Chats da sind du kannst 200 HP haben plus nochmal 50 und diese 50 diese extra 50 laden sich jedes Mal auf alle 6,5 Sekunden oder so ist natürlich geil ähm wann Standings Bro? ach Standings ja guter Call lass doch mal in die Standings oder? komm und in die neue Runde bitte ja wir zocken Leute wo sind denn hier Standings ach so Highlights gibt's ab nächster Runde by the way ich hoffe ich hoffe ja was soll ich das sagen ja ist okay da sind wir auch drin der Micky ist okay völlig fein ja gut wichtig super wichtig sind das die Standings? mal zeig oh oh wie geil das oh aber gute Grafik feier ich so ach cool oh cool na ist gut also finde ich auch richtig gut das ist der nächste nein das ist einfach Spendy und Insko also aber die warte warte ich mach's dir nochmal die Animation war cool die Animation war cool alle haben nämlich gespannt gewartet die alle haben nämlich gespannt gewartet ich zeig dir die Animation nochmal das war eigentlich ganz cool wir gucken nochmal ne ich glaub das nicht ich glaub das nicht richtig Bro die haben einfach die haben einfach durchgespielt die sind einfach sehr sehr stark die nimm ich alle das Bild ist auch sehr akkurat stimmt 23 kills first round sehr gut das passt dann auch wieder würde ich sagen rein in die neue Runde die Runde los ist ok warte ich guck mal kurz was da los ist hallo Amsie wie was was ist da los niederwort gibt mir erst hallo dicker Bruder das kann doch nicht jedes Mal mein erstes Mal dran liegen dicker jedes Mal erstes Mal diese Franzosen bringen mich zur Weißglut dicker das sind die einzigen Menschen die hier bezahlt werden jedes Mal jedes Mal sind das die einzigen die bezahlt werden dicker ich kann nicht mehr ich kriege herzufangen im Game natürlich boah war auf jeden Fall ne gute Runde nach der Zahl war ne richtig richtig gute Runde es ist auch jedes Mal das gleiche Team und jedes Mal sagen sie mir oh no we worked on it Amar no problem ich fass es nicht kriegen wir das nächste Runde safe hin hallo ja sag doch mal wenigstens so zieh sie mal an ok sie arbeiten dran chat wir gehen in die nächste Runde nächste Runde Leute let's go schade ich hätte gerne gewusst jetzt wie es aussieht ich fass das nicht aber Leute nächste Runde nächste Runde ich bin aufgeregt so Leute so Leute jetzt machen wir das Ding puh nee sonders diese Woche sonders kein Hunger Games weil Ostern ist oh mein Gott jetzt soll ich drüber wollen wir wieder jemanden triggern komm her nee nee dafür haben wir jetzt nicht zu gut abgeliefert ich bin schon etwas aufgeregt 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 wir hatten uns eigentlich da hinten contestet gehabt bei den Windmühlen keine Ahnung wir sind wieder clean die gehen welche hin da gehen welche hin ein Tilted gehen welche von mir bei dir will einer hingehen auf die aber der die sind zwei bei mir auf der Insel ne ne bei äh gegenüber oh die gegenüber also da bei dieser Fabrik da ja genau ja ist das egal ich könnte mir auch direkt ein Biggie falls sie mich ladern können ich habe äh Trommel ich ruht schon ne grüne nein ich habe auch ok einen Loot ich habe einen Sprengler unten Schildsprengler ok oh mein Gott auch Leute so richtig äh kannst eigentlich gleich rotieren wenn du willst ja ok ich ruht jetzt du äh Dings hier ja mach das mach das komm mal mit komm mal mit ja warte ach du hast schon Foodlight wieder ok nice äh ich habe ich habe ich habe ich habe leider keine gute Waffe ich habe nur eine grüne AK hier ist noch eine Kiste ja grüne Ecke ist aber auch für den Boss ist okay weil kann ich sie meine auch nicht ich habe nicht auf hier ist noch auf die kannst du hier warte mal hier nimm mal die Kiste links noch mit und hier ist auch noch auch hier ist eine Munitionskiste ich habe 200 Schuss schon jetzt oh mein Gott ich habe so viel Schuss gerade oh mein hier ist das Splashys noch lass erst mal den Boss holen die Splash sind nicht mit liegen drinne da habe ich Boss hat gute Pose gerade hast du bist du ready ja 1,2,3 das wird noch immer noch ja perfekt rechts den anderen Watt kurz ja nice 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 voll dachte gerade schon das wäre ein Dings ich habe so viel nun jetzt die Runde oh mein Gott bro dieses Scheiß Dinger Leute die braucht doch kein Schwein diese ekligen Raketen Dinger da wer spielt die äh ich lasse den Ebel hier nehmen wir mal Minis mit ich habe nur 14 AR Schuss Dinger 14 14 AR Schuss hier ist noch ein Biggie den du mitnehmen kannst ich habe blaue auch äh warte warte oh mein Gott hier ist Lila auch hier ist Lila auch okay ich komme hoch warte kurz ich gebe dir den Schuss lass mal gleich äh ich gebe dir gleich äh ich gebe dir oben Schuss komm her ja danke hier jetzt jetzt ne was 223 habe ich ich gehe direkt hoch ja wir rutschen direkt hoch da sind welche da sind welche auf Halt die fliegen weg die fliegen weg die fliegen weg sehr nice sehr nice die gehen runter die sind L oh mein Gott hä warte mal ich hole hier ein Jetpack ich hole ein Jetpack hier ja ich ich halte hier halt erstmal die haben gar nicht alles gut die waren doppel L unten gewesen guckert wo die sind die waren wo ich markiert habe eigentlich bin ich der Meinung ich habe jetzt keinen mehr gesehen die waren glaube ich auch lost gewesen Leute bin ich so viel dahin geflogen da ist er das die gehen rein warte warte noch nicht noch nicht noch nicht noch nicht wenn die gleich hier lang gehen dann lasern wir die ok ok ich sehe nur keinen deswegen komm mal zu mir komm mal zu mir komm mal zu mir ich komme wir sind im haus wir sind im haus kurz komm mal zu mir wenn ihr aus dem haus kommt dann lasern wir die warte mal die sind hier ins Haus gern warte noch nicht ne ne scheiß hier sind irgendwo nades ja das ist fliegt man nicht fliegt man nicht dass die dich sehen die sind in der luft die jetzt lasern straße einer ist einer ist weg einer ist hinten alleine der ist da alleine sagt wenn er movt sagt wenn er movt sie leider gar also ich sehe er war kurz zu sehen der muss er 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 ich nicht robo kannst du ihn sehen ich muss ich push ihn ist egal ich push ihn lauf die schieß auf ihn schieß auf ihn ich sehe ihn nicht nein er ist auf one wo ist der wo ist der hin er geht runter zur tankstelle da sind beide da sind beide da sind beide jetzt da ich habe Nates geschmissen hier drin oder was da hinten da hat er ist da hinten auch einer nur hier vorne wo ich drauf schieße kann sein dass es jetzt rausgehen ich habe reifen kaputt geschossen wir haben was drauf gebaut vorne aufs auto ich schieße auch schon mal kaputt ich gehe runter ich schieße auf unten von die sobald ich die sehe ich schieße ich vorher brauche ich nicht schießen wir gehen hinten raus 2x27 wir gehen hier zum lkw einer ist vorhin der ist bei der treppe da 27 der ist im leuchtum drinnen unten im leuchtum ist er alleine drinnen so viel ich weiß 41 nice ich komme gleich hoch was wo ist der andere weiß ich nicht habe ihn nicht mehr gesehen der würde höchstwahrscheinlich für die karte dann gehen soll ich kommen und loot holen warte warte bleib hier gib mir decken ja ich habe den loot hier ich habe den loot okay nice 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 einmal kurz zurückkommen ich habe sie mal ja ja schuss wenn er für die karte geht ist er weg wo ist der hin weißt du wo der hingegen ist der ist hier irgendwo enttiltet und wir müssen gleich rotieren ne ich würde sagen wir gehen irgendwo aufs cover canyon der auto ist er mit auto mit auto läuft ist er alleine weiß ich nicht das ist er alleine ich schieß weiter schieß weiter ich gehe runter ich gehe runter hier ist bei mir einer noch die ich komme ich sehe ihn nicht hier im bus hab ihn hab ihn hab ihn okay finischen 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 der ist in mir komm runter komm runter lauf die okay ich komme ich komme zu dir die schießen nicht hoch da schießen nicht hoch wir müssen weg flieg zu mir lauf die ja ich komme doch jemand ist gerade hochgekommen ja ja gut jetzt sehr gut jetzt respekt hier jetzt bei mir ja ich kann es machen oh mein gott ich muss rein ich muss da rein ich bin gleich da und nein 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 ich bin hier oh mein gott gibt die märkte ja 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 warte ne komm her ich kann es gleich nicht ich kann es gleich einmal ich habe zwei ich habe ja auch noch einen fisch chill kurz hier wir gehen gleich auf high und dann fliegen wir die werden nämlich gleich in die zone fliegen wenn die fliegen dann gehen wir hoch und hier haben wir auch die automaten die mir bitte wir sind auch noch die specials wir warten jetzt erst mal wir können vielleicht die die fischern ja ja wir nehmen aber erst mal hier die dingste die dinger hier zum aufdinken ja genau 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 okay die haben sich geschossen die haben es geschafft komm her jetzt die splashes hier nehmen die splashes hier okay komm links hoch jetzt hier links hoch damit sie bleiben ja sie bleiben hoch hast du noch green life dann ich habe zwei medkits zwei zwei gleich ist wo wir hin können ich muss selber suchen gerade ohne ohne dings ja ohne schießen hier auf den auf den berg da kommt einer reingepft mit der zone rein fliege hier auf dem ne da sind welche da sind welche hier runter hier runter unter der unter der ist einer der gut ist einer gut auf den hund ich bin schreit unter dem oh mein gott ich glaube das weiter dann ist schreckt ja 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 alles gut geht weiter ich habe auf jeden fall medkitziger bleibt kurz in der luft wenn du die medkitz meine karte muss jetzt können es ist feiertig muss jetzt können jetzt können ich gehe die zone was soll ich da machen er fickt mich das war nicht sein ernst weiter er wird da drin sein alles nachgeladen also wir machen schade schade ja der wolf hat es nur zweier tics gemacht also das war okay da werden weiter müssen weiter fliegen gehen ja viel zu offensiv bestimmt aber so ist er ja wir müssen noch bled gegen die können die können auch nicht mehr spielen ja wir hätten nicht reingehen dürfen jetzt mal sicher ritz landen sollen und dann rein und nächstes mal schießen wir uns auch rein das geht viel schneller digger ja braun was kannst du nicht so gut lenken meiner Meinung nach weiß ich nicht mach es einfach zur hälfte den gleit auf und dann geht es nicht mehr so gut ich will eigentlich ein boot ich will eigentlich ein boot Chat, wie findet ihr das Format? Wie findet ihr eigentlich Nicht-Bauen? Seid mal mal kurz eure Meinung reinschreiben. Wie findet ihr eigentlich den Nicht-Bauen-Modus in Fortnite? Also, er wird jetzt niemals das normale Fortnite ersetzen, aber für mich persönlich, als jemand, der jetzt nicht der beste, beste Spieler ist, der irgendwie 90s crankt und irgendwie alle right-peakt und sowas, ist für mich der Modus sehr geil. Oh mein Gott. Dann holst du dich. Oh, stark, Miki. Nein. Schwach, Miki? Digga, was macht er da? Sehr geil, mega, mega, mega. Nein, das ist okay. Nicht so anstrengend für die Augen. Alter, Miki Down, Top 12. Von Maxify! Wir haben auch echt immer so Müllzonen gerade, Leute. Also, absolut so Müllzonen. War P ist noch alive? Ich erhoffe mir auch heute ein bisschen mehr von Inscope. Inscope und Spendi, falls ihr das jetzt gerade seht, das ist gerade eine kurze Ansage an euch. ein Public Announcement an euch. Jungs, ich möchte von euch, dass ihr Gas gebt. Ich bin... Ich will einmal kurz an deren Call. Modus, schieb mich bitte einmal kurz rüber. Oh, das Trimax wahrscheinlich. Der andere ist gut low, Bro. Ich finishe deinen. Oha. Oha. Der andere ist gut low, Bro. Ich hab Minis, Kevin, pass auf. Ich weiß nicht, wo er ist. Ich chill auch erst mal. Oh, fuck. Was dann? Oh, was denn? Ja, Bro, say. Oh, Bro. Oh, mein Gott. Ich chill auch erst mal. Kevin, hier Minis. Ich hab Hill von oben. Ja. Und hier BG. Verschiebung da auf, Verschiebung da auf, Bro. Was mache? Ja. Kevin, wir müssen, wir müssen hier rein. Komm mit, renn, renn hier rein. Ja, ja, oh gut, oh gut. Ich bin bald in dem Discord. Ich sag, ich will bei Inscope rein. Ja, ja, oh gut, oh gut. Ich denk mir so, warum hör ich alles doppelt? Wirklich, dass ich hier bin, Bro. Nimm mal den Spray, Kevin. Chill, 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 chill. Boah, Alter. Die Puschen? Doch nicht. Die Mods schon mal Anwärter für die 500 Euro, Chat. Nimm das nicht in die Spray und Spray zu. Nein, hier unten, hier unten. Ja, 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 ist okay. Nein, hier ist die Spray, Bro. Nehmen. Was denn, was denn, was denn, was denn? Also, ah, ja, ja, ja. Cuisine, Dior, 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 Dior. Damit kennt er sich aus, der Kevin. Wie benutze ich das? Einfach in Linken und drüber halten. Also, Papa, Platte benutzt nicht die... Danny hat einen kleinen Schniedel. Ey, wie ging der Song nochmal? Wie ging der Beat nochmal? Ich weiß es nicht mehr. Elf Leute noch alive, Chat. Elf Leute noch alive? Ich weiß nicht, ob ich wieder diese Zoom-Waffe nehmen sollte. Die Zoom-Waffe, Bro. Geil, Alter. Aber ja, trotzdem, ich glaube, ich muss aimen, ne? Ja, ich bin einfach zwei Sturmgewehre. Alleine das ist schon Kino, Bro. Ich fehle einen beim Schein. Da. Da oder links daneben? Ja, äh... Digga, die müssen einfach nur dahinter chillen bleiben. Hast du alles für die nachgenommen? Äh... Ja, sieht gut aus. Kevin, hier bei mir, hier bei mir. Geil, Bro, aber ich bin echt zufrieden mit unserer... Mit unserer, äh, sag ich ehrlich, wie wir playen. Ja, äh... Wollen wir springen? Wir haben da eigentlich ne... Wir haben da, weißt du, wir können uns immer die Frequels aus... Die zwei Frequels aus, äh, Territ holen. Oh, oh! Digga, was ist das für ein Aiming? Aber genau deswegen sind das die Losten-Legenden, Chat! Genau deswegen sind das die Losten-Legenden. Holy shit! Wie ist Essie geplaced? Achso, ich dachte, Sterzig ist noch alive. Oh, gute Frage. Warte mal, Willi ist noch alive? Zeig mal her, Willi. Guckt euch die Zunge an, Chat. Guckt euch die Zunge an. Guckt euch die Zunge an. Guckt euch die Zunge... Achtet nur auf seine Zunge. Scheiß auf das Gameplay. Real Talk. Ich erzähl euch, was im Gameplay passiert. Jeff Hardy jetzt, aka Willi, geht jetzt über die rechte Seite. Er ist der letzte Solo, wahrscheinlich, der noch alive ist. Über ihn sind die Gegner. Sie impulsen sich jetzt hier direkt. Nehmen, er holt sich jetzt hier, Ario Samuel. Scheißt, scheißt, scheißt auf das Gameplay, Chat. Ich erzähl euch, was dort passiert, aber guckt nur auf die Zunge, bitte. Nein. Nein. Let's go, bro. That's what I'm talking about. Omid hat gewonnen? Warte mal. Omid hat gewonnen? Hat mich Omid geholt. Omid hat gewonnen? Hat mich geholt, Sidney. Am Ende? Nein, Alter. Omid hat gewonnen. Omid hat gewonnen. Ich lauf nicht. Das will ich als Clip unbedingt sehen. Omid spielt mit dem Motz. Omid spielt den aber richtig durch, Digga. Omid spielt mit dem Motz einmal jetzt hier rausfinden. Das wäre mir persönlich sehr, 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 sehr wichtig. Sehr, 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 sehr wichtig. Ey, ich habe restartet, weil die Scheiße, wenn man so... Jetzt sieben Assists, was? Omid ist der beste, Leute. Das war Willi. 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 Ich hab mich noch eine gold. Geil. Andere, der sich freuen, Digga". Geil. Äh, der Team ist der Mensch, scoop uhоров. Aber wenn ihr gewonnen habt, ist okay. Wirleben ist ein oddly freundlich. Ich secse dich, Leute. Tut gut. Hallo? To gut. Ay, so geil. Ey, Jungs, GG's, Mann, ey. Reapers ist schon ein harter Carry, ne? Also, Reapers ist echt eine Maschine. Ey, ey, Bro, ich sag nie wieder was. Ich sag nie wieder was. Aber dieser Modus, guck mal, Jen, da merkt ihr wirklich, also, ich muss einmal ganz kurz weit ausholen, da merkt ihr, dass in diesem Zero-Build-Modus wirklich alles möglich ist. Da kann wirklich der aller, allergrößte, ne, der aller, aller, allergrößte, schlechteste Spieler der Welt, wirklich, der noch nicht mal gerade ausschauen kann, der noch nicht mal wirklich, warte ganz kurz, lass mich doch ganz kurz aussehen, wie unhöflich, wirklich jemand, der bodenlos ist, der den lostesten Clip ever schon mal kassiert hat. Selbst der kann einen Sieg holen und selbst der kann einen Kill holen. Ja. Ich hab's im Gefühl, wir gewinnen die Runde, hat er gesagt. Niemals. Also, ich schwöre, der hat's gesagt und Willi hat davor in der Runde gerestoppt und den Loser genannt. Und der, ausgerechnet er, macht auch schon einen Kill und kürtet Willi. Killt man, okay, aber jetzt noch besser playt und dann, Leute, sind wir wieder drin. Dann sind wir wieder da. Kommunikation passt ja schon, ne? Ja, das ist ein guter Problem. Weg zum Abfliegen, ein bisschen weiter rein. Klar, man hat gedacht, vielleicht unter der Treppe, unter der Brücke, diesen Lost. Ich hab uns noch kurz gesplasht. Ey, Stalkyux, wie viele Kills habt ihr? Wie viele ist jetzt hier geworden? Hat das jemand geschrieben? Neuntan. Neuntan. Hier steht halt was anderes. Ey, warte mal. Jungs, ihr habt schon mal 500 Euro. Stimmt, das hab ich auch vergessen. Nassim, falls du grad zuschaust. Ihr habt schon mal safe 500 Euro, weil das Format ist ja heute ganz klar. Hier, ah ne, die Preisverteilung. Ähm, das sind die Preise. Für Top 5 gibt es Preisgeld und Pro Win gibt es auch nochmal 500 Euro. Pro Win. Als aber auch für den lostesten Clip auch nochmal 500 Euro. Okay. Sau geil. Boah, Digga, so gut. So gut, Reapers. Du bist dein bestes Spieler auf der Welt. Ich schwöre da. Ey, ich chatte auch bei Stanley. Alles clippen, was ihr könnt, ne? Ey, sag aber. Ach so, ja, sag was, natürlich. Zwei Sachen? Zwei Sachen, erzähl's mir. Amazon Prime ist kostenlos. Wer so ein Turnier solche Emotionen unterstützen will und das noch kostenlos, kann einfach sein Konto, sein Twitch-Konto mit Amazon verbinden und einfach kostenlos eins haben. Sehr smart. Es ist wirklich. Und damit, Sache Nummer zwei. Und die, die es bei YouTube nicht machen, kann das gerne bei mir tun. Riecht's aus, Leute. Ich glaub, Amar hat in seinem Chat ein Command, der nennt sich ausrufezeichnet Prime. Ein was? Nochmal? Ein Command? Wie heißt das? Command? Alles gut, mach weiter. Command ausrufezeichnet Prime. Da gibt mir noch den Link und wenn dein Konto mit deinem... Was ist du da? Pudding. Pudding. Mich Freezy, dann bedanke ich mich für die fünf Euro. Selbst auch natürlich bei einem Puppet, der jetzt hier auch ein Rundensieger ist, als aber auch ein Reapers, der heute Geburtstag hat. Ne? Darf man auch alles immer nicht vergessen, Chad. Kann ich noch eine Sache sagen? Du darfst noch eine... Eine Sache darfst du noch sagen. Rett am Montag und am Dienstag in die Läden und holt euch Vita-Welt. Stimmt, kommt der jetzt raus. Aber, äh, ich kann das nicht unterstützen, sag ich dir so, wie es ist, weil bei mir kam noch kein Paket an. Habst du geantwortet? Wem hab ich geantwortet? Ja, der Vita-Welt-Seite. Ich hab Elie geantwortet. Okay. Ich schreib doch nicht mit einem Community-Manager von Vita-Welt. Ja, aber ich schreib nicht mit einem Community-Manager von Vita-Welt. Ich möchte mit Elie schreiben. Dienstag. Dienstag. Dann Dienstag. Brotag ist Feiertag. Nein, Chad, ey, checkt das auf jeden Fall ab. Sehr, sehr geil, was die Jungs auf die Beine gestellt haben. Und ich bin auch gespannt, wie das schmeckt. Real Talk. Es schmeckt super, ich hab's gerade vor mir. Echt? Ah, cool, dass du es vor dir hast. Ey, alles gut. Ey, ich geh mal rüber, Jungs. Real Talk, richtig gute Runde von euch. Kost. Cool, dass er es schon vor sich hat. So. Ich muss einmal kurz den Key eingeben. Dann kriegen wir hoffentlich die Standings. Standings, Amy, wie sieht's aus? Ready, ready. Geil. Standings ready, Chad. Okay, Standings, Leute. Standings ready. Wie sieht's mit den... In Game 2. Okay. Also zusammen kombiniert, ja? Mhm. Okay. Und wie sieht's mit Dings aus? Aus dem Key kommt jetzt auch. Okay. Und wie sieht's mit... Schnitt? Schnitt auf. Äh, Clips, warte mal. Machen wir ready, Lofty? Wirst du Russki ready sein? Ich weiß nicht. Machen wir ready? Ready, 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 Lord. Ready, ready, ready. Schon wieder keine Standings gezeigt, Digga. Ich sag euch Dings. Doch, doch. Er zeigt die Standings. Marketing, Marketing Boss. Mit Tag, das ist okay und nice. Guck mal, wie viele Subsa hier reingebracht, Chad. Standings, Leute. Und die Prime Star reingeflattert sind. Kuss, Chad, Dankeschön. Es kommen jetzt auf jeden Fall einige Clips rein. Sehr gut, Beats. Wir gucken uns das gleich einfach mal an. Es ist auch heute für uns ein Test. Entweder nehmen wir das, was Beats extra für uns programmiert hat, Chad, was sehr, sehr, sehr krass ist. Oder wir nehmen halt, wir machen beim nächsten Turnier wieder mit den Mods. Das ist für uns heute selber auch ein Test. Mal schauen. Vielleicht klappt es, vielleicht auch nicht. Bist du morgen in Bielefeld? Leider nicht, Chad. Ich hätte sehr gerne Bayern Bielefeld geschaut, aber... Ey, warte mal. Ich kann jetzt doch. Oh mein Gott. Monte Turnier fällt doch aus. Aber morgens Cash Cup, fuck. Warte mal. Ah, ich überlege es mir noch. So. Also Standings für mich rein? Yes. Okay, ich gehe jetzt rein und die Standings. So, Chad. Jetzt gibt es natürlich hier die allerschönste und allerbesteste Animation dieser Erde. Gemacht von Aimsons. Gemacht von Fledermäus. Die beiden Jungs haben sich zusammengesetzt und geschnippelt. Und jetzt kommt sieben so. Top 10 oder Save. Ich kann nicht reden. Ja, ja. Die Top 9 Bestenliste an nach der zweiten Runde. Und wir fangen natürlich ganz unten an. Und da ist jetzt gerade Standardskill und Lofty auf der Seite. SU und Amiens. Die beiden YouTuber jetzt hier auf der Nummer 2. Ach, Hanky und Alex. Ich sagte, wir müssen hier auf Placements gehen. Hanky, ein Champion, ein Box-Champion. Scheiß auf geht jetzt. Wir gehen auf Placements. In der Landess-Arena. Und Alex direkt der Coach nebenbei. Ja, aber wenn wir so Lust haben, können wir schon auf die gehen. Und natürlich von Trimax und natürlich auch von mir auf der Nummer 07. Aber alles noch drüber, Leute. Nummer 6. Sydney und Willi. Willi gerade schön nochmal einen linken Haken kassiert von Omet. Hatten wir gesehen. Und Pierre-Emerick Aubameyang als aber auch Willi Aubameyang. Chad mit so einem riesen Dödel. Die beiden kommen dort rein auf der Nummer 5. Und die Wehren stand jetzt in den Earnings. Da müssen wir auf jeden Fall gleich reinschauen, Chad. Bei den beiden Bodis. Muss ich auf jeden Fall gleich mit denen sprechen. Trimax. Warte mal. Trimax und Romatra? Auf der 4? Das passt auch nicht. Omet hat doch einen Win. Halb steht doch da, Chad. Also ich sehe jetzt nicht. Also ich sage mal so, ihr seid blind. Ihr seid blind. Ich nicht. Ihr seid blind. 13 Kills haben die. Krass. Aber dickes Fettus GG. Max Romatra. Sehr geil. Und dann jetzt Omet und Reapers mit dem Sieg aus der letzten Runde. Chad. Alle haben ihn belächelt. Jeder hat ihn ausgelacht. Wirklich jeder. Und nicht wegen seinem Spielerischen, sondern wegen seinem Aussehen. Und das finde ich schade. Das finde ich wirklich schade. Omet, du bist ein hübscher Mann. Okay? So. Und Reapers, unser Geburtstag, sind jetzt hier auf der 3. Nassim, Bujelab und Phil Sieben auf der Numero DOS-Chat. Unsere beiden Fußballprofis, die jetzt hier auch nochmal reinrasieren. Und Chef Strobl und Flobby. Kein Sieg. Aber dafür 13 Kills. Und sind damit auf der Numero UNO gerade. Chef Strobl und Flobby. Ich schreibe mich, wo Dave Knight ist mit seinen großen Sprüchen wieder. Wo ist Dave Knight? Ich sehe auch keinen Kiannis, der mit mir um Essen gewettet hat. Das ist der Bello Gamer. Ich sehe die alle nicht. Ja, das sind immer große Quatscher, aber nichts dahinter. Entweder, es ist einfach Chef Strobl. Bro, aber das Ding ist, guck mal, wie nah das alles beieinander ist. Ich sage dir, selbst erster Platz locker noch drinne. Das ist alles so nah noch beieinander. Das ist alles noch drinne. Wenn wir jetzt ein gutes Game haben, können wir direkt auf die zwei gehen. Klar, sofort. Er erinnert gerade, warte mal. Wenn Chef Strobl und Flobby sofort sterben, dann sind wir sowieso. Ich zeige einmal ganz kurz für den Chat und auch für die Streamer. Achso, das seht ihr jetzt nicht. Aber für die Streamer und für den Chat, dann seht ihr vielleicht jetzt gleich, wie viele Leute noch hier drinne sind. Es sind nämlich 83. Wir müssen in der Lobby 90, nee, 92 sein. Wenn dort eine 92 steht, kann ich starten. Ohne eure Mithilfe da draußen kann ich nicht starten. Schreibt bei uns in den Chat rein, wenn man in die Lobby reinkommen soll. Das wäre korrekt. Spielt Hellermill. Ich finde auch, dann sollte man auch noch die starten. Ja, geil, finde ich richtig geil. Real Talk, er hat sehr lange bei keinem Turnier mitgespielt. Und jetzt ist er am Starten. Gerade bei so los. Wir können jetzt mal den Arsch hinterher tragen, oder? Das Skillgap hier in diesem Turnier ist gerade entspannt. Da ist keiner zu OP. Da ist keiner zu krass. Da ist keiner zu schlecht. Das finde ich gerade sehr, sehr geil. Meiner Meinung nach. Ich muss sagen, die Leute sind gut ausgewogen. Sag ich auch echt, Leute. Die Liste ist falsch, Bro. Okay, könnt ihr nochmal nachschauen, nehmen sie? Das Zielwort ist so, wie wir es haben eigentlich. Also es sollte richtig sein. Sollte richtig sein, okay. Omid und Reapers haben 13 Kills, aber in Berlin, warum sind die dritte? Okay, gut. Das ist Lost, Chat. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein, 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 nein. Motz, ihr müsst doch einfach mal auf den Chat achten. Und wenn sowas Lostes passiert, dann müsst ihr doch einfach mal ganz kurz bitte den Sub-Chat reinmachen. Oh mein Gott. Ich zeige euch mal einmal kurz natürlich hier die Punkteverteilung, Chat. Das ist die Punkteverteilung. Vielleicht kommt ihr selber da drauf, warum das so passieren könnte. Boah, Placement-Points sind ja echt brutal, ne? Der einzige, der jemand auf der 3 ist, obwohl er einen Sieg hat. Ja, die Platzierung geben schon echt big Punkte. Ich glaube, eigentlich fast Platzierung, wenn ich das so sehe, sind eigentlich wichtiger. Okay. Ja, ja, klar. Ey, Bro, ich sage dir echt, wir werden jetzt, glaube ich, ich muss sie früher rotieren. Auf mehr, auf Dings gehen, auf Placement. Ja, guck mal, wir können uns jedes Mal ein Auto nehmen, Digga. Ja, ja. Die wollen nicht fighten, die wollen nicht fighten. Wir gehen immer schön auf den High-Ground. Ja, okay. Und dann bombsen wir die da weg. Ich hätte gedacht, Leute, Platzierung ist wichtiger, aber die Kills ist wichtiger, aber ist nicht. Wo ist das Video? Wo ist die Placement? Also Placement sind schon echt krass important. Krass important. Wo ist die Placement? Wir gucken rein, Chat. Ab in die Highlights. 4 Minuten 30? Bruder, ich kann mir doch kein 4 Minuten 30 Video reinziehen. Nee. Dann gucken wir da... Nee. 4 Minuten 30 ist zu lang. Doch, ist Content? Ey, wir warten eh noch auf die letzte Person. Dann warten wir eh noch auf die letzte Person, Chat. Okay. Okay, dann starten wir mal neu. Oh mein Gott. Starten wir mal neu. Oh mein Gott. Okay, und los. Ah, okay. Wir warten. Ja! Ja! Wir sind Platz 1! Hä? Ja, Jungs! Wir sind auf der 1! Endlich! Der Polar Express! Wir sind auf der 1, Jungs! Ja, Jungs! Oh Gott, so viel verloren! Tanzer wollte mal du Pickaxen! Den Tanzdick hab ich sie wieder steuert! Sie hat einen Kegel gemacht, freut sich voll, ja? Der Polar Express Chat. Ich helfe das doch ihr! Ah! Ah, das sind doch welche! Ah! Gleich Christian Dior, bro. Dann halte er sich nicht. Christian Dior? Mann, hättest du dein Scheiß-Mäckchen nicht genauer. Das Wort von Janina hat er mehr getötet. Wow, wie viele wurden von ihr geholt. Hallo, Mann. Du bist los. Oh mein Gott. Nein, das ist der Bot! Hilfe! Nein! Wohin dich vom Bot gekehlt? Nee. Das ist nicht los! Doch. Nein, du hättest kommen da. Cool. Ich hab nicht gesagt, die Party machen, Mann! Ich war fast dead und hab gesagt, ich bin weg. Ich auch. Ich auch nicht. Ich hab doch gesagt, ich bin schaue. Ich hab nicht gesagt, wie viel Spaß die haben. Die lachen sich tot. Joshua, ich bin down. Joshua, ich bin... Nein, ich bin nicht down. Wieso hast du so viel Damage bekommen? Ich bin angeschossen. Hä? Ich bin down, Joshua. Die haben uns grad sogar geholt gehabt. Oh nein, du kannst sprinten. Oh nein! Ich renn zur Zone. Ich hab... Ich... Oh mein Gott. Sikerem, besser machen Sie das nicht. Hahahaha! Hahahaha! Ich hab irgendwie einen Trick gehabt, ne? Ich hab mein Ding dabei. Ich hab mich auch jetzt... Hahahaha! 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 Sikerem! Hahahaha! Scheiße! Geil, dass Micky seine Cam auch rechts hat. Oh nein! Janina, Digga! Halt's Maul! Halt's Maul! Hahahaha! Halt's Maul! Scheiße! Ach, das sind die, die wir geholt haben. Glaub ich. Ne, ne, die haben mich schuld. Die haben grad nichts schuld. Warte, warte, warte. Ich mach... Doch, doch, doch! Oder? Hahaha! Oh mein Gott! Bin zu dumm? Doch, doch, das sind die. Hahaha! Sehr geil! Hahaha! Was ist da? Was ist da? Was geht da? Doch, ich glaub, das waren wir. Das... das waren wir. Schade. Jetzt sagen sie... Nein, nein, das war... Hä, was warst du da? Ich hab noch grad den sich gesehen. Das war Mickey gewesen. Ah, okay. Hahaha! Oh! Boah! Er war's gegeben! Er schießt sich zu den... Ich war besser als in der ersten... Ich war besser als in der ersten Runde, Digger. Ich war besser als in der ersten Runde, Digger. Ich war besser als in der ersten Runde, Digger. Ja, ja, ich bin da, ich bin da! Oh mein Gott, wie, wie, wo ist den Check-Fick? Wie geht das? Wie geht das? Wie geht das? Jetzt heal, heal, duck und heal! Heel, heel, heel! Heel, heel, heel! Er könnte jetzt was selber machen. Ja, GG, Digga. GG, chat! GG, GG, das war's! Boris! Scheiße! Ducken und healen! Er hielt sich selbst! Oh, wie cool! Wie cool ist das? Oh mein Gott! Und die haben gerade gewonnen, chat! Ich hab gesagt, ich fühle, dass wir's gewinnen! Du hast gesagt, nimm mich verrückt! Du hast gesagt, nimm mich verrückt! Ich hab ein Geh gemacht! Du hast den letzten Geh gemacht, zum Sieg! Let's go! Oh, fuck! Geil! Geil, geil, geil! Ja, echt geile Clips! So, kann ich jetzt mal losgehen hier? Nächste Runde, ich verheiß, Junge! Wenn das nicht alle sind! Starten jetzt hier! Egal, wer drinnen ist hier! Ab geht's! Nächste Runde, Leute! Lass uns im Round jetzt hier! Komm! Jetzt sind sie drinnen! Bro, ich sag dir ehrlich, Lufti! Wir werden auch nicht mehr... Wir werden auch nicht mehr auf Dings gehen! Äh, vom Zeppelin runter erst mal! Wir werden jetzt auf Placement gehen! Wir werden jetzt wirklich auf Placement gehen! Leute, ich dachte wirklich, Kills ist die Meta, ist aber nicht! Wir müssen wirklich Placement spielen jetzt! So, das werden wir jetzt machen! Ja, genau! Die ersten Meinung haben wir falsch gespielt, Leute! Jetzt sind wir drinnen! Was weckt hier so, eh? zog ist gut zog ist gut leute der zug fährt über unsere placement das ist die runde läuft sicher runde ich mache ich muss ein ding so machen siegern der sieger und ja ich habe wirklich sehr kann auch sehr offensiv aggressiv reingehen weil wir wenn ich das jetzt noch mal mit dem platzierungspunkt mir so durch den kopf gerechnet habe da müssen wir leider auf placement gehen das bringt nichts dann müssen kämpfen wir gehen ja gut hier ist ein bisschen früher und dann wir hoffen jetzt ein bisschen hier auf unserer seite ich werde contested nein 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 okay die gehen lager minis wären big leute minis 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 ja ich habe auch nicht das ist wie weit bist du ich kann noch kurz sagen ja ich komme ich nicht jetzt darüber schon okay okay ich bin auch ich habe glühmümmchen und ich habe die scheiß dinger ich habe ich hab sechs jetzt wieder nice also fässer können ich brauche nicht wohl die gleiche einfach dass er das boss holen dann kann ich mich anfangen schon mal drinnen die fähig mal drei zwei eins wir haben die wirklich weggenähtet krass kannst du die feste holen hier ist noch nichts Leute warum kommt immer diese scheiß dinger raus ich check es hat auch nicht die gegner oder was so ist ein lila pump hier oben da kannst du irgendwie was hast du dann hierbei kannst du ein dings mitnehmen ein schild dings hier ein schild was ein schild werf hast du bg ich habe kein bg wir kannst du hier oben diesen schild werfer mitnehmen ja kein mann ich glaube wir haben durch hin wo ist er denn der liegt da oben habe ich markiert ganz oben kannst du so und reinspringen ich habe ja ich habe kurz die grüne augen hier ich habe gedacht ich habe es gerade ja doch die kommst du ja ich bin noch da also ich bin glaube ich wohl komm ich hoch läuft die komisch hoch du musst jetzt hochkommen ja ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme ich komme ich habe einen einen 30 hoch schießen ist egal scheiß auf konflikt direkt hoch zu mir unter uns sind gerade hoch gekommen entweder sind die runter oder hoch ich habe 62 eier schoßen und fünf warte hier 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 wie viel pappen moni hast du äh 65 brauchst du was oh nice brauchst du pappen moni ja danke ich überlege leute soll ich runter gehen für jetpack kommen wir mit auf die sicher ich weiß ich glaube sie sind abgehauen dass das ding halt oder sie haben leider sind welche die fliegen mit jetpack kommen wir hoch kommen doch er ist das dass das und dann auf die ja ich sie ist banane banane ich muss ich muss ich habe ich finde ich ihn was ist los unsympathisch junge pack deine banane ein gefälligst du ekliger ja wo ist der mate der versteckt irgendwo und er wird gerade wollen dann bleiben wir mal kurz hier oder nicht wenn sie mal von der anderen seite das tor aufmachen die tür einmal nur anti sein auf der anderen seite ja ich glaube aber nicht dass er hier noch drin ist bro ich lass mal reingehen der kriegt uns eh nicht beide bro wenn wir beide reingehen hier der kriegt uns eh nicht komm rein ok kannst du die lila pumpen wenn du willst ich spiele mit jetpack lieber ja ich habe ich habe ich brauche nur trommel ja wollen wir jetzt reingehen den holen oder nicht ich weiß nicht ob der noch da oben ist scheiß drauf scheiß auf den ich sehe auch keine steps der wird da nicht mehr sein der ist weg der wird hier sind vielleicht nur noch solo oder so vielleicht haben sie sich gestritten oder so weißt du noch mehr und denen die zonen gehen geht wenn nicht geben wir nämlich die auf den nächsten zeppelin ich habe nur 142 erschossen das ist wieder mehr oder 42 ist gut gut ist nicht wenig warte ja das gleiche konnte direkt rüber direkt rüber kommen wir schießen sender ich will ich will ich will immer deswegen geschieht schießt du dich hin aber ich glaube dass es da werden welche auf dem zeppelin sein safe naja dann werden wir jetzt weg machen das sind keine kein doch doch diesen um drauf doch 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 ja ich sehe das fliegt sich weiter läuft sich weiter wir gehen unten wir gehen unter dem zeppelin und dann zettel da sind auch zwei das sind auch zwei und wir gehen hier ein ich kann nicht mehr anders wo bist du jetzt lufti ich bin hier auf dem mittleren ding auf der flosse hinten unten ja warte ich schieße mich hoch ich versuche mich hoch zu schieben ja dann lass es einfach kämpfen nein ich bin so schlecht ist egal weil ich füge mit das genau hier hinterbleiben der die macht wieder hilf aber das haben wir nicht rüber geschossen nein oh mein gott hat er gerade nachgeladen da wirst du glaube ich mehr gesehen als wenn du hier bist ja brauche ich bin ich habe hier meinen schutzschild ja weil dieser drüber können nicht sehen auf dem balkon wo kann mich einer sehen hier ich bin hinter geschützt ich sehe doch zuerst und wenn die gleich vielleicht mit der zone hier reinkommen hier läuft die doch sehr komisch rein ich bin jetzt nicht schon die sind wahrscheinlich glaube ich in 22 oh mein gott der band habe ich habe ja wie oh mein gott weiß noch die gabe ich sehe nichts wo ich markiert habe da rennt die röne ist rein läuft hier vorne hier vorne läuft die banane die banane da kommt noch ein da läuft die luft wo ist der wir sind immer noch in der zone immer noch in der zone ja noch wer anders aus der zone kommt hier 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 bei mir 27 hast du nicht was den nein nein schade schade der ist um der so ein bisschen ich glaube es kommt jetzt einer runter oh mein gott ja die haben ich voll geläsert ich habe respekt schon gegeben da ist von wo denn davon bekommen wo ich gesagt habe wo so ein 10 die kämpfen ganz oben ich habe drei ja leute die haben oma welche kennt auch mittelkonsole ja ja es ist ja wie viel da waren wir jetzt gerade wieder warte mal was warum sieht das so aus warum sieht das so aus warum sieht das so aus chat 27 20 was passiert hier in diesem turnier chat was passiert ich bin ein fisch komplett dk es bruder der killt mich gerade komplett oder der cup macht wirklich jeden kaputt also der cup macht ganz 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 doll alle kaputt ganz 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 doll mit real talk in paar sekunden gibt es für 15er hitter der schweiz deswegen habt ihr es auch mitgemacht ich finde leider das einzelne nicht mehr ich fasse es nicht ich fasse es nicht ich fasse es nicht oh die sind auch gerade da umgegangen alter ist das eklig wir hätten da nicht hochgehen sollen wir hätten da nicht hochgehen sollen das war nein wenn oben welche wir sind dk wir setzen uns in ein haus rein wir setzen uns jetzt in ein haus rein ja aber du warst schon so weit geflogen ich konnte ja nicht mehr da dings weißt du ich konnte ja nicht mehr move'n ich konnte ja nichts mehr machen können wir gleich wieder an egal nächstes mal sagen wir hier dann komm ich runter ich hab hier so Enten die immer die Tür auf und zu machen dann setzen wir uns in ein haus in eine Tür sobald die aufgeht wird er zerfetzt das muss ihm gezeigt werden das ist halt immer ein bisschen doof Romatra fight gegen Eli das ist richtig oh gebrochen gebrochen er kommt nach einem eigenen Event nicht rein du schreitknecht ich geh fissen boah er ist ein Opferkettiger wie kann man so krass nerven die ganze Zeit mhm wer ist im Panzer der hat er nicht auf die Fresse gehauen ist ist er sauer ist er gebrochen ist er im Loch der junge Mann ja trotzdem muss man sich nicht so beleidigen brechen knack oh er will nur mit den Besten spielen oh Madkit die haben die 15 Minuten lang abgefangen cool wenn jetzt Rohat sagt ich dachte ohne Panzer dann lache ich mich tot weil das sind nämlich Bots die da im Panzer sind weil das sind nämlich Bots die da im Panzer sind ist da oben ne Kanone ja er braucht die Minis lass die Sniper liegen gut ruht gut ruht ey Leute so unglücklich auch da ist ey oben da auch noch zwei sitzen und ich schreckt lasern und ich nix machen konnte mit Jetpack ansonsten wär das smarter Play gewesen ist der Junge sauer find ich gut Trimix auch noch alive die spielen das Smart Chat wisst du warum die bleiben einfach in Autos drin die verstecken sich über die Autos und das find ich sehr 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 smart guck mal Willi Obermischleng sehr sauer weil er schon down ist Lizzetski ist auch noch alive Lizzetski ist auch noch alive Mords schon mal in Subchat gehen würde Danke Mords Phoebe ist rot wegen Elders cool sehr sehr cool die Runde hat weh getan Leute 27er oder so zwar 4 Kills gemacht aber gar keine Placement Points die hat uns echt weit zurück geworfen zeig mal her Lisa die nennen sich schon beim Vornamen die beiden nennen sich schon beim Vornamen Trimix dead verdammt Lisa killing 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 wo ist er dann nein du hast ihn Lisa du hast ihn du hast ihn kill ihn Lisa du hast ihn nein nein hä die ist gar nicht so schlecht Leute Trimix weggelasert verdammt verdammt okay wir können aus dem Subchat raus 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 ich hör mal einen dunklen Skin spielen ich hör mal einen dunklen Skin irgendwie ja ey scheiße wo seid ihr da wir haben jetzt ein bisschen Sound delay aber ist egal Floppy Floppy und Jeff Strobel schon wieder der ist da der ist schmerz und da ist sei Ok Hast du Abtrünnige? Warte mal, hier stellt die auf? Es ist egal, wenn man eh nicht schlecht genutzt. Nein, er schafft es nicht. Abtrünnige... Abtrünnige heißt die. Ja, hab ich. Weiß. Let's go! Böbe, ich hab das hier! Let's go! Wieso die? Ja! Let's go! Let's go! Wow, die haben zwölf Kills, Alter, oh mein Gott. Wer hat zwölf Kills? Micky und Solution. Und win, und win. Zwölf Kills und win, Alter. Das ist toll. Kann ich bitte... Ey, ich will einfach zu dir rüber, Watts, bitte. Wo landen die denn überhaupt? Keine Ahnung. Das ist gut. Du hast einfach zu dir noch einen Vorteil gegeben. Ja, ja. Hallo. Ich kann nur lachen über die anderen Teams. Hallo, hallo? Ey, aber... Ey, was geht, Jungs? Ey, schöne Runde mal wieder. Dankeschön. Richtig und richtig. Haben wir auch gebraucht, sagen wir ehrlich. Ich bin so back. Das Team ist wieder zurück. Aber Jungs, Jungs, wirklich. Ihr müsst euch jetzt mal... Ihr müsst euch jetzt mal raffen, ja? Jedes Turnier seid ihr maximal Zweiter geworden. Ja, stimmt. Und dieses... Ja, stimmt. Er hat recht. Dieses Mal kann es anders werden. Es kann anders werden. Wir sind jedes Turnier immer maximal Zweiter geworden. Also nie Erster, aber Zweiter. Ja, stimmt. Das stimmt. Ich hab ja Apix mit so Pro-Spielern gespielt. Den besten Spielern Europas und so. Und wir sind was weitergekrochen. Haben wir auch so bei uns genommen? Nee, 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 nee. Ich hab fast nichts genommen. Sehr stark. Ey, du darfst erst am Ende auf Tramolin. Was? Du darfst erst am Ende auf Tramolin. Ah, Leute, Leute, Leute. Schade Marmelade. Du musst dir noch die 25.000 abholen. Ja, okay. Du bist 25.000, taugst dir deine Ruine. Hier auf Madeira und die wird renoviert. Ja, okay. Ja, okay. Wie hat dir die Runde gefallen? Wer hat die Runde? Gerade zum Schluss wieder die Kommunikation? Sehr. Ja, da guckst du. Unge, was ist denn überhaupt mit dir, Unge? Siehst du dich da auch mal in so einem Turnier? Er ist schon weg. Er ist schon weg? Na gut, Digga. Scheiß auf ihn. Wollte ihn eh nicht dabei haben, Digga. Ich glaub das jetzt nur so aus Höflichkeit gesagt, Digga. Hast du den Impuls gesehen am Ende einmal? Die Impuls? Ich hab den Impuls gesehen. Da hast du Spreu vom Weizen getrennt. Bei der Impuls. Die war sehr, sehr, sehr gut. Cool. Hast du vorher den Impuls gesehen, als wir bei Rocky waren? Ich hab vier daneben geworfen oder so. Perfekt. Nein, nein, nein. Das hab ich nicht gesehen. Das hab ich nicht gesehen. Nein. Was ist denn? Wo wir jetzt gerade dabei sind, auch zu erklären. Ich hab bei mir im Stream tatsächlich das weltgrößte Terrarium, was es gibt. Und in meinem Terrarium ist einfach Unge zu Hause. Der in seinem Terrarium ein bisschen Trampolin sprengt. Was ist ein Terrarium? Ja, wo so Echsen und so eingesperrt sind. Weißt du? Und die man so zu Hause hält. So ein Terrarium. Vielleicht muss man kurz gucken. Digga, das ist nicht dein Ernst. Oh my god, let's go. Es macht's gut mit Zielhoff, weil Platzierungspunkte sind halt so richtig, Alter. Und dann kriegt halt da auch, killt ihn auch keiner, ne? Und jetzt geht's bergauf. Weil keiner in der Drinks bleibt. Guckt es euch an. Guckt euch diesen Hintergrund an. Digga. Warte, ich muss auch zeigen. Geil. Guckt's euch an, Chad. Bruder, welchen Obdachlosen hast du da bei dir? Digga, Digga. Einfach. Einfach im Terrarium. Bruder, du hast zwar einen Obdachlosen im Trampolin. Wie geil. Einfach ein Obdachlose eingebrochen, der da Trampolin springt. Ich wüsste, guck mal. Es können Menschen ein Aquarium haben. Es können Menschen irgendwie ein Feuer hinter sich haben. Ein Kamin. Sie können ein riesen geiles Setup haben. Weiß ich nicht. Ein Logo und so. Aber einen Menschen. Einen Streamer. Einen Multimillionär, der im Hintergrund Trampolin spielt. Das hat keiner. Und das ist Qualität, Micky. Deswegen guckt man deinen Stream. Verstehst du das? Indeed. Danke, Amar. Ich muss aber einmal festhalten. Du hast recht. Wir haben noch nie den ersten geschafft. Ja. Und ich würde ganz gerne auch wirklich gerne den ersten holen. Ich weiß, dass ich das Zeug dazu mit Danny habe. Und das motiviert auch sehr krass. Ist sehr, sehr geil. Okay. Das finde ich eine geile Ansage. Wo gelandet ihr? Tilted. 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 Okay. Tilted only. Und 500 Euro Earnings sind damit jetzt safe. Ach stimmt. Oh ey, ich vergesse das fast jedes Mal. Jungs, ihr habt 500 Euro safety. Ich vergesse die 500 Euro nicht, Amar. Ja. Ich habe hier auch auf Madeira, habe ich auch natürlich das Hotelzimmer zu bezahlen. Ja. Und ich muss auch... Oh, warte mal nicht so kurz drin, ne? Deswegen brauche ich auch den ersten. Sonst wird was hier nichts. Sonst wird was hier nichts. Bringst du den trocknen, ja? Ich bring meine Schäfchen ins trockene Arma. Ja, okay. Finde ich in Ordnung. Ich brauche auch. Alright, boys. Kuss. Dann hören wir uns später. Kuss. Kuss. Wie sieht es aus mit Standings und Video? Die Lobby ist gerade eröffnet. Standings und ready, okay. Dann gucken wir direkt in die Standings rein. Alter, wie es geht. Das geht diesmal richtig schnell mit den Standings. Props gehen raus. Mhm. Gucken wir in die Standings rein, Chat. Dritte Runde ist durch. Sieben Runden werden heute insgesamt gespielt. Das heißt, wir sind jetzt gerade bei der Hälfte angekommen und wir fangen wieder unten an. Und die Obermeyeng, Bruder. Oh, Estio war 6. Stark. Direkt hinterher gefolgt von dem Fußballprofi auf der 8. Papa Platte und Danny mit dem kleinen Schniedel auf der Nummer 7. Die Jungs haben sich jetzt richtig schön nach oben gekämpft. Ich habe auch gerade schon ein paar Mal reingeschaut und gesehen, die Jungs haben jetzt einen ganz, ganz klaren Plan, was sie machen wollen. Estio und Amir mit dem Heal-Off. Die haben gerade mal 3 Kills. Die haben eine ganz spezielle Taktik. Ich sage es jetzt einmal öffentlich im Stream. Alle, die in Grotto landen, in diesem Cave, ihr werdet dort Estio und Amir finden. Die werden versuchen, sich die Flopper zu ergattern, die Splashies zu ergattern und alles Mögliche zu ergattern. Wenn ihr sie davon abhalten wollt, ein Heal-Off zu machen, könnt ihr das gerne machen. Aber ich würde euch niemals dazu irgendwie animieren. Real Talk grieft euch jetzt hier nicht. Gegenseitig. 100%ig nicht. Würde ich jetzt sagen, ist scheiße. Ist ja auch ein Nicht-Bow-Nur. Ist ja auch ein Nicht-Bow-Nur. Win wäre wichtig mit wenigstens paar Kills. Kann er sich nicht so gut wehren. Sidney und Willi auf der Nummer 5. Das heißt, die Earnings wären Stand jetzt safe. Guck mal, wir haben nie richtig viel Loot gehabt. Doch, hey Bro, wir haben Power Loot. Ja, aber bei uns fehlt immer Munition. Nein, bei uns hat noch nicht einmal Munition gefehlt. Bro, ich hatte gerade 250 Schuss. Maximales 500 Schuss. Bro, Munition hat es nicht gelegen. Safe nicht. Einmal, erste Runde hatten wir Munition, aber ansonsten wir hatten immer Munition gehabt. Immer. Oh. So, jetzt win-win. 20 Bomben mit Win. Ich lade die beiden nie wieder in ein Team ein, ne? Das ist ja geistesgestört. Wie sieht es aus mit den Dings? Äh, Rendert. Okay, Rendert gerade. Platz 10 bis 20. Ach so, stimmt. Warte mal, wie haben wir... Letztes Mal haben wir das gehabt, dass wir die anderen... Ja, Leaderboard Screenshots. Mal unten ist ein Channel Leaderboard. Kannst du rein. Anislav, Kuss für 30 Monate Resub hier. Kuss. Warte mal, ich zeig das mal. Ja, belieben wird schwierig. Wir müssen jetzt echt eine gute Runde haben. Dann gehen wir direkt in die nächste Runde. Ich guck mal. 75 sind erst drin. Sag mal bitte euren Streamern und Streamerin Bescheid, Chat. Wir sind 11, Adega. Das müssen 92 sein, oder 91. Dann können wir... 52 Punkten. Wir brauchen nur drei Punkte, dann sind wir wieder oben. Ne, gar nicht wahr. Wir brauchen sieben Punkte, dann sind wir wieder auf der Liste. Ja. Ihr könnt es jetzt einmal hier sehen, Chat. Auf der 10, Paini. 11, Lofti. 12, Samio. Auch sehr geil. Einer aus unserer Community-Chat. Mit Butterfly Lea. Maxi auf der 13 mit Revi. Okay. Rohat und Eli auf der 14. Kianis und Lizetzky auf der 15. Henki. Tanzhaub und Exo auf 26. Rick. Daniels Lampgots. Veyla. Rex. Papa Rayleigh. Sehr, sehr geil, dass er mit am Start hat. Ich hätte ihn sehr gerne auch mit Mama Benji Fischi gesehen, aber mit Jambic auch. Sehr, sehr nice. Dann haben wir hier Miri auf der 22. Pablito auf der 23. Janina auf der 24. Haystan 25. Und Tanzverbot auf der 26 mit Exo. Was geht hier noch? Von Koko und Red hab ich mir ein bisschen mehr auf. Boah, von 43 sind wir 11, Alter. Das ist okay. Wir hauen jetzt ein bisschen mehr rein. Ja, safe, safe, safe. Gutes Mittelfeld, Leute. Boah, das Ding ist, wir sind so gut, wir könnten theoretisch die ganzen Jungs abfarben. Wir könnten außen landen und uns einfach reinpushen, weißt du? Ja, das war halt eine scheiß Puri, da hätten wir nicht landen dürfen. Bro, da waren wir einfach gefangen gewesen. Da konnten wir ja nichts machen. Du hast ja kein Jetpack gehabt, weißt du? Das war so dumm, dass wir da gelandet sind. Das war... Das ist äh... Das ist äh... Da waren wir einfach... Das ist gefangen 44 da. Was? Mit unseren Rapper-Jungs. Das ist... Das ist in Ordnung. Kackneid. Hahaha. Das ist in Kackneid, hast du gesehen? Hm? Das hat bestimmt Copyright. Hm. Was? Was hab ich da gar nicht gesehen? Was hab ich da gar nicht gesehen? Was hab ich da gar nicht gesehen? Das ist ja mit Dave Knight los, das frage ich mich auch. Was ist das? Was? Das ist so krank. Ist das Toss? Was? Warte mal. Warte mal. Hat er sein eigenes Emote ingame? Sonst hast du das Tone. Ich hab nichts, Digga. Wir haben gar nichts. Hab einen. Hab einen, hab einen. Geil. Schön, Digga. Wichtig. Hä, klar. Hä, wie cool. Wie cool. Hol den, hol den, hol den. Abu. Abu, du musst dir das holen. Sauber, Abu, sauber. Das ist der letzte Platz. Was ist, wenn der Fahrrad geht, ne? Steigst du ein, du brauchst, ne? Steigst du ein, du brauchst, ne? Helba. Oh mein Gott, nein. Ich kann nicht fahren, Bruder. Ich kann nicht fahren. Oh, ich fahr. Oh, Digga. Fahr weg, Fahr, weg, Fahr weg. Fahr weg. Mach ich doch. Du musst. Oh mein Gott. Oh, Tanzi. Hey. Ich hab das Auto gedrillt. Ey, automatisch Schroffwind, Leute. Ist die gut? Die ist nicht so gut. Ich hatte die vorhin, die war komplett scheiße. Die ist eigentlich gut. Automatisch Schroffwind, die ist schon sehr, sehr gut. Total stark, Bro. Okay, ich weiß nicht, wie die Beschreibung jetzt weiß. Das hab ich mir dabei gedacht, Digga. Kommt, die kommt. Ja, mach ich. Oh. Solution Plays? Der Fake Danny. Okay, die kommen, Kevin, die kommen. Die kommen, die sind da, die sind da. Oh, fuck. Fake Danny, Digga. Oh, die sagen, wie die kommen, Junge. Ich hab doch gesagt, die kommen, aber wir haben wenigstens. Die kommen, Bro. Die kommen, Bro. Die kommen, Bro. Die kommen, Bro. Ich verstehe kein Wort mehr, Digga. Boah, wer hat denn diesen Gottblut? Oh, nein. Was? Bro, Bro. Hast du die noch gedrückt hat? Wie denn? Habt ihr das gesehen? Was da auf einmal für ein Damage reinging? Alter, er ist so ekelhaft. Das ist nicht Willi, das ist dieser Fußballer. Das sind so geile Clips. Micky, mach deine scheiß Cam nach links. Boah. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Ich hab gesagt, ich hab euch gesagt, was ihr erinnern müsst. Geil. So, ich hoffe, alle sind drin. Geil. 87. Woosaa. Wer ist denn nicht drin, Chat? Bro. Wer ist denn eigentlich drin? Wer ist denn nicht drin? Könnt ihr mir das sagen? ist auch mega nervig digger wo ist der clip wir haben 90 das müssen die mods von den eigenen 390 müssen drin sein also einfach nur 93 dann funktioniert das schon 11 davon 44 ist doch das gut jetzt kommen wieder aufs leaderboard wir werden wir machen jetzt safe wir kommen jetzt hoch auf den vierten oder so hier ist los oder das geht los leistens leistung wir werden uns jetzt wir das jetzt auch anders machen wir werden mit auto rotieren wir werden gar nicht mehr auf die werden eh aufs zeppelin campen weißt du wir werden jetzt hier nach tiltet gehen und wenn dann mit auto rotieren ist am schlafen lass uns auch in hause häuser reingehen dann kämpfen wir da ja 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 aber die brauchen wir trotzdem für das rotieren autos weißt du ja ja klar da sind genug autos wir werden jetzt nicht mehr nach links weil die werden dann wieder auf dem zeppelin sitzen das machen wir nicht noch mal machen wir haben wieder so unsere route die wir ehren haben die ist babamäßig und dann hatten wir immer ein bisschen pech mit positioning leute müssen das eben wir waren einfach gefangen gewesen wir können wir können auch da bleiben wenn wir wenn wir die aug haben wir können auch da bleiben können wir uns den mordfall auch wegschießen oder wir schießen uns dann kommen wir an canyon ja ja würde eigentlich auch gehen ja safe aber ich sag dir ehrlich die route nach tiltet ist eigentlich schon babamäßig weil da können wir auch noch ein bisschen loot mitnehmen können und dann vielleicht noch ein paar kills machen weißt du ja ja klar und dann können wir uns dann zieltet ja eh wieder auf die fortwärts schießen aber wir sind ungefähr 56 du sind warum so besser weil wir können eigentlich den high run für man die weise mit 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 der links damit der ist eigentlich geil ich bring dir eine trommel mit grün ja rotiert zur tankstelle ja ich komme jetzt auch kannst du auch die fässer daneben ja du bist du voll hier ist noch ein flopper braun und kann sich auch die nehmen ich komme gleich nochmal dann wieder rechts 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 ding auch so du brauchst die ding sehen caught roth sammel grauer grüner bei mir zum arter tot ach so die ganze noch einmal an das ist wirklich dass die ganze zeit hier ist eine lila ganz oben ich habe markiert ist ja ich glaube ganz so muss das also mit der seilbahn hoch dann sind wir nicht ganz und nicht ganz und mal hier auf diese mittel etage ich habe mitnehmen auf dieser vorletzten etage ich nehme hier ist noch für sechs minis oder nicht dass meine piste hier also ich bin ready für tiltet ich habe 341 schuss ich hast nur 124 hier liegt auch noch was so als die meiner kümmer eigentlich das hielt ich glaube mir das war eigentlich praktik der ich kann man ein killmann die waren eigentlich so gut gewesen wenn man zählt und das auch keiner oben die haben wieder high ground doch doch sind oben bei der der hat 46 hatten der bei dir ist Geh rein, geh rein, geh rein, nicht rein, nicht rein, nicht rein, hoch, 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 scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf, okay. Da hat alles nach. Ja, ist egal, die werden sich jetzt zweimal überlegen, hier gegen uns zu fighten, die haben gut kassiert. Hier, hier laufen wir, hier laufen wir, auf den ersten, ich hab nix getroffen, digga, auf die hinteren. Ja, 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 ja. Bro, ich komm nicht hoch. Hier, stein, ich bin da runter. Komm, komm, komm. Nein. Ich bin ganz unten, ich bin ganz unten. iku sumi kuku kaka keine ahnung wie man sonst was das für name ja schlecht von mir gespielt leute ich hab vergessen die mp hat leute wo ist dein karl ist unten ganz unten auf dem boden ja schau dich gerade ich könnte ich ich habe keine gläte auf oh die klinkst leidt 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 Wenn ich deine Karte hole, bin ich tot. Bro, jetzt kannst du vergessen, wieso ich deine Karte da hole. Das ist unmöglich. Die werden mich von oben, die werden runterspringen, jetpicken und werden mich lasern. Warte mal, Zone. Zone ist gut, vielleicht, warte mal. Ich habe jetzt zwei Dings. Ich hole dich gleich, ich hole dich gleich. Ich habe eine Idee. Ach, Digga, die Karte verschwindet ja. Ja, Leute, ich habe keine Ahnung. Soll ich auf Risiko gehen? Das Problem ist, Lofty liegt da so offen. Ich brauche halt ein Auto und das Auto da oben ist weg. Ich habe keine Ahnung, Leute. Ich bin nicht gekampfen. Nee, ist zu risiko. Wenn wir jetzt keine Placement-Points kriegen, dann war es das aber hier absolut gewesen. Ich muss jetzt irgendwie campen und probieren, hier irgendwie zu überleben. Ich habe hier eine gute Pose. Ich kann gut rotieren. Gleich shift hier oben auf den Berg. Ist das noch Zone? Ja, das ist da, wo ich markiert habe, Zone. Na? Oh, Digga, hast du mir so dumm, Alter. Schade, dass du die Munitionspässe übersehen hast. Der ist auf dem Berg, ist auf dem Berg. Der läuft hoch. Ey, scheiß, entschuldige mir nicht, Leute. Das macht keinen Sinn. Auf dem Berg ist keiner. Ich habe jetzt keinen gesehen. So, da bist du in der Zone. Du bist jetzt ein bisschen zu weit. Oh, mir ist einer. Ich bin jetzt mitgegelt für 10 AP, Digga. Boah, unter mir sind zwei. Das ist wohl den Fighten. Ich bin jetzt mitgegelt. Nein. Das ist wohl den Fall. Ich bin jetzt mitgegelt. Ich bin jetzt mitgegelt. Ich bin jetzt mitgegelt. Ich bin jetzt mitgegelt. wenn du kannst da wo ich markiert habe einnehmen oder gehst in irgendein bus sechste platz ist das haus im drinnen wir die rein denn es ist auch jemand hier kannst du es auswendiger bei der Er hat deinen LKW genommen. Ja, warte, warte. Lobby Spray. Versuch, sie in irgendeinen Container reinzustecken. Jetzt bist du wieder auf Halt. Bro, hier ist noch ein Auto. Alles gut. Hier ist noch ein Auto. Besteck dich hier in den Kisten hinter dir. Hier ist noch ein Auto. Eine Waffe wechseln. Die Fahne den anderen. Weil die Fahne nicht hinan, aber das ist gut. Der ist weg. Jetzt kniebt er hier in die Beanz. Ja, ich hab's nicht. er ist bei dir drinnen du bist recht glauben trommelschutzplinte vor dir nicht in die kopf hochstecken sie sehen ich da nicht einfach nur auf places und points ich würde sagen du gehst mit der zone rein weil jetzt werden die alle sterben wollen sich alle früh positionieren ja nicht dass sie dich sehen was ist mit einer grafikkarte los das jeweils hier aber sie sind das nicht was hat ihn in dem wasser lesen erst recht muss raus nur noch 180 schaden kann er nehmen das andere auto da unten wechselplatz 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 ich glaub ich hätte im Auto bleiben sollen leute Ja, reinmisch, wie sie kuss Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott Der macht die Kills, der tot ist Bro Ja, das wird, glaube ich, nichts mehr Top 5, Leute Das war zu schlechtes Round Bro Ah, gute Besserung, wie sie Bro, halt Gott, wo sie einfach darum Oh mein Gott Was? Krank Alles, was wichtig Willi holt sich Danny Chats Let's go Su schon wieder heal off Digga, ich fas das nicht Su So ein geiler Mensch, dieser Su Also ist das ne 1v2 Willi Aubameyang gegen zwei, ne gegen drei warte mal dann ist es eine eins gegen eins eine eins gegen eins gegen eine eins gegen eins gegen eins gegen zwei, Chad, eins gegen eins gegen zwei ist es gerade soll ich das Splash doch? Splash doch Splash doch da vorne müssen auch noch das Splash ja Digga Willi Willi, hiel dich Hiel doch Hä? Keine Ahnung, Digga Motz, ruf mich doch mal bitte schon mal zu oben und mich lenken Hä? Er darf ihnen jetzt aber nicht helfen Splash doch Splash, bitte Bitte, da ist ein Biggie Er soll noch Splash Da ist noch einer Oh mein Gott Hä? Miri ? Miri ? C'est nul, nul Krass Hallo, hallo Freros Ja Ey, was geht bros Was geht bruder, alles gut Was geht bruder, ey Was geht Was macht ihr Ey 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 Was geht bruder, das Spiel, was nicht in diesem Spiel? Es war ein gutes Spiel, bro Top 3 Ja Es war wirklich gut, Willi Ja Willi hat mir gesagt, er hat mir Pressure gestellt, er hat gesagt, ey bro, du hast 0 Kills, bis jetzt 0 Kills, bis jetzt 0 Kills, bis jetzt 0 Kills, bis jetzt 0 Kills Ich habe gesagt, Oba ist jetzt für real Ok, bro, wie viele Kills hast du gemacht? Ja, wir werden auf jeden Fall richtig abgerutsch sein jetzt Ok, ok, wirklich gut Und alle Spiele? In alle Spiele? 5 Spiele, ich denke, wir haben mehr als 15, ne? Oder 15? 15, ich weiß nicht, ich weiß nicht Ich denke, ich denke, 13, oder so Okay, so Nicht gut, Marvin Ja, das ist eine sehr gute Das ist echt gut Hast du ein Spiel morgen? Nein, morgen? Nein, wir spielen am Montag. Aber bitte, kannst du etwas zu deinem Chat sagen? Was? Ja, weil ich sehe, dass sie viel Liebe in Frankfurt senden. Nein, nein. Hey, chat, chat, chat. Wait, haben wir hier irgendeinen Frankfurt-Spieler bei uns im Turnier? Nein, wir haben hier Obermischlenk von Barca, chat. Die neue Nummer 9. Du bekommst die Nummer 9? Ja, nächstes Jahr? Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Oh, ich hörte Rumors, Bro, ich hörte Rumors. Ja, Rumors. Ich habe es nicht gefragt. Einer meiner Freundin hat die Nummer 9. Aber wenn sie mir... Tag mal die Standings, Digga. Wir sehen viel SGE und Vizcar Barca. Wir sehen beide. Das ist unglaublich. Wir sind in den Kontesten. Lass uns einfach da bleiben, Digga. Ein Spiel in Deutschland? In Deutschland? Wir versuchen es, Bro. Wir versuchen es, aber ich denke, es wird schwer sein. Wir können es versuchen, ich will nicht. Wir können es versuchen. Nein, nein, es ist okay. Wenn du nicht kannst, dann ist es okay. Aber für mich, wenn ich denke, das reale Obermischlenk-Duo, das reale Gespräch, das reale Gespräch, ich denke, dass nichts unmöglich ist. Ja, natürlich. Aber wenn du nicht Deutsch Deutsch sprechen, dann ist es okay, Bro. Es ist okay, niemand sagt es. Aber du weißt, ich sage zu Willy, mach das, mach das, Bruder, mach das. Mach das, mach das. Mein Deutsch ist einfach drauf. Warte, warte, was die Leute sagen, auf der Fußballspitze, auf Deutschland, wenn ihr in Deutschland spielt, was sie die meisten sagen? auf der Fußballspitze. Ich denke, ich kann es nicht sagen. Alles zusammen, alles zusammen. Alles zusammen, Druck, Druck, Druck. Mach das, mach das. Mach das, okay. Mach das, okay. Ich denke, die meisten von der Fußballspitze, wir können es nicht auf Twitch sagen. Warte, warte, sag es auf Deutsch. Das ist ein Fichtisch anfang. Das ist ein Fichtisch anfang. Du wohnst so, dann. Ja, warte. Ja, warte. Ja, warte. Ja, warte. Das ist richtig. Okay, okay. Das ist richtig gut. Das ist normal. Es ist wie in Gaming. Ja, ja. Es ist wie in Gaming. Ja, ich denke, die wenigsten sind mir nicht 44, wie Dave Knight. Ja, Mann. Das war sehr wichtig. Das war sehr wichtig, oder? Es ist ein Handshake, und das ist es. Ja, genau. Das ist der zweite, mein Indisch. Du musst lachen, Bruder. Ey, geil. Boys, ich komme zurück zu euch, später wieder. Und ich will, 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 ja, ja, natürlich, wir versuchen, aber wir wollen, Liederbote, das, das, eine Menge Motivation. Okay, okay, ich will, ich will, die Liederbote in a second. Alright, bros. Dankeschön. Kuss, kuss, kuss. Danke, Bruder. Danke, Bruder. So sympathisch, die Jungs, Chat. So sympathisch. So. Äh, warte. Haben wir, ganz kurz, Chat? Standings ready. Standings ready. Custom Key auch ready? Ja. Ja, okay, sehr nice. Hast du noch ein Custom Key? Ja, warte, warte. Warte, warte. Ja, da steht, Custom Key bis 45, ne? Ja. Aber das wird passen, glaube ich. Dann haben wir nochmal eine geile Kombination von allen Dings. Von allen Highlights. Und wir haben natürlich das Liederbote-Chat jetzt. Sehr sympathisch, die Jungs. Ey, Chat, Will Talk, die Obermischling, Brüder. Äh, wir haben zusammen Charity Event äh, gespielt. Der hat seitdem. Also, immer wieder, äh, Kontakt und immer wieder sehr, 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 sehr. Ah, ich finde das. Die sind halt voll shit. Spaß. Die sind sehr gut. So. Phoebe hat ihn nach Snapchat gepackt. Sehr gut, Chat. Jetzt wird's doch was. Okay. Kannst du ready machen? Standings ready, ja? Ja. Alright. Okay, Leute, wir gehen in die Standings rein. Wir gehen in die Standings-Chat. Wir fangen entweder von unten nach oben an. Aber warte, bevor wir ins Standings gehen, hier einmal natürlich nochmal die Preisgelder. Jede Runde, ich muss auch gleich nochmal zu den Gewinnern oder Gewinnerinnen sogar. Ich glaube, Miri hatte gewonnen. Äh, da gehe ich gleich einmal rein. Aber vorher einmal hier die Preisgelder. Ja, nicht gebrochen, aber ist natürlich jetzt so, ja. Hartlich Preisgeld. Und jeder, der nimmt automatisch 500 Euro mit, äh, Dollar, damit das... Aber ich glaube, das kommt noch. Wir machen noch eine gute Runde. Ich glaube, das kommt noch. Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Und 500 Euro nochmal für den lostesten Clip des Tages. Da können die Streamer und Streamer nochmal alle ihre Clips nachher einschicken. Reagiere ich dann nachher drauf. Ich freue mich auch, wenn irgendwie ein, zwei, drei Streamer-Kollegen nachher noch mit in den Call kommen. Auch sehr geil. Aber ich will nachher auch vielleicht noch ein bisschen Black Ops 2 oder Vailo spielen. So. Aber jetzt hier einmal rein ins Niederboot. Jalla. Und von unten nach oben sehen wir jetzt Payne und Kayser. Gerade zugeschaut. Ey, S.U. Army in den Earnings, Leute. Geil. Geil. Die spielen gut. Die spielen gut zusammen. Die ölen jetzt aber auch nicht zu viel rein. Das freut mich. Genau das richtige. Payne, auch nochmal, ne? Kuss, Budi, ihr macht das genau richtig. Das freut mich, Bro. S.U. in den Earnings, Leute. Geil. Kein Spaß, weil die shit sind. So. War das geil. Und auf der Nummer 8. Trimix und Romata, die sind gerade auch schon gestorben. Gegen Phoebe und Elvis. Ey, das klappt mit seinen geilen Takti, die die haben. Auch auf der Nummer 7. Und guck mal, wie nah die alle beieinander sind. Gerade, weil die ganz woanders sind. Und die Aubameyang-Brüder auf der Nummer 6, Chad. Und ganz kurz davor, die Earnings mitzunehmen. S.U. und Amir mit der Heal of Stress auf der Nummer 5. Die nehmen hier auch wahrscheinlich Earnings mit. Sidney und Willi, gerade fünfter Platz geworden, glaube ich. Jetzt hier auf der 4. Omid und Reapers spielen die ganze Zeit richtig schön konstant. Haben jetzt auch sogar über 100 Punkte. Chef Strobl und Flobby das erste Mal abgelöst worden, Chad. Von der Nummer 1. Und zwar. Und jetzt einen tosenden Applaus für Micky und Solution. Aber, Chad. Guckt mir ganz genau in die Augen. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Ich krieg's nicht hin. Jetzt krieg's hin. Am Ende der Jagd werden die Hasen gezählt, Chad. Und es sind noch 3 Runden. Und in diesen 3 Runden wird alles entschieden. Micky. Solution. Bloß nicht anfangen zu tippern. Oh Gott. Mann, ich hab Corona. Ich kann nicht reden, Digger. Was ist denn das? Ich kann nicht reden, Chad. Oh, ist das scheiße. Ist kacke. Ich wollte gerade ne Predigt raushauen und ich krieg nichts hin. So. Ich hoffe, die... Ich hoffe, die... Clips sind ready. Okay, es rendert. Ah, das wird schwierig, Leute. Wird schwierig, dir nochmal gut zu performen. Sascha, mach du das einfach für mich. Sascha, ich guck jetzt in deinen Stream. Und ich will, dass du jetzt ne kleine Ansage machst. Mit deinem Kostüm. Im Vollbild. Das wär cool. Das ist die krasseste Produktion mit den Animationen. Dicken Kuss an die Production. Chad, es ist mal wieder... Was macht denn er jetzt? Hä? Was ist das denn? Du hast doch mal diese Copyright-Musik. Ach, ja. Läuft leider nicht optimal für uns heute. Muss man ehrlicherweise sagen. Aber Escu macht's echt gut mit seinen Heel-Off. Feier ich. Wann geht's euch los? Ist er weg? Hä? Ist er weg? Ach so. Mal hört mich. Oh. Haben wir jetzt schon angemeldet? Ja, ne? Die sind angemeldet, ne? Die sind drinnen. Ja, wir sind drinnen. Ja, wir sind drinnen. 87 Leute, Leute. Für die nächste Runde. Welche Runde sind wir jetzt? Welche Runde kommt denn jetzt? Wieso höre ich Sascha? Wieso höre ich Sascha? Der ist doch gemeldet im Discord. Hallo, Marc. Hallo, Sascha. Der ist im Discord gemeldet. Hallo. Ey, was geht's? Ey. Habt ihr einen schönen Abend, alle? Bro, er spielt einfach ein Bananen-Kostüm. Ich kann's nicht glauben, Leute. Ey, auch dieses Heel-Off ist so cool. Cool. Ey, ist nice. Ey, das machen wir jetzt auch. Mein Team und ich. Kevin und ich. Wir landen jetzt irgendwo am Arsch der Welt und healen einfach so bis Platz 3. Das ist egal. Schießen so. Ich bin auf den Frieden auf der Welt. Ich verdrehe Frieden. Krass. Wie er schießt gegen SU. Schade. Tut weh. Ey, danke Sascha. Danke Sascha mit den riesen Klunkern. Schade, hast du's auch gemacht. Hier natürlich mit der absolut unglaublichen Production Value, den er wieder hier reingeboten hat, Chat. Sascha wirklich, der weiß ganz genau, wann er die richtigen Worte einsetzen muss zum richtigen Zeitpunkt. Wir gehen in die Highlights rein und danach gehen wir die nächste Runde. Yala. Digga. Und Orange die ganze Zeit im Hintergrund. Warum höre ich denn eigentlich Sascha? Wie höre ich denn jetzt gerade Sascha? Hä? Nein. Nein. Digga. Digga. Warum bist du... Nein, 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 nein. Scheiße. Woh, 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 woh. Woh, 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 woh. Woh, 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 woh. Warte. Digga, Abu. Ich schwöre, die RP-Streamer sind so cool. Okay, lass drauf. Scheiße, Kevin. Wir müssen so einen Rift. Warte mal, ich bin Stuck. Ich bin Stuck. Ich wurde angehittet. Ich bin Stuck, Danny. Hey, Kevin. Ich bin Stuck. Bau dich doch einfach raus. Ich bin Stuck. Du kannst ja mal raus, digga. Achso. Oooo, Digga. Hä? So, ne, bruh. Irgendwie die Rifts hier vor mir. Warte. Da werde ich die Werte gewinnen. Bro, wo geht's denn hier raus, Mann? Hä? Das heißt, muss doch ne Tür sein. Aber doch, nicht was geht noch, oder? Nein, nein. Na, darf man jetzt hierbleiben, Digga? Das ist Hanky gewesen. Alter, das ist der Boxkampf-Rematch. Wie cool. Nur, dass diesmal Chef Strobel gewonnen hat. Digger Ernesto! Hä, warum macht der Hampelmänner? Digger, die Leute hier. Er spielt ohne Sound. Bruder, was ist das? Was guck ich mir hier an? Er spielt ohne Sound? Egal, dafür siehst du sehr gut aus Ernesto. Siehst aus wie im Urlaub. Hast du noch ein Big-Shield oder was? Ey, lass mal Churves nehmen oder so. Lass mal einen anderen Skin nehmen. Ist egal, Bro. Scheiß drauf. Wir müssen keine gleiche Skins nehmen. Das bringt eh nix. Das bringt eh nix. Komm her. Am Bus! Am Bus! Am Bus! Am Bus! Am Bus! Digger, die beiden chillen immer nur auf dem Schiff. By the way. Das Schiff ist OP, Leute. Das ist die Meta. Das ist die Meta. Oh! Let's HugoTV! Ist scheiße. Alter, geil. Wir haben gar keine Winner-Reaction. Okay, schade. Überall, wenn ich alle melde. Nach 8 Minuten immer wieder. Keine Ahnung. Es fehlen schon wieder 5? Ey, Bro. Ich check's nicht. Ist das doof. Das unbelievable, Bro. Dass sie es nicht schaffen, den Custom Key einzugeben. Dass wir losnehmen können. Welches Game ist das jetzt? Ach so, ey. Ist egal welchen Skin wir nehmen, Bro. Sag ich ehrlich. Ja, ich nimm irgendeinen. Das juckt eh nicht, ob die gleiche Skins haben. Ne, ich hab Stream Elements ausgemacht. Weil wieder... Weil ich das nicht löschen konnte oder irgendwas. Keine Ahnung. Ein Team fehlt. Ein Team. Ein einziges Team fehlt. By the way. Das kriegen wir hin. Ein einziges Team fehlt. Was wollte ich machen? Ich wollte zu dem Gewinner-Duo. Was? Wie kann man vergessen Ready zu machen, Digga? Fünfte Runde kommt jetzt. Okay, noch drei Runden. Also vor uns. Ja, komm. Earnings wären noch drinnen, Leute. Aber müssen wir jetzt echt eine Baba-Runde liefern hier, ne? Wie, du hast gerade gewonnen? Wie, 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 wie? Lobi hat gewonnen. Wie? Wir beide haben gewonnen. Hä, warte mal. Wie habt ihr denn gewonnen? Also, was ist denn das? Hä? Was war eure Taktik? Hast du überhaupt zugekuckt? Ja, so ein bisschen dann zum Schluss. Du hast alles verpasst. Soll ich's dir zeigen? Wirst du's sehen? Hast du ein Screen gemacht? Ja, ich hab Krebs gemacht. Aber du musst, du musst den Zauber verlieren. Weil das spackt bei mir ein bisschen rum. Okay, es startet, glaube ich, gerade. Ja. Okay. Warte. Weil ich dachte, ich hab sonst den Key geleakt, aber das ist in Ordnung dann. Geht los. Warte. Ja, ich hab's sogar aufgenommen. Ziemann meine Übertragung. Ja. Hat er auch. Er hat den Key geleakt. Wer hat den Key geleakt? Er hat doch den Key gerade geleakt. Ja, aber die haben gestartet, die haben gestartet, die haben gestartet. Ah, okay. Oh, Digga. Bruder. Ich dachte schon, Digga. Ja, Bro, ich sag euch echt, wenn er nach 10 Minuten nicht in die Queue kommt, Leute, und das immer noch nicht links und die jetzt gerade nicht drin ist, die kann man auch nicht mehr helfen. Da kann man auch nichts mehr machen, Leute. Sag ich ja real rap so, ne? Ja, safe. Sollte direkt gestartet werden. Primax ist nicht drin? Schade. Ne, also sag ich, ey Bro, und wer nach 10 Minuten nicht reinkommt, weiß ich nicht, Leute. Also... Primax und Matra sind nicht drin. Das sind ja größere Rentner als ich. Wir haben bis jetzt noch keinen fucking Lamy gehabt, ne? Naja, Lamy ist eh nicht so richtig. Hat zwar guten Moon, aber ja. Bro, da sind welche Dings, oder? Wo? Sind da welche bei den Dings gelandet, bei den Bots? Bei, äh, mythischer? Da sind welche Glande bei der mythischen? Ohja. Ich habe auch hier... Bro, die machen gerade... Die muss nicht move, die muss nicht move, die muss nicht killen. Ja. Kann ja nicht einfach hier so reinlaufen. Ne, 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 ne. Und wir müssen zusammenbleiben. Ja, ich, ich komme jetzt, ich komme jetzt. Hä, warum landen die jetzt auf einmal welche? Keine Ahnung. Da haben wir gedacht, der witzig ist. Äh, Bro, die haben schon die Waffe. Oh mein Gott. Ich habe noch 34 Haier-Schuss, by the way. Wir brauchen nicht auch nötig reinpaschen, Digga. Wer braucht es jetzt hier die Dings abgeben, den Ort, oder was? Können reingehen, wenn du sagst. Ja, ich habe 200 Lehm. Du hast auch 200 Lehm. Ja. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Komm mal auf high. Komm mal hier auf high. Komm mal hier auf high. Komm mal hier auf high. Ja, ja. Sehr gut. Hier ist Trommelgang. Oh mein Gott. Ich habe ein Auge für dich. Bleib bei den Seinen. Sind wir bei mir hochkommt, sag ich Bescheid. Die sind links bei dir, links bei dir. Ja, 29. Geht runter. A ship break. Die haben mich im Fokus. Hörner ist down. Nice. Oh, wie das ist doch hier nicht unseren Ort wegnehmen, was ist das denn? Ja, ich meine nur wegen Risiko und so'n Scheiß, ne? Hier, ich habe einen Fisch für dich. Spare dir die restlichen auf. So, deswegen nehme ich die Scheiß auf den Weg. Ich brauche dir gleich einen Mun. Ich habe nämlich keine. Komm her. Ich glaube ich spinne, Leute. Da ist unser Ort hier. Da ist unser Zuhause. Niemand betreibt uns von unserem Zuhause. Oh, ne. Ich habe hier eine Lina, ne? Legendäre, wenn du brauchst. Ja. Auf jeden Fall. Achso, ne, die nicht. Ja, Bro, ich bin die durch eigentlich soweit. Ne, ich nehme die nicht mit. Ne? Wollen wir ganz hoch? Ja, das ist ganz hoch. Tiltet, ja? Tiltet, ja, ja. Tiltet ist sogar gut in der Zone. Oben sehe ich keinen drauf. Ja, lass dich gleich wieder hochschießen. Ja, ja. Oder hoch, Dingsen. Ja, die werden vielleicht noch Looten entfiltet. Vielleicht sind die wieder hier gelandet. Geben wir mal gut Säckung von oben. Ich nehme mir noch, stell die Moon mit. Mach, mach, mach. Ich nehme mal so viel Moon hier, Leute. Oh, ich muss reboot. Oh, rebootet. Tätet. Wirklich? Ja. Bist du ich oder was, oder? Dumm, Leute. Er hat mir den Kegel geklaut, der kleine Pissar. Wo sind die denn da? Er ist soweit. Warte, warte, warte. Markier mal, wo? Ja, ja, der ist hinterm Baum da. Hinterm Gebäude. Warte, ich könnte mit Jetpack die versuchen zu holen. Ist der wirklich One? Ja, jetzt wird er nicht mehr One sein. War das zwei oder einer? Es war nur einer. Der wollte reboot und der andere, den ich, der rebootet hat, den habe ich komplett runter geschossen. Der hat ihm einen Schuss gegeben, dann war es natürlich durch. Bro, wenn es einer ist, dann könnten wir eigentlich pushen, ja. Ja, der wird jetzt 200 Leben wieder haben. Hey Leute, wo sind die? Ach, stopp. Bro, hier ist noch überloot, ne? Ja, ich habe gerade nochmal den Skull. Da komme ich hoch. Ich komme hoch. Ich verlass, ich verlass. Keiner gelootet, Digga. Ja, der haut dann ab mit Dingsbombs. Der haut dann ab mit Dingsbombs. Boot grad. Das da hinten. Oh mein Gott. Der will rebooten da? Oh, wir könnten. Ja, ich weiß nicht. Bei uns? 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 Paolo. Einige? Du bist? Ja, ich bin mir, bin mir Meu quê. Was ist, du hast du gestort? wir sind noch mal zohle brauche ich dich richtig komm mal zu mir komm mal zu mir dass wir lesern können wir sind ganz um sie ganz um kommen jetzt mir okay dass wir zusammen dass die gleiche sein kann wenn welche mit der zone reinkommen da sind nämlich gott wo sie leute aber müssen wir finden die mission lasern können trommeln waren da sind welche 20 32 Ah scheiße, weg, weg. Ah, schau. Oh mein Gott, Leute. Alter. Man muss da von hinten irgendwie reinkommen. Wäre ich hier runter gesegelt, dann hätte ich auch schon wieder... Wieso? Ich bin auch fast runtergerutscht, Digga. Ey. Bro, ich habe mich schon unten gesehen. Boah, wir haben hier so geile Posi, Alter. Schön meiner Zone. Von dieser Seite muss irgendwo gleich einer reinkommen, hier in diesem Winkel. Ja, ja, safe, glaube ich auch. Bro, hier, 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 hier. Oh, hab ihn, hab ihn. Oh, der arme Exelalter. Ich habe ihn gestiert, Bro. Ja, ja, der war Bonn. Da ist noch einer, Bro. Zweiter noch. Geh auf die hinteren, ja. Ja, das war ich, das war ich, das war ich, das war ich. Ja, ja, ja. Mach ihn mal unkommut. Mach ihn mal unkommut. Ja, ich bin, ich schieße drauf gerade. Ne, es rendert nicht mehr. Der läuft rechts, rechts, rechts. Ah, ne, bei mir ist auch weg. Bro, rendert einfach nicht mehr, Leute. Krass. Der ist da. Ja, die sind genauso, rennt allerdings raus. Du musst aufpassen, wenn wir wie immer fokussieren, nun werden das andere ausnutzen, um hochzukommen, ne? Ja, ja, klar, klar, klar. Ja, gleich müssten wir sie wieder sehen. Ja, die werden da lang rotieren. Links, denke ich, da lang rotieren. Eigentlich können wir für den fucking, für den Loot gehen, ne? Nein, 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 das ist in der Zone, Bro. Die haben ja doch eh mitgekommen, die sind da durchgerannt. Die sind durchgerannt. Bro, dass hier auch keiner lang kommt, Leute. Oh, Zone ist... Lass uns rüber gehen, Coney Crossroads. Nein, tschüss, 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 tschüss. Wir müssen auf den, auf den, auf den, wir gehen auf den High. Auf den High, aber warte noch. Auf den Turm? Nein, nein, wir warten noch. Auf den Turm, ja. Ja, auf den Turm gehen wir. Ja, okay. Ja, okay. Turm ist Baba, aber lass noch warten kurz, lass noch warten kurz. Ich würd gerne noch mal unten ein bisschen Munition sammeln, Digga. Ja, der macht das, aber ich, ich spiel rum, ich spiel rum. Ich geb dir Rücknecken dann. Ja, okay. Okay. Ja, okay. und ist ein bisschen blut ja ja ich habe es drei kisten schon von über noch allerdings fast für dich naja aber ich fliege direkt auf den turm weißt du musst auch hochkommen ich gucke ich gucke mir die anzeige dass niemand auf dem turm geht weiß dass wir den turm auf jeden fall haben weil der turm ist big 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 dann kommt einer mit hast du noch mal gefunden bisschen ja ich habe schon 88 und gute die man bei fortress lasst kommen hoch und geht wie den turm wie den turm da sind welche drin im turm da sind welche drin im turm warte 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 ich hoffe ich hoffe die sind die rennen kommen in den turm wo war noch mal die splashes hier in einem kleinen gebäude erscheint sich schon mit dem ja ich gucke hier muss das mal gucken auf die tue scheiß drauf auf die tue brauche auf die tue brauche das glaube ich nur einer ja das haus okay ist noch in der zone kommt nicht hoch und ist noch nur auf jeden fall mein gott sehr gut aus sogar besser die müssen jetzt gleich reinkommen haus ist weg haus ist weg ich habe die reifen kaputt geschossen beide reifen hinten kaputt oder kommt rechts oder sind zwei aus kind 32 links auch noch einer wir dürfen die hinter uns nicht vergessen nein die cloud man ich glaube wir doch noch mehr danke hinter uns wo kannst du mit dem trocken gleich kannst du mit dem trocken was denn ja 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 ok ich habe 97 alles gut ist gut wo hinter uns ich habe keine muni verschwenden ich muss einmal refresh ja dann geht dann gehen wir müssen wir müssen eben munition und da ist eine munition da und die wo wir so gut sie können nicht nur die sensation wir können hier das ding gewinnen denkt man placement ist wichtig als kids machen weil er keine kids weiß nein da sind recht noch welche auf die im bus steht auch welche die da nicht hin ja ich komme wieder ich komme wieder ich komme wieder auf mich es kommen welche es kommen welche gepettet ja die links die links auf die andere kommen diese fort ja sie sind da weggevindern ich habe sie kaputt habe ihn habe ihn habe ihn der andere kommt der andere kommt habe ihn habe ihn habe ihn habe ihn ich habe ihn hier die munition hast du nun auf die unter seiner trainer unter seiner drinnen ja ich weiß ich habe nichts ich habe nichts ich habe nur gold und so ein scheiß dabei ist egal sind immer gut unter uns im haus ist oh mein gott noch mal tun wie viel hast du oft hier sind hinter uns hinter und aus dem busch hinter uns aus dem busch hatte ich muss beginnen ja ich auch ich habe es gleich noch die sind hinter uns hier im busch da und hier müsste eigentlich auch unter uns auf jeden fall noch einer unter uns auf jeden fall noch einer das kein problem hat alles nach alles nach wiegt nicht zu viel wir warten die müssen jetzt die die hunde hier läuft die die lachen die links die da jetzt nichts rein und die holen muss ich muss hier den baum weg machen weil wir sonst nicht sehen bin ich auf uns kommen brauchen wir sehen noch alles die schießen wir können auch eine munition opfern jetzt dafür jetzt monate im baum ist einer schießt ja vor uns im baum seiner ich habe alle wieder wollen gemacht ich krieg die krise hier brauche ich kann es nicht mehr müssen hoch ne ja wir sind um deine maute sind hier deine maute ich habe 17 schuss nur die sind dahinten hinter hinten ja die sind dahinter das problem wo wir müssen links zum baum ich brauche mp oder so wenigstens ja was soll ich jetzt machen was soll ich jetzt machen die feiten wir müssen ein bisschen nach vorne gleich nicht b b b b b b b b k ich hab keine wohnen mehr bei dir kam aus drei richtungen kannst du nichts machen und zunächst mal vierte schade leute deine kämpft im baum die ganze zeit egal wie jetzt hast du habe ich nicht geguckt sechs leute das war gut dann läuft jetzt noch ein zwei hat dann aber ist die gute round gemacht der eine kämpft die ganze zeit im baum die ganze zeit brauche ich habe alle wollen gemacht möchte war ja so schlecht das war ja das war ja wirklich wie viele leute sollen machen ja stand die macht ich glaube die sind diesmal nicht gut geplaced weil die haben dix gemacht die haben die wurden gefeiert da ja war klar dass sie so gut place noch geld mitnehmen für vier vier zwölfte aber auch gut zwölf ist auch okay auch vielleicht alles auch gut gemacht meistens haben sie mal so 23 leute wie viel hat doch die hatten wir so acht oder so sieben kills sieben kills auch noch mal wichtig vierter platz und sieben kills ist baba leute ist ja medikett wohl verkackt hallo also ich bin zufrieden wenn ich fünfundatzwanzig ach ja schuss wie sieht es aus wie sieht es aus gibt es eine geile reaction von euch oder seid ihr so das war jetzt ganz entspannt das war ganz normal ich finde ihr ähnelt euch auch beide sehr ja wir reden noch gar nicht die geist du hast du den ja stell dir vor die anderen kids jetzt noch alle gekriegt digga ne ja bro da waren ich da habe ich so war mir hier waren mindestens deine vier waren mindestens deine und deine wurde mir auch geklaut beim reboot wenn ich habe den komplett runter geschossen und er macht den letzten schuss der andere besser wir haben noch zwei runden vor uns ne real talk so wie du jetzt aufgegangen bist ja wir steigen wir haben richtig durch digga nein zeig doch mal einmal kurz digga aber ich finde ich finde schon da ist eine gewisse gewisse ähnlichkeit da digga real talk also weiß ich würde würde deine freundin das erkennen wenn painy plötzlich da ist ja ok wenn er jetzt eine brille aufsetzt digga wenn er eine brille aufsetzt ich würde schon sagen muss muss sirena beantworten aber ich würde schon sagen dass sie es unterscheiden kann na gut ich glaub dir das mal sehr geil mit wie vielen kills habt ihr gewonnen jungs katapultiert euch so weit nach vorne ihr wisst ihr könnt mickey und dann richtig brechen wenn ihr die überholt das versteht ihr oder ja das habe ich auch zu pain gesagt die haben uns nämlich die runde davor so abgefuckt auf ihrem luftschiff mit ihren weißen ja wenn wir noch zwei mal so eine gute runde machen dann sind wir safe in der earnings glaube ich mit drin aber dann die und mickey gönne ich den zweiten platz das würde mich persönlich sehr 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 befriedigen einfach so damit das so ein ding für immer ist das ist nämlich immer einfach so die sind sehr sehr früh gestorben ich weiß noch nicht wie die das immer machen also sie sind wirklich gefühlt immer im endgame wenn sie jetzt mal nicht waren gut und für uns für alle anderen der chat war gerade ein bisschen los weil da stand dass rex den geholt hat aber rex hatte willi geholt chat und die wurden dritter rex und steve wurden dritter und painie und kaiser wurden erster so das drin aber ganz kurze frage painie wie hat sich das angefühlt dass du janina geholt hast ich habe vorhin habe ich gesehen wie sydney sie geholt hat und das war die blaue mütze und dann habe ich gesehen wie die dahinter sind und chris so siehst du die siehst du die lasst auf die season und ich tue so okay ja gekommen aber war das so eine kleine befriedigung für dich ganz kleine vielleicht jungs ich danke euch möchtet ihr noch jemanden grüßen so wie gesagt war war dein call am anfang ich hätte hier zum beispiel in ruhe gelassen einfach nur weil wir halt die fordleipros wollen immer noch leute gewissen deswegen war halt doch gut dass wir noch hinkriegen sind ich sage mal wer wird von irgendjemand wird von paparelli geholt aufs haus da das ist böse das ist richtig das kann man nicht abgeben das ist ja unser ding aber sympathisch sehr sehr sympathisch guck mal wir haben halt aus den heilen und was wollen die ja machen wir haben ja schon gut abgefragt weil er auf einmal kam vor über rostereier ja das ist so wie hat der wilde den launcher gehabt ich hole ihn da raus jungs ich küsse euer herz wir gehen rein in die standings oh leute jetzt müsst ihr eigentlich top 9 müsst ihr eigentlich wieder sein sehr sympathisches duo gute wunder sehr sympathisches duo ja standings kommt gleich auch kaiser ganz kurz kaiser kennt ja ist safe wir sind gut nach oben gerutscht weiß ich nicht sechs sieben jahre oder so das war immer so ein richtiger bio 2 infinite warfare alles mögliche so ein wager schwitzer ich habe ihn gehasst damals und dann irgendwann und wie cool aber ja auch so ein toxic jetzt ist ein cooler junger so sind standings ready yes alright ich kurs amc wir gehen rein in die standings chat danach gibt es wieder highlights und dann und wir fangen wieder mit der numero 9 an chat und da sind jetzt papa platte was nicht top 9 krass wollen sich hier die earnings mitnehmen und ich finde die top 9 ist sehr sehr eng aneinander zwei games das check ich gerade auch nicht Leute das heißt wir sind perfekt wir haben wir 14 da wir hatten gerade sieben kills gemacht und vierter und vierter ist unheimlich wir talk da muss ich auch nochmal kurz shoutouts aussprechen die beiden girls zeigen jetzt hier ganz genau wie es hier läuft der hase chef strobel und flobby von der eins auf die sieben ist natürlich auch ein riesen absturz mal schauen ob sie sich dort nochmal fangen können das ist krass eins auf die sieben oder ob sie sich eine fangen wie chef strobel beim boxkampf spaß chef strobel alles gut bro wir sind zehnter zehnter auf der nummero sechs knapp Leute also ist doch alles ich sag dir einen fünften könnten wir noch machen mit earnings alles andere wird schwierig aber den fünften können wir machen die die ganze zeit auf der fünf sind omit und reapers immer noch unter den top fünf auf der vier miki und danny jetzt abgerutscht auf die drei sydney und wo ist denn chef strobel und auf einmal auf die dinge kommen gestern gestern wollte ich noch mit ihm wetten dass die nicht unter die top fünf kommen gott so lange habe ich das nicht gemacht und dann pain und kaiser die ganze zeit waren sie nicht mal unter den top neun zu sehen und jetzt sind sie erster platz mit 137 punkten punktgleich mit sydney und wiki by the way pain und kaiser falls ihr das gerade seht ihr habt zu 100% schon mal 500 euro äh 500 dollar ach die haben gerade gewonnen ja die 30 punkte schmecken natürlich das ist ah bro ich sag dir ehrlich wenn wir jetzt eine runde gewinnen wie viel haben wir jetzt wie viele punkte 100 in die highlights und dann direkt 104 103 Leute wenn wir jetzt eine runde gewinnen mit 6 7 kills dann sind wir erster stimmt also kommt auch an wie die anderen der place aber top 5 dann sind wir safe top 5 ja ja dann sind wir safe top 5 auf jeden Fall dann sind wir 100 pro top 5 ja 103 ich zeige euch das jetzt einmal auch für alles ich hoffe es geht nur keiner zu army und 2 jetzt ne hä aber wir haben noch viel mehr kills bro oder nein ich meine nur ist das kills hier nassim und lofty die drei können auf jeden fall noch top 5 ist das hier viel mehr kills Leute geht für den sieg oder warum ist da eine 5 ist das nicht aktualisiert ich hatte einen ja ist nicht aktualisiert glaube ich auch janina asmr da sehe ich dich papa rayleigh da sehe ich dich auch hier nochmal direkt ich habe unite client habe ich ready also bei mir ist auf jeden fall die übertragung fertig also wie man wird automatisch die die daten übertragen wo ist denn der polar express wenn man ihn jetzt mal braucht naja das sind unsere standings chat das sind unsere jetzigen standings ach das sind die runden achso achso ok das ding stream neu laden wir sollten mal einen link reinpacken dann können wir das selber angucken endlich am marschauen waren bis gerade eben auf ein auswärtsspiel ey super viele Leute sind auf ein auswärtsspiel oder irgendwie heimspiel und das ding ist ja andere sind noch nicht mal reingekommen hier micky und so angeblich und das war auch jetzt in 2000 am 16.04.2022 ach micky und zwar noch da drin um 22.16 deine erste nachricht bei mir im chat geschrieben hast Reefd das ist ja auch nur glaube ich das zehnte Turnier das du teilnimmst wirklich stark breiten von perktop 40 beste sehr gut ey liebe grüße Reefd liebe liebe grüße kuss digi so ist das äh ding ready äh video noch nicht ready video noch nicht ready ich hab auch gechockt mit den äh Impuls gar nicht ich hab zwei mal so scheiß Impuls geworfen Leute das war cringe sieben Leute Trimax ready es fehlen nur noch Leute Digga das kann doch nicht wahr sein wir können nur neu starten wenn fünf Leute fehlen fehlen fünf Leute werden alle Chats komplett zugespampt aber es fehlen noch keine fünf Leute nicht einmal Gott sei Dank wichtig so video ich kann euch das ja mal kurz zeigen unser Ehrenbruder Ruski der macht das nämlich live guck ich das an der macht das nämlich live während wir hier casten kommentieren Spaß haben mit den Teilnehmern und mit den Zuschauern schneidet er hier live noch die Sachen nebenbei genauso wie die Regie macht Amesie auch nebenbei live genauso wie alles andere machen die ganzen Mods nebenbei live das ist voll geil das ist richtig 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 krass absolut der Typ isst nur die ganze Zeit sehr gut ich hab da Impuls paar mal müssten gleich kurz eine Minute Stream stüten boah das geht nicht ich weiß nicht mal wie ich das hier mute weißt du das Amesie mit dem Programm wer hat das denn geschrieben Fluffy Fluffy sonst klär du das mal eben mit dem ich kann das klären ja wie sieht's in game aus 88 es fehlen immer noch drei Leute hä drei ja drei Leute Sidney und Willi holen sich die 10k wir können ja mal so lange noch mal hier nochmal auf die Preisverteilung schauen Chat hatte ich euch jetzt mal schon einmal gezeigt jetzt zeige ich euch das zweite Mal ganz ganz wichtig 10k gibt es für die Numero Uno 5k für die Numero Dos 3k für die Numero Tres 2k für die Numero Quattro und für die Senko gibt es 1k und pro Win jedes Mal 500 Euro nochmal on top damit das überhaupt auch spannend ist für die Leute die hier teilnehmen noch einen Sieg raus zu spielen dass sie selbst wenn sie nicht unter den Top 5 landen weil sie die ganze Zeit nicht so gut dabei sind immer noch 500 Euro belohnt werden als aber auch der losseste Clip um für weitere 500 Chat krank ist krank Bruder sage ich dir ehrlich wann kommen die Highlights es wird gerade dann gearbeitet welches Haarshampoo benutzt du? ich benutze tatsächlich ein Shampoo Chat ich benutze Head & Shoulders so ich habe keinen Bock auf Dings oh das Video ist fertig ich habe nämlich keinen Bock auf Schuppen wo ist der Übergang im Bad ich habe Corona ich konnte nicht zum Friseur Chat ich habe selber alles gemacht alles habe ich selber gemacht Chat zahlst du den Cup aus eigener Lass sein das zahlt Epic Games für uns ist kein Event von Epic Games ist mein Event aber sie zahlen das Preisgeld auf Ehrenbruder Basis Chat wie heißt das? meine Kiste? hey was ist denn los jetzt? weil wir uns den Trust bei Epic wie sagt das schon? wir müssen auf die Hosen in die Wand machen ich bin auf die Türsteher versuch reinzukommen geh doch mal ich boxe ich schmör ich boxe ich mach mal ein bisschen Fitness der ganze Zeit oh mein Gott die waren einfach Epic ich habe seit in die Hosen gekackt wegen dir ja man passiert auch immer wenn jemand schießt ey irgendwas ist hier irgendwas ist hier hä? Digga Nicoletta warte oder habe ich nicht gehört warte warte hä? sag kurz nichts ich kriege ich kriege das und damit hat sie gewonnen das ist halt durch wir sonne ja ich mache das auch gleich dann kriege ich auch 500 dollar ich kann diese high ground pisse nicht mehr hörten das war stark aber bei orange ist immer sascha down das ist so respektlos was sie gemacht haben das waren die haus war bessere dinge ist komplett krass ist das wegen war ja wichtig doch sieht gut aus sieht gut aus das ist alles ist so verliebt er kann sich nicht aufs game konzentriert ach das waren die rechts die da musch waren er sagt einfach es tut mir so leid krass die haben sogar gewonnen gehabt alter er hat neun kills btf leute was geht da ab alter sein mate er hat die haben dings gemacht die haben zwölf kills gemacht zwölf kills eine runde gewonnen das muss er auch noch machen ne mal maxi war panzer oh alle drin ab in die sechste runde alter ist das cool digga da sind so coole clips dabei wir starten heute noch da sind richtig 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 gute clips dabei eldos clip so leute nächste runde kommen aber noch mal jetzt eine gute runde hier viel glück und viel segen dann habe ich die tür vorne aufgelassen witzigerweise ich komme heute morgen runter und auf einmal was für die tür die haustür oder was naja wie soll das die haustür offen die ganze nacht ja die ist so lost leute weil läuft die selber tagtür auf ne tür leute das ist einfach ja das ist einfach übernachtbar die tür offen warum nicht kann man mitnehmen aber ich denke du musst erstmal über den zaun kommen ne ist der so hoch oder was ja ja hier ist noch ein paar andere sachen erlaubt die in deutschland jetzt nicht zulässig werden ja ja das ist immer nie wird da keiner da wird glaube ich in malta leute wird keiner übern Zaun zettern nein du willst nur anfassen und dann kann es sein dass du kurz breakdance machst ach wirklich ist der mit elektro oder was mhm ach krass naja also in mir ist clean und fortress gibt es immer auch keiner ne das tut sich keiner mehr an ja bro weißt du warum die da gelandet sind weil die haben immer anfangs geguckt haben gesehen ok da landet keiner ne und dann haben sie sich dann ey ok die landen da jetzt aber die haben nicht damit gerechnet dass wir da ich frag mich auch wie die den Boss gefehlt haben einfach so also die müssen direkt Waffen irgendwo her gehabt haben ich bin ready so ich mach nur ganz kurz einen Fisch ja ist gut boah Digga der musste raus hat keine Miete gezahlt Leute Leute ich hatte einen äh 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 ich hatte gar keine Kiste ich hatte nur Kisten gerade 0 ja ich muss mir besser auf jeden Fall ja ich hab noch links hier ein Mini wäre nice ja komm mir ein Mini habe ich ich bin hier bin hier also bei der links hier hier rauf geschossen auf links irgendwie noch mal die dinge hier die ich bin kurz das mit gedrückt hast du mir nicht zwei ich habe ein bisschen aber immer auch bei den bots macht immer fertig ja ich schicke mal die bots wenn ich noch mini haben safe noch einer die sonne drumgang dieser mini loft muss man auch so 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 Ich habe einen neuen Stryker. ist schon alles weg naja wir haben alles ist das ein bot oder das? ja ja alles gut wollen wir direkt drüber? ja direkt drüber ich hab nur 82,3 Euro Schuss aber ich hab 254 wir gehen gleich noch ein bisschen looten hier enthält wenn keine sind ja also oben sieht wieder free aus ne? sind auch noch zwei munitionskisten ja das geh schon mal hoch da sind welche bei dir wir kommen mit dem Boost Paket nice nice oh was ist denn hier? Mitchie MP ich nehm die Mitchie, oh mein Gott guck mal läuft hier aus dem Sprenkler, nehm den Sprenkler, nehm den Sprenkler, place den Sprenkler es sind zwei Ohan äh ich geh mal hoch mach also sechs soll ich mitnehmen oder lassen ich würde die sechs mitnehmen du hast ja nur ein spreng klar ich glaube ich weiß ja hier war es selbst gewesen ich weiß aber jetzt nicht ob das sports waren in oben bei der lassen wir hier kommen jetzt mir dass man hier rein so nachgeladen der sports hier war noch keiner er versucht die nicht mit links mit mit den armen zu schießen nicht mit einer genau wo ist noch alles gut ist alles gut oh mein gott die leute das ist wirklich spät hier schießt am besten minimum und immer schild aufladen lassen können auch komplett runter ja ich lechle dann halte ich halt oben ausschaut ich habe auch ein 326 jetzt so viel wir haben so viel wenn das hier ist eine epische lofti und noch richtig was so viel okay ich kann okay ich habe hier sind so viel wie gesagt ich habe 442 schuss ich genau nicht genau hier kommt keiner hoch bekommt dann auch leute wenn das ein zone ist dann ist das vorbei diese gute mitte das könnte sogar echt mit der zone gut genau hier oben was droppen und dann vielleicht diese dinge holen ich habe ich habe mich so viel so eine panzer ja die panzer mit einer zone wir gucken erst mal ohne option hier ist wenn die zone ist hier nämlich die bislang hoch genau dann droppe ich nämlich auch die bislang die minis oben ja wohl auch noch mal was hoch und wir sagen wo die zone ist so ich gehe runter ja ich brauche jetzt nicht viel links schade eigentlich muss wieder anrufen ja vielleicht können wir sagen ein paar sachen hinschmeißen von da oben wollen wir das wollen wir da schnell hin jetzt schon jetzt schon wenn wir da sind das ist blick 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 mal loftig um hoch kommen auch komo via mit dahin für neue ging gesehen ja okay ich komme ich komme ich bin gut mit ja der um ist ja ja naja ok dann geht als vom jetzt ein auto das ist egal ist egal ich bin ich bin jetzt da Oh, wenn wir die Pose da kriegen Oh, ich glaube, da ist sogar keiner Oh mein Gott, da ist keiner, bist du hinter mir? Hast du dich hingeschossen? Ja, ich habe mich hingeschossen Okay, ich bin jetzt im Schießer Bro, hier ist keiner Ja, ich komme Digga, soll ich mit Auto hochkommen? Hier wäre nämlich ein Taxi sonst Nee, du kannst fahren, hier ist keiner Oh mein Gott, die haben hier Fürs nachher rotieren, weißt du? Auto ist hier oben Da sind welche, im Haus Ja, okay Links von mir ist auch Auto Ja, komm aber erstmal hier hoch Die müssen sehen, dass wir hier sind Ich bin unterwegs, ja Ach, du bist gar nicht Doch, okay Ich bin da Von links Das Auto kommt hoch, das Auto kommt hoch von links Ja Hier, die Richtung Welche fahren weg? Nein, nein, hier Hier irgendwo ist ein Auto War das ein Lambo? Der ist da hinten weggefahren Ja, genau, ein blauer Ja, der ist da weggefahren Der ist weggefahren Okay Komm mal kurz hier Komm mal kurz in den Keller hier Ich habe Angst, dass wir welche campen Komm mit Ja, ich warte, ich komme Auto kommt jetzt hoch Okay, hoch, hoch, hoch Hoch, hoch, hoch Auto kommt Ja, Auto links, Auto links Mehr Autos Die Reifen Ja, die ist okay 50er, nochmal 50er kriegt Sind rausgeflogen Oh mein Gott Von hinten, von hinten, von hinten Ich sehe es, ich sehe es Ich sehe es, ich sehe es Ich schieße mit Rockets, das ist hier kaputt Oh mein Gott, Bro 44er Wer schießt hier mit Rockets? Oh, oh, ich bin tot Komm her, komm her Hier bist du ja gar nicht Es brennt, es brennt, es brennt Wir müssen runter Das Gute ist, wir können ja auf den Keller gehen Weißt du? Da oben läuft die Das ist 2 zum 5 zum 6 Wir haben eine gute Pose Wir haben eine so gute Pose Die kommen, die rotieren hoch Die rotieren hoch Von wo, von wo Ah, der ist abgeraunt, der ist abgeraunt 315 Schuss noch Naja, ich habe 384 Oh mein Gott, wir sind nochmal in der Zone, Bro Wir können die gleich alle abfangen, die hier reinkommen Ja, machen wir den Marker weg, machen wir weg Bro, geht nicht Geht nicht, hä? Da, da hinten Da läuft den Berg hoch Guck mal gleich Wir können über Zweck lasern Warte, wund, ich sehe nicht, ich sehe nicht, Bro Da, jetzt, jetzt Ich markiert hab Bro, ich bin nicht weg, der ist zu weit weg 29 Ja, aber die haben 2 Unter uns, hier rechts Läuft die hier, hier, hier Ja, ich sehe es Ich sehe nur keinen Die fliegen hier Im Busch, hier Nee, nee, schieß nicht rein Sparen bis die Moon Bro, da, 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 da Geht, da ist einer Okay, ich schieße jetzt auf uns 283 Aja-Schuss habe ich noch Hier stimmt einer 29 Ja, Bro, du musst ein bisschen Mund sparen Musst du ein bisschen Mund sparen Okay Weil die werden nicht hier alle reinkommen, denke ich mal Okay Und hier unter uns auch noch welche Aber da gucken Ich gucke mich schlecht Hinter uns, hinter uns Ja, hier, der Aufstein Ja, das Die werden runterspringen Das ist das Problem, die werden runterspringen, weißt du Die werden runterspringen Um zwei Autos Die haben ab, die haben ab, die haben ab Ja, alles Links unten, links unten Hier, hier wieder Die Falten da im Busch Für die Busch Falten die Schwimmt einer 29 White Der ist 29 White Oh mein Gott, ich wurde geläsert Oh ja, die laser von unten Ja Hier holen wir uns rechts da unten Hier kommt eine Zone rein 29 Gerne, Bruder Rechts von uns, rechts von uns Will einer Hälte liegen Oh mein Gott, ich bin tot Nein, nein, nicht der, nicht der Ja Ich versuch's ja auch nicht Absolution Aus dem Busch, aus dem Busch Aus dem Busch Okay Okay, 193 Schuss nur noch Die sind da immer noch im Busch Hinter uns, unter uns oder was? Ja, ja, genau Die haben eben übelst gelasert Bro, da, 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 da Bitte lauf, ich schieße auf die Nein Ja Ab ihn Nice Schieß den Baum kaputt, Bro, nicht, dass er redzt Nice, nice, nice So So Geh' mir schnell ein Biggie Und vor mir ist Mooney Ganz viel Mooney Ich hab Mooney, ich hab Mooney, ich hab Mooney Also ich hab' genug, falls du kannst Drop Warte Ja Nice Komm, 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 komm Vor uns, wir müssen hier in den Berg hoch Ja, ja Da werden auf jeden Fall welche sein Vor uns ist einer Nice 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 Das ist noch einer Vor uns Hier vor uns Kommt, komm, komm, komm Du musst mich tragen oder schmeißen Ja, ja, warte, warte Da ist noch einer im Busch Oh ja, 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 ich werde von vorne beschossen Tschüss, 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 tschüss Ist egal, ist egal, ist egal, auf die schuldig nicht mehr, entschuldig. Ja, ne, ne, aber bei mir ist ein Schloppern so und Munition. Oh mein Gott. So, ein Wursch. Nice. Ja, perfekt. Der andere ist deiner, der links. Irgendwo. Wenn der gleich rein rotieren muss. Ich hab den Stein vor mir, das ist das Gute. Da wird aber auch noch einer Busch sein. Alles nachgeladen? Na ja, alles top. Er muss vor dir rein. Er muss vor dir rein. Nein, er klaut wieder. Ciao. Broch. Das war's. Denk dran, du brauchst nur eine Shotgun. Da ist eine blaue Trommel. Das ist ein Top 6 jetzt. Hier ist einer dann links ungefähr. Freil rein! Freil rein! Da drin ist! Wichtig! Ich hol dir die Splash ja noch schnell. Steiner! Steiner! Du bist der Beste! Eins gegen eins! Ganz easy! Das ist dein Ding! Ich bin der beste Spieler der Welt! Oh mein Gott! Let's go! Warm gespielt! Jetzt geht's los! Warm, Junge! Oh Mann! So ist das! Oh Mann! So muss das sein, Digga! Warm, Leute! Jetzt bin ich warm! Jetzt bin ich warm! Jetzt bin ich warm, Leute! Letzte Runde auch noch Win holen, Digga! Oh! Digga! Wie sauer! Lofti! Hallo! Lofti! Was geht ab, Jungs? Digga! Dein Kopf ist ja knallrot! Puh! Das war... Das war auf ganz Fokus! Das war, Bro! Andere Liga war ich da gewesen grad! Ist dir dein Schweiß schon wieder in die Augen gefallen? Puh! Ich sag dir ehrlich, das war eine andere Welt grad! Ey, das war ja anders! Das war krank! 500 Euro! Let's go! Das fängt jetzt auf! Wir haben gewonnen! Ja, ihr habt 500 Euro geholt! Hä? Mann! Die sind safe, die sind safe! Geil! Schon mal nicht umsonst heute mitgemacht! Das ist nice! Geil, Mann! Das, was ich am geilsten fand! Jedes Mal Lofti wollte dich motivieren! Und wollte dir irgendwas sagen! Und du jedes Mal so... Ja, ich musste hören! Ich höre Lofti höher! Splashy! Die sagten 200 Leben! Lofti sagt Splashy! Ich brauch Splashy! Du brauchst einen Satz in dem Etat frei, weißt du? Bro, nimm die... Er sagt, nimm die Drumgun! Da sitzen zwei Leute im Busch! Nimm die Drumgun! Was für super Calls! Danke Lofti! Aber nachher wärst du in der Situation gewesen, hättest nachladen müssen, aber hättest du dann ne dritte Waffe gehabt, weißt du? Oh, die legendäre MP rasiert einfach! Das ist das Ding! Die legendäre MP! Seit wann warst du eigentlich dead, Lofti? Zwei Minuten vorher! Also ihr wart eigentlich bis zum Schluss noch zusammengegangen? Ja, bis zum Schluss! Wir hatten auch krasse Posis gehabt! Rotiert wie junge Götter, würde man sagen! Du wurdest ja, Stani, du wurdest ja letztes Mal erster Platz bei meinem Turnier! Ja! Mit Eli zusammen! Ähm... Da ist Druck! Da ist natürlich Druck, ne? Da ist ein bisschen Druck! Aber ihr hattet halt auch Mignup dabei! Ihr habt ja letztes Mal extrem doll Mignup gelobt! Und er cheats so! Und er cheats so! Und er cheats so! Ja, er hat halt cheats! Aber das ist ja... Genau! Das ist ja heute irrelevant! Wie ist denn das bei dir? Hast du dir die Cheatscripts gekauft? Oder hast du jetzt so gesagt, nee, heute mach ich das selber und hast viel mitgenommen einfach gelernt, was Rotation angeht? Spielst du selber grad diesen Modus ganz viel mit Lofti? Ja, wir haben mit Lofti noch trainiert, unsere Rotation da eingedingst, da hab ich noch ein fettes Zelt auf meinen Rücken gebunden für Lofti und dann Abfahrt, hab ich gedacht! Schade! Okay, Lofti weiß ich nicht, Digga! Weil im Rucksack passt der nicht rein! Ja, beim Boxkampf würde er das nächste Mal nicht sowas sagen! Nein, Spaß! Wir sind ein gutes Team! Traumduo! Digga, kaum sagt er irgendwas mit Boxkampf, sagt er sofort! Ja, gegen 2,10 Meter und weiß nicht, 150 Kilo und ich hab auch keine Lust! Ne, 180! Ja, und nochmal starke Leistung von Sascha mit seinen Bananenkostümen, da hätte er sich mal lieber, naja, was anderes anziehen sollen. Auch nochmal, will ich auch nochmal hier sagen. Ja. Okay. Oh, gut. Jungs, ähm, möchtest du noch jemanden grüßen? Wir sind warm! Mignob, ich grüße Mignob! Du grüßt Mignob! Mignob, grüße gehen raus! Upcoming new pro, merkt euch den Namen, Pinstrafe! Pinstrafe, sehr, sehr krass! Das ist unser, das ist unser Squad! Pinstrafe, sehr, sehr krass! True! Alright, boys! Ey, ich küss euer Herz! Schön, dass ihr mal wieder dabei seid! Und ich feier es auch, wie engagiert ihr immer seid! Ihr seid immer richtig in diesem Spiel mit dabei! Ihr seid richtig so, ihr seid mit vollem Fokus dabei! Wisst ihr, wie ich mein? Cool, cool! Das ist unser Leben! Fortnite ist mein Leben! Geil! Ey, Leute! Ich küss euch! Bis später! Bis später! Geil! Gewonnen, Mann! 500 Tacken auf unseren Nacken! Bam! Let's go! So! Aber guck mal, er fand es auch gut mit den ganzen Codes! War schon geil! Vorletztes Mal Standings! Und das vorletzte Mal auch die Clips! Dann... Entschuldigung! Wie weit sind wir mit den Clips? So! Jetzt auf jeden Fall nochmal ein Win! Gerendert! Sehr, sehr nice! Jetzt nochmal ein Win, Digga! So wie jetzt! Wie sieht es aus mit dem Custom Key? Okay, da reiche ich so lange den Custom Key ein! Custom Key, Leute! Müssen wir eintragen erst mal! Jetzt haben wir uns genug gefreut! Geil, geil, geil! Ey, wir sind so unglaublich gut im Zeitplan, Chat! Real Talk hätte ich nicht gedacht! Real Talk! Und Leaderboard ist ready! Nice! Dankeschön! Ama, dafür, dass ich kein... Ein absoluter, kein Fortnite-Fan bin, ist das pure Unterhaltung! Danke! Ich danke euch, Chat! Okay, Bro! Ich glaube, wir sind jetzt... Wie viele Killzeiten wir gehabt, Leute? Ich weiß nicht, ne? Neun, glaube ich! Ich zwei, du sieben! Boah! Krass, Leute! Das bringt uns jetzt noch mal ordentlich weit nach vorne, glaube ich! Top 5 ist, glaube ich, drinne! Ja, safe! Digga Mods! Ja, wirklich! Ihr seid manchmal echt ein bisschen zu nett! Mit dem Chat! Ein bisschen zu nett! Meine Zündschnur ist Gott sei Dank heute nicht so kurz wie die von Eli! Aber... Wenn der Chat lost ist, ist der Chat lost! Okay, jetzt nochmal Fokus, nochmal eine gute Runde, Leute! Und dann... Oh, shit! Ja, das war's! Oh, shit, Chat! Das wird euch gefallen! Wir fangen wieder von hinten nach vorne an! Also, auf der neun haben wir Rex und... Oh mein Gott! Jeter! Bro, wir können doch den ersten machen! Seht ihr das? Wir machen den ersten nicht! Haben sich komplett brechen lassen! Da müssen wir auch nochmal gleich reinschauen, Chat! Was da gerade passiert! Die Jungs sind nämlich jetzt auf der 5! Warte! Pain down gehen! Dann können wir ja mal so lange mal gucken! Wo will ich denn mal kurz rein? Digga, so muss das sein! Boah, ein bisschen nachtreten! Hallo? Hallo? Ich auch für deinen Verschenken! Hallo? Ey, danke für den Verschenken! Ey, Jungs! Wie sieht's aus bei euch? Eli, ich habe gerade gesehen, du bist mal wieder in Mexifal gestorben! Ja, war aber okay, der Kill war ganz normal! Ich sage ehrlich, nice! Ich bin zufrieden! Ich glaube, wir sind 13. oder so! Wir haben gute Kills, Digga! Ich glaube, wir haben echt viele Kills dafür, dass wir nicht in der Top 10 sind! Wir haben irgendwie 19 oder 20 Kills oder so eine Scheiße! Wir haben zweimal verkackt! Sonst wurden wir, glaube ich, einmal Sechster, einmal Siebter, einmal Neunter, einmal Zwölfter und zweimal verkackt! Okay! Wir haben die dritten meisten Kills, ne? Wir haben einen guten Job, hier ist kein Bruch! Einmal wurden wir richtig krass von Tom Supreme, den Wichser, der, wenn du das hörst, das Video von mir jetzt nicht hochladen darf, weil er und Leleitzgen die ganze verschissene Runde auf so'n scheiß Vulkan auf uns gewartet hat! Jetzt hätten wir, ich schwörste, die hängen auf diesen Berg, als wenn sie danach das komplette Turnier gewinnen, wenn sie uns töten! Ja, aber okay! Die sind danach selber gestorben! Sind die doof! Zeig mir mal die Liste! Zeig mir mal die Liste, wie viel da wir sind! Wir wohnen gerade Siebter! Also wir machen, wir kommen immer so zwischen sieben und zwölf! Eigentlich viermal sind wir in die Top 10, glaube ich, gekommen! Viermal! Jetzt auf alles Leute! Jetzt geht alles! Zweimal halt richtig reingeschissen! Wie viel kriegen wir jetzt, wenn wir jetzt vierter bleiben würden? Ich guck mal kurz, was ist gerade Top 5? Ich weiß gar nicht! 145 Punkte! Ich kann euch das ja mal kurz zeigen, was das bedeutet! Egal! Nummer eins ist nur ne Option! Top 5 wollte nicht! Ich bin auf die erste Seite! Ich bin auf die erste Seite! Ich bin auf die erste Seite! Das war das Ziel! 14. Da sind wir! Wie viele Punkte? 102! Boah, das wird schwer! Zeig mir nochmal den... Boah! Das wird schwer! 102 Punkte! Egal! Überleben und Abstand! Oh! Und guck mal! Die sind eigentlich im Bruch, glaube ich! Weil die waren die ganze Zeit Top 5! Scheiße! Sind die im Bruch! Wer? Was meinst du? Romatra und Tramix! Äh, diesmal, ähm... Die sind die ganze Zeit Top 5 gewesen! Jetzt sind sie noch auf die ersten Seite! Bro, wir machen das so mit ihm! Wenn wir Impuls sind, nehmen wir natürlich Impuls mit! Aber wir machen das so mit ihm! Okay! Omit ist da oben! Das ist so respektlos eigentlich! Ich weiß mal darauf, dass Omit da oben ist! Dass er sich noch traut, in meinen Chat zu schreiben! Nachdem ich mit ihm gespielt habe! Ich hab mein Leben auseinander genommen! Wenn wir jetzt gewinnen, sind wir erster, safe! Ja! Dave Knight, so 37. Aber dafür habt ihr 500 Dollar oder Euro sogar letztes Mal bekommen! Siehst du? Habt ihr euch die geteilt? Ja, ich hab gesagt, er wollte teilen! Der Schwanz, Digga, wirklich! Also, wirklich, das ist so schlimm! Digga, er hat 1 Kill! Reapers hat 29 Kills! Und Omit, 2 Kills! 29 Kills hat Reapers gemacht! Digga, Reapers hat so oft meine Mutter angespuckt! Ich glaube, er in die Kamera geholt, Digga! Reapers ist der aller-absurde-best-Spieler der Welt! Obst einmal! Digga, er hat sein eigenes Spray im Game-Spiel mit! Ah, Reapers ist geil! Reapers kann jedes Spiel! Ja, ja, Reapers ist übertalentiert! Aber meine Jungs sind auf der 1! Und das will ich sehen! Sidney Willi! Auf der 1! Da werden auch Earnings abgegeben! Dafür, dass ich schon verkauft werde! Ja, ja! Nicht mehr lange! Ich weiß! Aber ich bin froh mit Rohr zu spielen! Rohr, 14. Platz! Völlig okay! Völlig okay! Wir haben gute Kills! Wir haben 20 Kills gemacht, Digga! Willst du eine kurze Side-Wette mal machen? Ob die auf der 1 bleiben, ja oder nein? Okay, ich gehe auf meine Jungs! Gegen dich? Ja! Um 20! Kann mir jemand sagen? Sofort! Und mich das mit aufschreiben! Sofort! 20 Punkte statt! Jetzt dann sofort! Ja, Digga! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Warte mal! Der Typ! Der Typ bin ich sauer, Digga! Der Typ sagt mir was von nicht aufschreiben! 200 Subs hast du noch bei mir offen! Dolocca, Digga! Dolocca! Letztes Mal! Letztes Mal! Das Turnier, was wir hier zusammen gehostet haben! Ich gehe auf meine Jungs 200 Subs! Lass aufschreiben! Lass aufschreiben! Lass aufschreiben! Lass aufschreiben! Ja, dachte ich mir, alles gut! Sind wir schon dumm noch hier, ne? Kannst ja mal vielleicht die Maud-Oni bei dir reinpacken dann jetzt! Weiß ich nicht! Hä? Ja, völlig tot! Ja, aber warte mal! Da habe ich ja eine viel schlechtere Quote! Du musst dir ein Team aussuchen, was die überhaupt... Du musst breit machen! Ja, du hattest doch! Ist ja völlig dumm! Eli! Ich bin jetzt hier raus! Doch, jetzt sind wir dran! Boah! Oh, ich war gerade der falsche Links drinnen, Leute! Okay, wie sieht es aus mit den Links? Noch Delay! Noch nicht fertig! Noch nicht beim Rendern! Okay, warte mal, ich guck mal, ob alle drinnen sind! Ein Team fehlt! Wenn ein Team drinnen ist und noch nicht gerendert ist, dann gucken wir, ob es danach die Highlights an! Wann sollte gestartet werden? Und Punkt? Punkt, ja! 90 sind drinnen! Ja gut, dann starten wir auch einen Punkt! Also, wenn es noch nicht gerendert ist, Chat, dann gucken wir uns danach die Highlights an! Oder vielleicht zwischendrin, wenn nichts passiert! Aber eigentlich ist ja das Geile, bei dem Nicht-Bauen-Modus, da passiert immer irgendwer etwas! Also, da gibt es eigentlich... Wenn wir eine Baumeer gemacht hätte, dann würde wir etwas gewinnen! Weiß ich nicht! Stimmt! Passiert jetzt fünf Minuten lang! Das ist echt eine Maschine! Gucken wir uns danach daran! So, jetzt können wir immer uns Oli wieder rausnehmen! Adria, nein! Ich hoffe, dass wir nicht in den Lost-Chat, das wäre mir persönlich sehr, sehr wichtig! Geht's los? Wenn Reapers was suchtet, dann zieht er immer richtig durch, deshalb ist er so gut! Reapers ist krass, Chat! Egal welchem Spiel, was er anfasst, ist er einfach immer richtig krass! Eli doppelt oder nichts? Was geht ab, Efe? 90 sind drin! Warte mal! Wie viele müssen drin sein? 91? Ne, 92, oder? 92, ja! 92! Was meint ihr mit doppelt oder nichts, Chat? Geil, Leute! Geil, 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 geil! Äh, was war nochmal der Score? Hör mal zu, Stani ist nicht der King! Der King bin ich! Hier, jetzt! 151, Leute, das ist noch alles drin! Ich setz Auftragskiller an die Jungs! Army und Essie könnten jetzt auch nochmal playsen! Die müssen halt, ja! Die werden sieben Teams auf den landen! Das verstehst du nicht! Ich werd' deren Stream auf nem zweiten Monitor laufen lassen! Ich werd' Mods gegen die fighten lassen! Doppelt oder nichts, sagt er! Chat, was sagt ihr? Doppelt oder nichts, ja oder nein? Crackbot, danke für die 5 Subs, Brudi! Viel, viel Dank! Boah, Sydney und Willi sind auch gerade echt stark! Aber vielleicht packe ich da noch ein bisschen Druck drauf! Weißt du was, Eli? Doppelt oder nichts, ich bin dabei! Knecht, Digga! Denkt er, ich zieh' meine Eier ein! Nur weil er die 200 Sub gibt's noch nicht rausgehauen hat! Natürlich bin ich dabei! Keine Eier hat der Mann! 400 Subs schmecken umso noch mehr von ihm, Chat! Das wird richtig salzig! Zwei aussuchen! Was soll ich machen? Oh, Leute! Ich starte jetzt, oder? Ja! Hey, Mods! Startet mal die Runde, bitte! Ein Team ist nicht drin! Ein Team ist nicht drin, da können wir nichts machen, Leute! Wir starten jetzt! So, jetzt noch mal alles geben, Lufti! Jetzt noch mal alles! Komm, holen wir das Ding jetzt hier! Wir sind wie so'n Felix aus der Asche! Niemand hat uns auf dem Schirm, wo der jetzt die letzten beiden Runden zeigen und was abgeht! Wir sind jetzt warm! Wir sind jetzt warm! Wir sind jetzt warm! Wir sind warm! Oh ja! Ja, klar! Okay! Everybody was gone! Dang! Ihr müsst erst ja werden mit neuen Kills, die müssen wir nicht! Kommt darauf an, wie die anderen jetzt natürlich performen! Wenn die anderen jetzt direkt zum Anfang selbst gehen, dann ist das natürlich ein bisschen einfacher für uns! Morgen geht's nicht weiter, das ist nur heute! Nur heute! Das Turnier ist nur heute! Nur heute, Leute! Jetzt das heute ist! Wir wissen, wie viel Earnings es gibt! Alles rum und dran! Schade, wir haben echt die erste Runde zu offensiv gespielt! Wir haben echt zwei so richtig krasse Runden eigentlich verschenkt, Leute! Wo wir deutlich besser performt hätten und noch sichere Punkte! Wir haben ja eine Runde echt richtig reingejobbt! Okay, vor uns ist keiner! Oh, doch! Einer ist low auf Fortress! Ja, ja! Die haben geguckt, ob ich mitfliege! Die wollen sich Fortress gönnen! Ja! Das sind zwei Duos! Ich glaube, es sind zwei Duos gerade gelandet! Ja, wir gehen gleich rüber! Sobald du das hast! Ich bin hier gut ausgerüstet! Ja, der ist oben drauf! Ja, hier oben drauf! Oh, shit break! Ich habe den Snipes stoppt gedruckt! Oh, mein Gott, nice! Warte, 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 ich muss hier noch kurz Dings mitnehmen! Ah, gib mir das Dings, Leute! Gib mir Minis, gib mir Minis! Gib mir Minis, gib mir Minis! Ich hab mir nichts, ich hab mir nichts! Ich geh direkt mit 200 Leben hin! Und dann wollen wir uns sie! Ja, warte, ich hoffe ich auch! Ich hab mir nicht aufgeruchten, ich lebe noch den Weg, weil ich das nicht! Ich wäre nicht aktiviert, ich bin. Ich bin, ich bin, ich bin! Ich bin, ich bin! Ich bin, ich bin, ich bin! Ich bin, ich bin, eben! ich kann mir kurz ein buch einer schießt auf mich das nicht lang dinger weiß nicht warum die auf mich schießen ich habe keine ahnung also viele was geht und sagt jetzt sind da auf einen haufen ich weiß nicht ob der mädchen noch das von denen ist der mädter noch wo ist der muss denn jetzt war es noch ein slon ist gestorben witzigerweise ist auch lama oh mein gott ist auch noch sie muss jetzt zu mir kommen ja ich komme ich komme ich komme ich bin unterwegs ich habe nur 46 jahre schluss hast du irgendwas die haben sich beruhigt die haben sich beruhigt die haben sich beruhigt haben sich beruhigt lassen mal den das wasser hier ist ja ich komme wir müssen wir müssen eine mann ich hast jetzt von mir schießt du immer noch kann zu nehmen braun dass man schnell einmal hier den boss schnell machen ich weiß nicht wo die ist ich bin ich bin es ist weg würde was das denn ich nicht hier In der Mitte, in der Mitte. In der Mitte. Doch in der Mitte. In der Mitte. Biggy ist hier drin. Komm, er ist gleich mal. Nämlich. Nice. Ich muss sprechen. Hast du es vielleicht noch? Weil dann die Biggies mit weiß. Nimm die. Ich nehme auch vier von dem Jobschilder mit. Wer weiß. Hier ist ein Biggie. Ja, alles gut. Dahinten lag ja auch noch Biggies, ne? Ja, da lag auch noch. Okay, hab ich drei Biggies. Okay, nice. Wollen wir hier nochmal Munitionen? Gönn dir nochmal die Fester, Digga. Wo lag nochmal der Biggie? Du hast doch irgendwo einen hier noch hingeschmissen, oder? Ja, eigentlich schon. Ich finde den selber jetzt nicht. Hier ist er, hier ist er. Oh, ich bin cool, ne? Ich hab, äh... Ja, perfekt. Wie viel Mun hast du? 320 Ah, ja. Ich hab 238. Ich hab 238. Okay, lass uns direkt... Äh, lass direkt links schießen, tiltet. Ja. Oh, Bro, aber Zone... Bro, ich weiß nicht. Lass kurz ziltet gehen, wenn nicht, gehen wir wieder zurück. Kurz ziltet noch looten gehen oben, falls vielleicht ist oben noch nicht gelootet, weißt du? Okay, 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 okay. Wenn nicht, gehen wir zurück. Weil, guck mal, Zone. Ja. Ich glaub, tiltet wird nicht Zone sein. Wenn ja, können wir ganz schnell wieder hinrotieren. Ich bräuchte noch eine beste Drumgun auf jeden Fall. Ich hab nur eine graue. Ah, ich hab gar keiner. Oh, über uns schießen ihn. Kommst du grad mal Seilbahn hoch? Nein, 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 ich bin nicht... Okay, okay, das ist bei mir ein Gegner. Ja, komm runter, komm runter, Lufti, komm runter. Wo sind die denn da? Die sind drin jetzt. Ja, ja, scheiß auf die, scheiß auf die. Wir gehen ganz hoch, wir gehen ganz hoch. Okay? Okay. Wir schießen uns ganz hoch. Wir warten jetzt... Sicher, ja? Ja, 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 ja. Wo sind die denn? Ja, wir schießen uns ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch, ganz hoch. Okay. Und hier warten wir und warten jetzt das nächste Zone ab. Da ist ein... Schwack. Schieß nicht, schieß nicht, schieß nicht. Ich hab mal hier kurz... Die sind hochgekommen? In diesen... Oh, die sind... Links gegangen. Ja, komm mal, komm mal. Links, falls noch. Sie da, da, da! Oh, er ist wund! Nein! Hast du ihn? Nein, ich hab ihn genockt. Der andere ist im Auto. Nein, nein, wir müssen nicht hochgekommen. Finde stehen, finde stehen! Hinter uns fliegen wir nicht hoch! Hinter uns fliegen wir nicht hoch! Nein, scheiß drauf, scheiß drauf, scheiß drauf. Die wollen hier hoch fliegen. Pass auf, pass auf, pass auf. Okay, komm, 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 wir müssen rotieren. Hä? Komm, komm, hier in die links! Doch, die in die Maschine! Ja, ja, ich komme. Schieß dich auf Fortress schnell! Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Du musst auf Fortress kommen! Ja, ja, ich komme, komme, ich versuch mal die Kanone von denen kaputt zu schießen! wir sind so viele sind so viele wir müssen direkt nicht ohne ich habe den kennig gekriegt ist egal ist egal ich weiß ich habe die abgelenkt doch die wir gehen hoch 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 auf die zeppelin auf die zeppelin auf die zeppelin hier ist nochmals ich habe ich habe noch drei von diesen dingen mein gott so wichtig wo sehr sehr gut legt die dinge wurde nicht genug läuft ja ok 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 ich baue trotzdem auf ich gucke ob jemand kommt ich sehe keinen kann es weiter loben doch noch einen schmeißen hier noch der letzte ja alles gut hier noch ein bleib du mal um kurz ich gucke mal bei unten könnte ich vielleicht noch einholen die sind hier sind zeit die waren nämlich noch keine ok wenn wenn du etwas droppen willst hier damit du was mitnehmen kann zwar eine mp ich habe einen reich und einer die sind vor uns geflogen sie sind glaube ich weiter unten sind und ich muss kurz ich könnte vielleicht das schilder holen oder in der mp bin kann ich habe nämlich noch ein unter uns und welchen ich bin mir um die länger um die länger um das ist wirklich schweiß drauf schweiß drauf schweiß drauf schweiß drauf schweiß auf die wenn überall fliegen wird schön wird schön wenn die hier land lesern wie die einfach das ding ist da oben drin erkannt kann es nämlich nicht gekillt werden auf dem satelinden da kann ich keine herunterschießen oder sonstiges ja da können wir rein da können wir vielleicht rein rotieren leider nicht hat alles nach robin gott positiv was hast du viel dran auf die ich habe keine ich habe nur diese blaue mp und ich habe nur so eine shotgun da ist egal ich bin schon wieder welche ja hier links fliegen wir und welche mit autos ja mit autos schießen soll ich ehrlich wollen dass die endzone ist dann haben wir es bevor die müssen sich hier hoch brauchen ja man das ist ja noch die oh mein gott der kudel mache ich doch muss nach land die drücken gut 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 die sind da so open die werden kontestet irgendwann ich habe mal alle meine schilder wieder ja aber schießt auf schild so ein bisschen kaputt ich habe kaputt kaputt ja auch da kommt mich hoch aber wirklich ja ich habe die kegel kriegt ich habe gerade guckt weil die rotierten auto gerade rein ich glaube die sind da oben weg ich bin mir aber nicht sicher nein ich glaube nicht werden doof wenn sie es abgeben den biggie hast du einen biggie für mich ja danke chat ich habe nur noch 160 schuss digga ja bleib hier auf die three points warten wenn hier irgendwo einer frei rum läuft ja das ist nicht ich bin gerade hier hinter uns ja fokussieren ja gott sei dank ich habe noch 114 schuss wir könnten in die links jetzt rein wollen wir da rein in die kommt man da wieder raus kommt er raus musste springen okay ich komme rein ich komme rein ich komme auch mal easy oh mein gott hier drin verstecken kann man die mutter kannst du nicht bleib hier bleib hier da oben auf dem berg da oben auf dem berg 248 40 erst mal kaputt genau das muss man jetzt das muss man muss man muss man muss man muss man ich verstecken ob der ob einer von denen jetzt und vom berg runter kommt der brauche ich kann mich kann abschließen was auch das hier kann reinkommen ich kann ich kann nicht die schießen nicht wir können hier nicht da umgehen alles gut geht schön jetzt hier darf ich kann gar nicht hoch das hier ist das höchste ja ja gut 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 wir bleiben einfach hier aber wie kommen wir runter bro ich komme doch gar nicht runter aber ich habe ein puls ich habe ein puls ja wichtig ja jahre gesagt da habe ich mir mal zwei dass du ein hast dass du ein hast wenn das jetzt hier nur ein mann der zonen ist dann ist vorbei und richtig durch läuft ja auch wenn ich die rente hier zu wachten ja wir sind die einzigen kommt du musst zu mir kommen eigentlich wenn jemand kommt ist mir den gleich hier mit rhodi kann ich mal ich bleib einer davon weil ich vielleicht hier im fliegel machen wir bleiben hier ich bleib hier du links können nichts machen einer kann sie irgendwo hochschießen einer kann sie hochschießen glaube ich die wollen hier rein die können hier nicht rein wir lasern die direkt weg sollen die reinkommen hier ich glaube ich glaube der kommt zu uns kassiert okay es versucht noch einer aufkommen am besten richtung alles gut also kann ich sagen links dann weißt du wirklich richtung ich glaube hast du hast einen pene nein ich habe nur schockern und logik mit der restlichen weil ich habe die mythische kann ich mich jetzt noch ein paar lesern hier weiß ich habe eine gute posi schade dass du nicht zu uns kommt egal nein finde ich den auch habe ich ja sag ich doch das sind die sateliten place hier von den aliens die aliens haben uns satelliten wenn die mit wegkommen sind sowieso der vater gewonnen wie das kennt okay es fliegt jetzt einer ich habe einen geflogen die müssen gleich alle im berg hoch die werden alle nationen sterben die werden alle nationen sterben das sind die jahr zu platzierten geht es weiter und diesen höchstwahrscheinlich unter die aber nicht nicht piken nicht piken sind immer noch in der zone ob 6 top 6 wo es wird jetzt engliger die anderen werden und sein wir müssen auch das recht mut zone kommt und wir uns ein reiner putzen können wir können hier noch von hinten weg lesern hat mich wirklich tot ich mache hier auf ich kann nichts anderes oh mein gott egal ist egal ist egal ist egal was das die sind unten du musst du noch überleben die tonne das wäre das dieser das war so ein smarter play mit der impuls da oben das was war aber wir sind gut geplaced glaube ich leute sind echt noch mal bei pain pain war vor uns in der platzierung hat aber dann nicht gut abgeschossen ich glaube der hat uns weg im pulser oben das war wirklich smart also das gewesen ist dann was macht wo es mich auf die placement platziert gespann krass wie viel dazu ich weiß nicht wie viel zeitig ich glaube ich träumt doch der gar nicht egal wir sind safe dritter minimum ich glaube wir sind dritter ich glaube auch wir haben gewonnen oder die wahrscheinlichkeit ist hoch dass wir einfach erster wurden ich will nicht schinken aber das chat chat ganz kurz 500 Euro auf jeden Fall chat die Jungs haben zwei Wins geholt 5 Kills Omet Omet chat komplett verloren der Junge aber 1000 Dollar haben sie schon mal safe 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 1000 Dollar das heißt er hat Omet hat mehr offizielle Fortnite Earnings als Eli das würde ich ihn immer vor der Nase halten und jetzt chat und jetzt geht es gleich in die Standings rein und in den Standings wird gezeigt wer hier gleich der erste Platz so spannend Leute und es wird auch gezeigt wer hier der krassige Spieler und da möchte ich auch noch mal bei den Top 5 und bei ein paar Brüchen möchte ich sehr gerne noch in den Calls an alle Streamer-Kollegen und Streamer-Kolleginnen da würde ich sehr gerne noch mal bei euch rein schau das Replay noch von äh äh nice das Stream-Seption Leute in den Highlights die werden gerade auch noch mal gemacht dass du jetzt in Trimax fighten willst und das allerwitzigste ist Reapers hat Geburtstag und anscheinend hat zeitgleich Omet auch Geburtstag weil Omet gewinnt vielleicht seine erste und ich ging und ich ging und ich ging nein wer sagt das sorry das ist einer aus dem Chat ist doch gar nicht das war das so nein absolut nicht mir passt das einfach geisteskrank und ihr hattet vier Stunden geiler Unterhaltung der sollt ihr das bild ändern das triggert mich gerade ein bisschen ja bro das triggert mich auch bro mach das mal weg da macht doch mal Cam jemand groß oh bro MC wie sieht es aus mit den Standings gleich da eine Sekunde wir gucken uns das auf jeden Fall gleich nochmal an gleich da let's go oh da ist Reap's das Ding voll geil gewesen trotzdem noch die Runde schade fünfter hab mich gewundert wo da noch Leute gelebt haben warte bevor wir in die Standings gehen da will ich eigentlich nochmal kurz reinschauen das will ich eigentlich sehen das will ich eigentlich ganz kurz sehen er hat uns weggepult da oben oh mein Gott oh mein Gott bro was war das für ein Play bitte was war das für ein Play bro was war das für ein Play sagt mir das bitte das ist so smart bro und er hat das Jetpack da ist so krank du kannst auch da auf Hype bleiben und guck mal wie viel also das ist zu krank zu krank und der ist auf dem Lootjob gewesen das war der Play zum Gewinn das war's so krass und das sind auch nochmal zwei Punkte auf entspannt das sind auch jeweils immer zwei Punkte Bro Jetpack ist das so krank dass er da noch ein Jetpack hatte ne guckt euch das an ist das krank wir haben es gerockt und jetzt sterbe er wollte sagen ich hab's gerockt und dann so oh wir haben es gerockt ne doch nicht niemals niemals ich hab gerockt okay okay das hätte er auch Impuls, Granaten, Jetpack alles hatten das ist schon sehr 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 krass das ist schon sehr 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 krass krank 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 Standings and ready chat oh my god Standings and ready hätten wir so hätten wir so gewonnen noch von unten nach oben wer meint wir gehen direkt rein unter die top 5 chat und unter auf der Nomadu Uno mit ganz viel Abstand ist Eliella gib mir die 400 Sub jetzt ohne aufschreiben erster Platz wie viel Geld und Reapers hier mit 11.000 Dollar Earnings da möchte ich gerne einmal rein und dann haben wir Sydney und Willi auf der Numero 2 und die nehmen hier auch 5.000 Dollar mit genauso wie Standardskill und Standardskill und Lofty Chat nehmen hier auch noch mal ich glaube 3.000 Dollar mit Bro und dann noch mal 500 das heißt 3.500 Dollar hier für die Boys dann noch mal Payne und Kayser auch noch mal mit 2.500 genauso wie 1250 die haben 1.000 Dollar gewonnen durch jetzt das Finale weil sie 5. Platz geworden sind GG ist an dieser Stelle wieder mal Earnings in dem Turnier von mir und nochmal schade 1.000 Dollar ein Placement mehr Bro wenn wir auf Dings gewesen 1.000 Dollar ja weird flex dass deine Miete so teuer ist ja ein Kill mehr dann war es 2.000 Dollar gewesen 1.000 Dollar muss man ganz kurz sagen 40 Kills wir haben nur einmal besser geplaced als wir 4 5 glaube ich sogar nur eine Runde haben wir absolut reingechokt Leute aber Baba wir hatten die drei drittmeisten Kills ich war ich war wirklich nicht schlecht aber Reapers war geisteskrank geisteskrank ich schwör nice Digga ich hab sowas in meinem Leben noch nie gesehen das war Digga mir fehlen die Worte Reapers ist auch krass ja und der ist auch noch so ruhig Entschuldigung sagen oder keine Ahnung ich weiß nicht da waren so schade ist du ganz knapp noch nichts verpasst das tut mir ein bisschen schade Bro ich sag so wie es ist das war für mich Geburtstagsgeschenk an Reapersen des Miepsen auf ganz Süßi hab ich ihnen ein Geburtstagsgeschenk rausgehauen guck mal was für ein netter Freund ich bin und ich hab mir gedacht was kann ich tun damit Reapersen Miepsen bei einem Turnier von mir mitmachen kann und das vorletzte Mal haben wir ihn Broski an die Seite gesetzt das war schon gottlos dann sind die irgendwie so 3550 geworden oder so was aber unterhaltsam und geil war hab ich mir gedacht ok es gibt nur ein Klotz auf dieser Erde was wirklich jeden Menschen runterziehen könnte und das wäre Omid weil da hab ich gesagt Reapersen Reapersen kannst sehr gerne mitmachen mit Omid mitmachen und plötzlich gibt es ein neues Update in Fortnite und du hast ein Jetpack auf und kannst ihn auch mit hochziehen also Omid von mir auch noch mal ich stelle vor es gehört du kannst jetzt deinen Jungs auf jeden Fall immer alle unter die Nase rein du hast jetzt mehr Earnings als jeder FIFA Spieler überhaupt hat also Real Talk jeder FIFA Spieler und ja es gibt halt so einige aus deinem Freundeskreis sag ich mal so die noch keine Fortnite Earnings haben da würde ich auch noch mal ich glaube Niklas und Eli meinst du oder ich glaube du hast welche paar Leute aus wie viel schuldet ihr jetzt Eli Bro wie viel schuldet ihr die Hammer was habt ihr gewettet 400 Subs dankeschön Bro achso aber amal amal geistkringsturnier wirklich hat so süß hast du geschrieben weißt du hab ich hab ich noch geschrieben hab ich noch geschrieben und hast du mal gemacht und alle anderen Content Creator die können sich jetzt mal an die eigene Nase fassen weil sie sich jetzt sagen hm ist scheiße dass er da dabei war aber cool weil das sein Geburtstagsgeschenk ist boom und dann haben wir da was ich schon fährd dass Reapers dabei war ey ich wollte gerade sagen Omid ist so ein losster Typ Digga gönn ich gönn ich gönn ich absolut Reapers ist auch krank also Digga Omid Schade das tut mir ein bisschen weh mit Esu das ist ja aber ich möchte einmal ganz kurz in den Bruch in den Bruch vielleicht aber es war bei denen auch leider nicht knapp weißt du es war halt zu wenig Punkte guck mal die haben ne KD von 1,3 oder so hey was geht ab meine Jungs was ihr wart erster weißt du wie ich gebrochen wäre die letzte Zone scheiße ihr fährt 4-0 Champions League Finale und kassiert in der 90. noch 5 Tore so war das nicht wir sind froh wir haben super konstant gespielt Runde für Runde wir haben einen geisteskranken Matchplan gehabt ich hatte geträumt dass wir mit Jetpack auf den Baum hochfliegen und das hat auch geklappt da wurden wir zweiter das war unsere Runde die uns aus dem Dach rausgezogen hat und wir sind im Endeffekt zweiter Platz das hätten wir davor direkt unterschrieben ja ok ja ok ihr habt aber auch heute sehr smart und auch sehr gut gespielt muss ich sagen an dieser Stelle ich dachte nur vielleicht ist da ein kleiner Bruch zu sehen weil ihr erster wart aber Jungs dann wenn es so ist real talk man muss man manchmal muss man auch anerkennen wenn einer vielleicht besser war beziehungsweise nur Reapers aber Reaps hat halt auch wirklich geisteskrank gespielt und auch fetzt GG an Rommel also was bringt es denn weißt du wir haben 5000 Euro scheiße habt ihr recht habt ihr recht ja ist so 100% recht 1000% recht also ja ich kann nur sagen schön dass ihr mit dabei wart schön dass ihr in die earnings gegangen seid ja ich hätte das ja auch in die earnings bei dem einen mal wo wir zweiter geworden sind ich stelle dir vor du hättest ein paar mal mehr getroffen das muss noch bei twitter aktualisiert werden dann ne official official amar earnings so wir können unsere earnings mal aktualisieren wie viele sind jetzt dazu gekommen hey 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 das geile war das macht dann halt auch einfach coole turniere ist sowas das geile war Leute top 5 war ja top 5 war Ziel wir sind top 3 was wir mal mehr top 5 war Ziel Leute ich hätte also ich sag ehrlich die war Mitte war ich ein bisschen gebrochen die Gewinnerrunde war unser Comeback und ich sag dir hätten wir noch ein, zwei Runden gehabt hätten wir den ersten gemacht sag ich ehrlich Leute hätten wir jetzt noch ein, zwei Runden gehabt wir waren gerade drinnen wir waren wirklich drinnen Karten kostet nix Support ist kein Mord und ich wünsche euch einen schönen Abend Scheiße Boah Kato schreibt du warst so im Zelt schade Schade Kato ich wäre dabei glaube ich ich kann nicht so lange du musst Samstagabend okay ey Jungs macht's gut läuft die Stani auch an euch dickes 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 Stani auch an euch dickes dickes Junge 3500 nimm mal mit hier ja aber kein Knack null Null Knack Bro ich sag wir waren ein bisschen gebrochen gewesen aber auch Reaper sein Play nochmal wir waren ja da in diesen Satellitenschützen von den Aliens gewesen Bro er impuls uns einfach runter wie schlau ist der Typ bitte sag mir das also er ist echt okay er ist zu schlau ich sag dir ehrlich er ist zu schlau Amar ist einfach weg geil schade Amar es tut mir weh bro es tut weh ey 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 ich höre ich doch ey ich höre ich doch der Bus mit den Leuten die das interessiert ist schon losgefahren tschüss Jungs ich hab mir nur ein Wasser geholt ich hab euch doch gehört alles gut 3500 hat es einfach mitgenommen gerne war cool ne ich sag ehrlich also ich find auch Reapers nicht weil einige gesagt haben Reapers zu krass und so fand ich gar nicht Bro er spielt da sonst gar keinen Fortnite und so er ist überall gut und ich find Bro die haben smart gespielt auch ne schlau einfach muss man sagen guck mal da guck mal sowas ist sowas ist nice also ich muss mal wenn du auch guckst mal so von dem Punkt verteilen ist ja alles relativ gleich auf hätten die der neunte Platz noch einen Win geholt wahrscheinlich dann wären die auch auf dem ersten wieder so ja stimmt ja da ist sowieso also ein Win ändert alles guck mal was haben wir haben jetzt mit der letzten Runde haben die glaube ich 60 Punkte gemacht oder so naja zu krass also das ist schon das ist schon sehr sehr krass dickes GG für die beiden Ehrenmänner hier Jett Lofti und Stani dass sie das so ganz entspannt mitnehmen aber ich dachte da ist ein kleiner Knack weil ihr dort rausimpuls wurdet ja wir hätten halt auf dem zweiten gepokert dann da uns nicht rausimpuls hätten wir wahrscheinlich den zweiten gemacht ja safe nur eine Platzierung besser aber ich war beeindruckt von dem smarten Play das weißt du das macht den wieder weg so weil was denkt also guck mal er hat Jetpicker fliegt da rum und wer wer darauf kommt zu Impulsen so er macht das so dies das krank also wirklich heftig ja geiles Turnier geile Grafiken auf jeden Fall also die Grafiken diesmal haben mir echt gefallen geil ich habe auch versucht immer frei zu reden ja hat man gemerkt die Grafiken haben halt viel wieder rausgeholt weißt du äh geil ey Jungs sehr geil ihr nehmt 3-5 mit und dann macht ihr euch jetzt einen geilen Abend wir machen jetzt richtig Party ja okay haut rein haut rein Jungs kuss 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 oh nice ich bin noch nicht raus erst nochmal cringe das ist immer echt ein bisschen cringe man sagt tschüss und gehen in die gleiche Richtung oh scheiße wo ist ein Pain oh Gott ich finde die nicht oh geht's bitte raus ich bin raus ich bin raus zum Glück geil 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 bist du jetzt noch live Lofti oder was ich bin noch ja ja Leute ich host euch jetzt noch zu Lofti rüber wir haben äh sind durch ähm 3.500 Euro haben ich und der gute Lofti gewonnen wo ist Lofti TV hä warum bin ich Lofti bist du live hier Lofti VTR so Leute dann geht er jetzt morgen früh live ja aber ein bisschen später Leute ein bisschen später äh ihr müsst jetzt auf jeden Fall noch bei Lofti vorbeigucken der Paul Berger ist nämlich jetzt noch live äh dann schreibt die Barei dass er gut gespielt hat und fragt die mal was er mit den äh mit den äh 3.500 Euro jetzt macht oder 1.250 ist das ja check lauft ihr ab Leute wir sehen uns morgen früh aber ein bisschen später ähm macht jetzt richtig Welle dann noch im Chat bei Lofti wahrscheinlich so gegen 10 oder so denke ich mal werde ich live sein oder ein bisschen länger pen 10 so zwischen 9 und 10 denke ich mal danke für den nice Stream Leute dritter Platz ich bin mehr als zufrieden geil Leute äh das war's gewesen wir sehen uns morgen früh so gegen 10 so 9 zwischen 9 und 10 äh sagt nochmal GG bei Lofti und das war's gewesen Leute danke für den nice Stream wir waren gebrochen sind zurückgekommen wie der Phönix aus der Asche tschö mit Ö never give up Leute never give up